So. Hallöchen. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Ich hoffe, man sieht alles. Bitte. Äh, ja. Also, wie man sehen kann, bin ich jetzt auch mal da. Ähm, ich muss nur kurz... Also, wir werden uns jetzt erstmal anmelden. Ach du meine Güte, ist hier viel los. Jedenfalls werden wir uns definitiv jetzt erstmal anmelden. Und, ähm, ja. Vielleicht... So. Weil ich muss mal gerade schauen, ob man überhaupt den Stream sieht. Denn wenn man den Stream nicht sieht, dann ist das ein bisschen doof. Deswegen seht ihr gerade wahrscheinlich nichts. Also doch, ihr seht was. Ah, doch. Ach du meine Güte. Nein. Sorry. Ja, wie man sehen kann, habe ich meinen Style mal wieder ein wenig geändert. Mal wieder, wieder. Ja. Ich weiß nicht, wieso ich das immer tue. Aber ich tue es immer. Und, ähm, ja. So ist das nun mal bei mir. Ähm, ja. Ich brauche auf jeden Fall Musik. Das weiß man, glaube ich. Mittlerweile. So. Musik, Musik, Musik. Ähm, heute habe ich tatsächlich mal das Club-Outfit nicht an. Wie viele sind hier denn bitte von The Commons? Naja, gut. Okay. Egal. Ähm. Ähm, ja. Von den Dangerous Roofs ist hier wahrscheinlich nur ich. Ähm, denn ich glaube, es ist niemand gerade online. Ja. Ist gerade niemand online. Äh, was... Wo ich natürlich nicht böse bin, weil ich meine, klar, wir sind ein Jumpy-Club und auch alles andere an Clubs. Aber trotzdem ist mir das eigentlich ziemlich egal, ob man jetzt wirklich Jumpies macht oder nicht. Denn, ja, letztendlich ist es ja sowieso egal. Ja. Ähm. Jo. Ist an. Wir machen dann einfach gerade... Irgendwie das hier. Ähm, so. Ich wollte mich nochmal, äh, also nicht nochmal, weil ich habe sie erst heute, ähm, Nacht, denke ich mal, bekommen. Ich wollte mich einfach mal für die 19 Abos bedanken. Ähm, ja. Ich denke nicht, dass wir irgendwelche Schleifen bekommen. Wir werden auf jeden Fall sehr viele Pausen einlegen, weil manchmal muss man ja auch mal was essen. Auch ich muss manchmal was essen. Ähm, deswegen, ja. Warte, ich schau mal gerade, ob die 17 Abos ist. Okay, nein. Anscheinend nicht. Das ist gut. Also, man versteht mich eigentlich noch. Eigentlich. So. Wir warten einfach mal. Flock of Champy bin ich, ja, so halb, halb, ne. Also, ich bin nicht gut, aber ich bin noch nicht schlecht. Ich habe... Also, das Einzige, was ich vom Flock of Champy berichten kann, was ich an Schleifen bekommen habe, war, als ich um 19 Uhr mal mit einem, äh, Level 12 Fjordi das Champy gewonnen habe. Ähm, wir machen so gesehen einen Champy-Marathon. Also, wir werden jetzt 11 Uhr Fjordi anfangen und 20 Uhr Fjordi aufhören. Also, 20 Uhr Fjordi machen wir auch. Wir machen jedes einzelne Champy, außer Pony-Champy. Ähm, weil Pony habe ich kein einziges ausgerebeltes. Ich mache das zwar aus Spaß, aber, ja, vielleicht, vielleicht werden wir tatsächlich, äh, eins machen. Wahrscheinlich dann mit T-Board. So, dann startet es ja auch gleich schon. So, jetzt Chat zu. Äh, ich muss nicht mehr schreiben, viel Glück und so, weil das mache ich eigentlich generell nicht. Aber gut. Ähm, ja, ich habe auch hier noch ein bisschen was vom Outfit mit dabei. Das, ähm, war gerade erschreckend. Ich weiß zwar nicht, wieso, aber gut. Vielleicht werden wir auch noch mal ein bisschen Werbung machen, weil ich habe für die Dangerous Hustes noch gar kein einziges Mal wirklich Werbung gemacht. Ist vielleicht nicht das allererste, allergut. Einfach warten. Ja. Da geht's los. Ich denke, ich werde nicht gut sein, weil ich kann die Abkürzungen des Champs, äh, des Verkauf-Champs eigentlich 0,0. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich bin meist besser mit Pferden, die nicht ausgelavellt sind. Die nicht ausgelavellt sind. Wie mit Pferden, die ausgelavellt sind. So. Ja. Ja. Ich hasse diesen Nebel. Der Nebel ist so das, was mich eigentlich an diesem Champ nicht stört. Sonst ist es eigentlich mega gut. Aber wenn die Sonne scheint, der Nebel ist da in diesem Champ, dann, dann sehe ich nichts mehr. Ähm. Und da es momentan sehr sonnig ist bei uns. Ja, kann man sich ja schon denken, was dann passiert. Deswegen werde ich wahrscheinlich echt nicht gut sein. Ja. Man sieht auch, ich bin echt nicht gut. Oh. Und da feile ich auch noch schön, ey. Was ist denn da? Die armen Schafe, die wurden einfach komplett, ja, vergessen. Ich hoffe aber momentan wirklich, dass Star Stable aufhört, so viele Pferde rauszubringen und sich mal eher um die Quests kümmert. Ähm, denn Verbesserung sieht man mittlerweile in den Pferden ja echt nicht mehr wirklich, ne? So. Wir sind wenigstens Neunter geworden. Damit kann ich doch zufrieden sein. Ähm. Jo. Dann lassen wir uns mal abholen. Ich glaube, der Steam hängt ziemlich. So, hier haben wir den guten Meteor. Warte, wo sind die? Achso, ja. Moment. Wir brauchen gerade das andere Outfit da. Ich glaube, ich habe das alles hier drin. Ähm. Habe ich nicht. Wo ist denn das? Wahrscheinlich auf R. Warte, wo ist ein R? Wo haben wir denn R? Ja, wahrscheinlich hier vorne, wenn wir nach Namen sortiert haben. Ähm. Ah, hier ist R. So. Dann. Können wir Maddy jetzt umziehen. Ja. Ist mir klar. Ja, ist mir auch klar. Warte, wir brauchen gerade ein anderes Zaumzeug. Ja, toll, dass ich nur solche Zaumzeuger habe, die ich auf diese Pferde raus nicht anziehen kann. Weil ich möchte unbedingt Maddy leveln. Dann nehmen wir einfach mal das Spinnenzaumzeug. Würde ich sagen. So viel macht es ja jetzt auch nicht aus. Welches Zaumzeug ich nehme. Aber gut zu wissen, dass das Club Outfit auch mit der Frisur gut aussieht. Das ist schön. Das gefällt mir. So, wo müssen wir denn jetzt hin? So ein Silverglade. Das heißt, wir müssen jetzt nicht Silverglade beinen. Gut, alles gleiche. Silverglade weinen. Gut, Silverglade weinen. Gut, Silverglade weinen. Gut, ach hier ist es ja nicht. Er war da. Hier. Achso, ja, Landgut. Mir ist sowieso ähnlich egal. Aham. Okay. Gut. Ich sage dir, ich 가� Bin. Und zwar hier. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, verdammt. So, also wie ich bereits sagte, machen wir alle Champs und ja, der Stream wird also ziemlich lange gehen. Ich weiß auch nicht, was wir alles machen werden. Vielleicht werden wir nur leveln, was ich bezweifle, weil ich glaube, ich habe die Rennen bald schon geschafft. Weil ich habe heute Morgen schon ein bisschen was gelevelt. Bei mir war natürlich auch langweilig, also jetzt ernsthaft. Und ja, da machen wir auch noch ein bisschen was anderes. Ich weiß noch nicht wirklich was. Der Stream wird übrigens, also er wird nicht oft genommen, aber er wird ungelistet sein, weil der Stream ist jetzt eigentlich schon ziemlich lange dran. Und zwar schon seit einer Stunde, aber nur noch nicht live. Und ich werde mir wahrscheinlich auch ein neues Wasser zeigen. Weil ich hatte da heute Nacht so ein paar Ideen, die mir mal wieder im Traum kamen. Warum kommen mir eigentlich diese guten Ideen immer in den Träumen? Aber das ist eigentlich ganz gut. Wir könnten heute auch ein paar Heißguss halten. Dann werden wir die ganze Zeit auf Cookie. Das könnten wir auch machen. Aber ich habe ja noch ein bisschen was. Okay, ich habe die Hälfte schon fertig. Ah, vor Pinta habe ich aber noch nicht. Ähm. Ja gut, dann müssen wir nur noch Silverglade Landgut hier komplett alles fertig machen. Das heißt Reitarena, Gartenwettbewerb und so weiter. Also wirklich, jedes einzelne Rennen. Und danach geht es weiter mit Golden Hills. Wahrscheinlich werden wir aber mittendrin noch ein Chanty reiten. Denke ich zumindest. Was ist denn eigentlich als nächstes? Whaledale, okay. Das müssten wir hinkriegen. Aber das machen wir auch erst, wenn fünf Minuten nur noch sind bis dahin. Das machen wir auch erst, wenn fünf Minuten nur noch ein Chanty reiten. Arschäologie machen wir heute auch noch. Morgen kommt wahrscheinlich nur ein Token Stream. Glaube ich zumindest. Vielleicht kommt auch ein Level-Un-Token Stream. Wie heute ein Level-Un-Champy Stream. Ja. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich habe das Thumbnail, glaube ich, gar nicht aktualisiert. Naja, jetzt ist sowieso zu spät. Ich hoffe, dass wir heute alle Rennen schaffen, weil ich habe wirklich schon ein bisschen was gemacht. Und ich hätte wirklich Bock darauf. Token werden wir heute definitiv nicht suchen. Und ich habe das Thumbnail, glaube ich. Wie viel fehlten noch? Zwei Rennen, würde ich sagen. Also eigentlich nur noch eins, aber da das da zwei sind, würde ich sagen zwei. Hoffe ich, dass noch zwei Rennen fehlen. Also Meteor kriegen wir heute definitiv noch auf Level 8. Also zu 100%. Ne, zu 0% kriegen wir Meteor heute noch auf Level 8. Ja. Hm, hat das jetzt 150? Gibt das 150? Ich dachte, es gibt 125. Naja gut, okay. 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 Ich hoffe natürlich mal wieder, dass es nicht stört, dass ich manchmal nicht rede, aber ich glaube, das kennt man mittlerweile von mir. Also während Jumpies werde ich wahrscheinlich so zu 50% nicht reden, vielleicht ein bisschen mehr wie 50%. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ja, das werden wir nach dem Rennen. Safe. Ich sag mal, bin ich die Einzige, die die ganze Zeit auf die Star Coins und ja, rutsche ich. Ich hab keine Ahnung, wieso, aber ich mach das irgendwie die ganze Zeit. Leblach! Ich bin irgendwie noch gar nicht müde. 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 Ich war schon wieder viel zu still. Ich überlege die ganze Zeit, was ich sagen könnte. Und wenn ich überlege, bin ich still. Wäre es das nicht. Egal. Ähm, ja. Ich weiß nicht wirklich, was ich noch machen soll, außer an dieser Rennseite. Ich könnte eigentlich auch so einfach nur die Musik draufpacken und ohne Ton. Warte, ist der Ton an? Ja gut, der Ton ist an, aber die Desktop-Audio nicht. Die mache auch an. Äh. Eigentlich ziemlich dumm, aber egal. Das interessiert mich nicht. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Ich denke, wir haben jetzt safe Doppelmusik. Vielleicht mache ich die Doppelmusik. Vielleicht mache ich die Doppelmusik gleich lieber aus. Das ist das. Ja, wie man sehen kann, habe ich hier auch schon ein bisschen was gemacht. Es war noch nicht so viel, aber trotzdem habe ich was gemacht. Oh, warte. Nicht vergessen, dass ich hier bei Jasper auch noch was habe. Nicht vergessen, dass ich hier bei Jasper auch noch was habe. Also ich würde mir ja wünschen, dass wir das jetzt alles noch so durchmachen könnten, aber können wir nicht. Also wir können nicht jetzt bis Südhoof alles durchmachen, ohne irgendein Jumpy reiten zu müssen. Glaube ich. So. Gib mir das rennen hier. So. Okay. Das hasse ich. Ich hasse dieses Rennen. Und daran wird sich nie was ändern. So. Das hätten wir dann. Keine Ahnung, wie ich das jetzt hingekriegt habe, aber ich habe es irgendwie geschafft. Ich denke, ich fühle mich jetzt immer eher mittags, so 16 Uhr in die nächste Zeit. Samstag und Sonntags wird es wahrscheinlich immer noch früh bleiben. Immer noch so 10, 11 Uhr. Genau. Genau. Ich werde mal ein paar Zeiten da aufschreiben. Gestern haben wir sogar drei Stunden fast gemacht. Das hätte ich nicht gedacht. Ich sagte, wir hätten viel weniger. Ey, das sieht so schön aus. Hier einfach alles leer. Ja. Okay. Hier unten das. Äh, ja. Also zumindest von Rennen her leer. Oh, das sieht immer... Das erfüllt mein Herz immer so sehr. Ich weiß nicht, wieso. Ist wieder so schlau, was ich hier mache. Autsch. Armer Matti. Armer Matti. Armer Matti, Matti, Matti. So. Ich habe nichts gemacht. Ich wollte ein Pferd auch immer mal Schmetti nennen. Schmetti. Eigentlich war es voll schlau, da zu fängen, aber es war nicht extra. Schmetti. Hi, Bianca. Hi, Bianca. Gut. Dann haben wir es auch gleich hier schon geschafft. Sagop. Hi, hello horse friend! Danke für die zwei Likes! Äh, warte, was sollte ich jetzt nochmal? Achso, ja, die ran. Müll müssen wir mitnehmen. Okay, jetzt können wir die Wänden walten. Klar kann ich das Spiel wie nennen. Das ist natürlich kein Problem. Okay. 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 Und dann. Okay. 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 So. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin auf Sauber 10. Ich hasse es, wenn ich die ganze Zeit faile, aber es passiert nun mal. In ungefähr 30 Minuten startet schon das Weldelt Shampoo. Naja, dauert irgendwie noch ziemlich lange, aber gut, was kann man machen? Okay. 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 So, dann haben wir hier jetzt das Letzte Rennen. Was wurde im Global geschrieben? Ah, so. Ja, okay. Also die Normalität so gesehen. Okay. 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 One. Oh. Okay. Cool. Okay. Okay. Mir fällt die ganze Zeit auf, dass ich viel zu wenig rede. Normalerweise rede ich mehr, aber gut. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Einfach mal ne Frage an mich selbst. Keine Ahnung! Ich bin so schlecht im Fragen stellen. Wie lange brauche ich, um mein Pferd auszuleveln? Nehmen wir das einfach mal. Also mit meiner normalen Level-Route in der Woche eigentlich so drei Tage. Mit der Level-Route außerhalb der Woche, also am Wochenende. Keine Ahnung. Vielleicht zwei Tage? Ich weiß es nicht. Ich hab den noch nie ausprobiert. Ja, wo mein Heimi ist, brauche ich jetzt nicht zu beantworten, weil da waren wir gerade. Also, das war jetzt ne eigene Frage von mir. Alles gut. Nicht falls jetzt irgendjemand denkt. Er hätte die Frage nicht gesehen. Ne, das ist die falsche Fähre. Alles gut, alles gut. Alles gut. Wir müssen uns nicht beeilen. Wir können den Schritt gehen. Die Gang hat es auch gar nicht mehr so schlecht. Und man kommt voran. Irgendwie. Kommt man wirklich voran? Ja, man kommt schon ziemlich zügig voran. Naja, die Frage ist nur, wie sieht es aus, wenn das Fett Level 1 ist. Genau. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist unsere Fähre. Die dürfen wir nicht verpassen. Die kriegen wir schon. Äh, ja gut, okay. Wiehe, das Ding geht jetzt vor meiner Nase zu. Piep, 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 piep. Piep, 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 piep. Zadala. Piep, 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 piep. Piep, 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 piep. Da sind wir schon in Fertpinta. Müll. Müll muss immer mitgenommen werden. Müll. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh wow! So, ich muss gerade, ernsthaft jetzt, ich muss gerade dann auch mal AFK, nach dem Rennen hier. So, dann bin ich kurz mal AFK. Okay. Okay, 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 okay. So. Okay. 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 So, ähm, Meteor ist schon fast Level 9, oh lala. Wo ist Burger Meister Peanut? Ja, das stimmt. Der muss wirklich mal seinen Po bewegen. Hi, lala Soundfrog. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Dann danke, dass du gekommen bist. Ja, das stimmt. Äh, ja, alles okay. Ich war nur ein bisschen, ähm, wie sagt man, ein bisschen überrascht. Weil normalerweise habe ich nicht so viele Zuschauer, weil eben waren es fünf und deswegen war ich, ja, alles gut. Ich, ähm, ja. Ah! Okay. Äh. Alles klar. Das macht eigentlich nicht wirklich Sinn. Lin. Lin. Es macht nicht wirklich Lin. Alles klar. Macht eigentlich nicht wirklich Sinn, dass ich hier rin... Hier rin... Ach komm schon, was rede ich hier gerade. Hier hin reite, weil ich die Reimung sowieso schon gemacht habe, aber... Ich hab jetzt keinen Bock, was auszugeben. Eigentlich könnten wir uns schon fast fürs Jumpy fertig machen, ne? Ja, nee, machen wir jetzt nicht. Ähm. Warte. Wir müssen jetzt erst zu den vergessenen Feldern. Gott. Hab schon wieder vergessen, wie das hier nochmal läuft. Meine Güte. Ja. Passiert. Okay. In ungefähr 15 Minuten startet das... Wilder Champion. Dann... Ja. Vielleicht schaffen wir noch zwei Rennen. Ja, vielleicht sogar mehr. Ja. Das ging wirklich schnell. Und willkommen zurück. Nicht, dass ich das hier noch vergesse. So, nach dem Rennen ist Nettie wahrscheinlich schon Level 9. Das wär zumindest sehr schön. Ach nee, Moment. Ja. Ich hab Star Stable Mobile auch schon getestet, aber hatte noch nicht die Zeit, das Video dazu zu schneiden oder hochzuladen. Äh, ja. Also, ich muss tatsächlich sagen, meine Meinung ist so unterschiedlich. Also, für die Leute, die damit klarkommen mit der Steuerung und so. Okay. Äh, macht so. Ich finde, ihr es nicht auf dem PC spielen könnt. Aber wenn man es auf dem PC so lange spielt, dann muss ich tatsächlich sagen, das ist sehr unhandlich. Ja. 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 Und jetzt. Ja, bei uns hatten, also wir hatten kein Schulfrei letzten Donnerstag. Bei uns war gar nicht so viel Sturm. Aber ja, ich habe auch davon gelesen, dass die Schulen in NRW geschlossen wurden wegen dem Sturm. Aber bei uns war eigentlich nicht viel. Auch wenn ich gehört habe, dass anscheinend auf ein paar Zugstrecken Bäume auch auf den Gleisen liegen. Aber bei uns war jetzt eigentlich nichts so Ernstes. Nur durften wir uns letzten Donnerstag aussuchen, ob wir in die Schule gehen oder nicht. Wenn der Sturm sehr stark war oder sehr stark ist. Ja, wie viel Uhr haben wir denn jetzt? Ja, dann machen wir uns jetzt mal fertig. Ich habe die Hufeisen auf Meti ganz vergessen. Jo, habe ich. Egal. Jetzt ist es passiert. Wenigstens kann ich sie dann jetzt nicht schon wieder beim Jumping vergessen. Mir geht es eigentlich ganz gut. Euch? Warte, was will ich jetzt machen? Ja, egal. Ja, so macht man es nicht. Ja, so war es bei uns auch. Also bei uns war es so. Abends war es mehr wie den Tag über. Und morgens auch. Warte, wir müssen nach Welldale. So. Das ist schön. Das ist schön. Wie war euer Tag denn bis jetzt so? Alles klar. Dann guten Appetit dir. Das ist schön. Moment. Bis 20 Uhr machen wir. Das wird ein langer Szen. Aber wie gesagt, wir machen wahrscheinlich nicht komplett durch. Wir werden bestimmt manchmal Pausen machen. Ja, also es geht nur für iOS. Leider. Aber Star Stable hatte mal nicht geschrieben, dass Star Stable Mobile auch für Android rauskommen soll. Aus gleicher Hast du? Um, ich glaube nicht. Ja, also nicht kann. Und das ist schön. Also ich kann mir vorstellen, dass wir Whaledale überhaupt nicht gut machen, weil in Whaledale bin ich irgendwie so mit am schlechtesten irgendwie. Und in Golden Hills. Ach du meine Güte, wenn wir das Jumpy starten, dann werde ich das schon nicht schaffen. Ich habe das, glaube ich, einmal bis jetzt geschafft. Habe ich das überhaupt schon mal geschafft? Ja, Tatsache. Hi, Camilla. Willkommen im Stream. Das habe ich bei jedem vergessen zu sagen. Yo, ich denke mal, wenn wir dann... ...würden wir dann uns wieder abholen lassen nach dem Jumpy. Dann werden wir hier die Brennen komplett machen. Und dann werden wir entweder Token suchen oder ein bisschen versuchen, Highscores aufzustellen. ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 So, dann melden wir uns mal an. Oh, schau mal, dass Matti nur wahrscheinlich mal wieder mit einem anderen Namen. Dass man mit diesem Seelenros da überhaupt Chunkies reitet, war mir gar nicht bekannt. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der das getan hat. Oh Gott! Österreich, äh, Oberösterreich hat es dann wohl total erwischt. Warum mache ich eigentlich die ganze Zeit, Matti? Wo ich hier gerade ein Appie sehe. Ich habe mein Appie immer noch nicht ausgeliebt. Der ist Level 12 und steht in meinem Stall rum. Ich verstehe mich manchmal echt nicht. Ja, wir haben jetzt auch Ferien. Mein Stream ist voll weit hinten. Und dann fällt mir ja gerade so auf. Ungefähr 20 Sekunden. Ungefähr. Naja, was soll's. Ich denke die ganze Zeit, das ist so ein Ohrring. Naja, es ist ja sowieso noch ein bisschen. Wir haben jetzt noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Rennen noch. Das hier ist Südhof, 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 Südhof. Die Höhlkrist, Mond, also Epona, Epona. Und das hier... Ne, warte. Hier. Ne, warte. Jorvikstall, Jorvikstall, Jorvikstall. Epona, Epona, Südhof, 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 Süd, äh, Jorvikstall. Oder Everwindfelder. Mir eigentlich ist ziemlich egal. Ich könnte auch mal... Das drückt nicht ausstecken. So. Ah, Synchron! Oh, schade. Musste sein. Pink und Pink. Das ist eher so ein Lila-Pink. Ja, ich hab' Gelb-Pink. Äh, passt doch. Ich müsste eigentlich unbedingt mal mit dem, äh, äh, SSU Mobile so'n Champi testen. Auch wenn das schon mega viele gemacht haben. Ich müsste eigentlich unbedingt mal mit dem, äh, SSU Mobile so'n Champi testen. Ich bin nedч. Also, Lilfil. Ich bin die Warteion. Ich bin sieulein vorrінend. Ja, Nina, wusste lauf mich noch nie. Ich war ein kreuziger Rechter, den nein. Die. Aber denurable war nicht nur eine Lander, da konnte man besser eingestehen, aber auch immer ein bisschen Telefoncit construir. Kommunik repent die vor, wenn manior ra humanos. So, da bereite ich mich mal vor. Nein, jetzt öffne ich den Chat nicht mehr. Kannst du vergessen. Ach du meine Güte, ich bin so weit hinten. Oh, ich dachte gerade, ich hätte den Hackpoint verpasst. Hey, Lona. Warum kommen jetzt alle YouTube-Benachrichtigungen? Egal. Okay, einfach nur konzentrieren, dass ich nicht feile. Und ich weiß, dass ich sowieso die Abkürzung verkacke, also sollte ich sie vielleicht auch nicht nehmen. Nein, ich habe es auch verkackt. Ja, ich wusste es. Oh Mann, ey. Ja, ich habe mich wieder herleiten lassen, weil ich so gut war. Mann, warum mache ich das denn aber auch immer? Ich fail die ganze Zeit. Also ein schlechtes Jumpy hätte man nicht haben können, ne? Das ist immer so sad, wenn man Leute einfach failen sieht. Aber warum konnte ich da gerade durchlaufen? Äh, ja, hochkämpfen wird wahrscheinlich nichts mehr. So. So. Ja. Ich muss mich mal kurz strecken. Gut, dann gehen wir als nächstes zum Jovic Stall. Ich hab einfach die gelben Sachen immer noch darin in meinem Inventar. Nochmal. Dann fahren wir zur Sunfield Farm. Um den Schlangenbiss zu... Ja, was kann man denn dazu sagen? Egal. Ja. Oh mein Gott. Naja, da ich sowieso nicht gut in Jumpies bin, ist das ja egal. Also in Silverblade bin ich eigentlich ganz okay. Weil da war ich glaube ich auch 6 da, aber ich hatte keine Hufeisen drauf. Aber es war heute Morgen oder so. Ja. Ja. Was einen immer so richtig aufregt ist, wenn man dritter Platz war. Und dann nach dem Jumpie bemerkt, dass man... Nein, dass man zweiter Platz war. Und dann nach dem Jumpie bemerkt, man hatte keine Hufeisen drauf. Ich hab übrigens die Hufeisen schon wieder vergessen. Ist jetzt egal. Ich glaub dann könnte es schon manchmal sein, dass manche Leute sich dann richtig aufregen. Ich weiß nicht, ob ich mich aufregen würde, ich könnte es mir aber vorstellen. So. Wieder schön dagegen gerannt. War ja klar. Als würde ich jetzt noch einen Esel finden. Und ich hab den Checkpoint nicht mehr gekriegt. Das kann doch nicht wahr sein. Nee, ich fälle jetzt. Oh scheinbar. Und ich sag's doch! Gut, dann machen wir das anders. Ja, so hat das jetzt nicht funktioniert. Aber egal. Ich bin schlecht, okay? Dafür kann ich nichts. Ich bin froh, wenn wir gleich die Rennen alle geschafft haben. Ich bin froh, wenn wir jetzt mit dem Hintergrund, ich bin froh. Ich bin froh, wenn ich eigentlich das nicht so lange bin. Ich bin froh. Und ich bin froh, wenn es scheint. Ich bin froh. Ernsthaft? Warum verliere ich das die ganze Zeit? Naja gut. Ernst bleiben. Ich kann nicht ernst bleiben. Nein! Ernsthaft? Naja gut. Äh, passiert. Eigentlich. Endlich geschafft. Ja, also jetzt kann man verstehen, warum ich so froh bin, wenn ich das endlich geschafft habe. Ich weiß, man könnte hier so viele Abkürzungen nehmen, die werde ich jetzt aber nicht nehmen, weil man hat ja gerade gesehen, was dann passiert. So. Ich liebe diese Musik irgendwie. Oh, Love is hilarious. Die kenne ich doch auch. Aber auf Satz hier sind irgendwie die, äh, Summer Vampires, die sind irgendwie so groß. Also, du kommst irgendwo vorbei, auf einmal siehst du die. Oder auch bei jedem Jumping mindestens einer. Oder Energy Pirates, die auch. Eigentlich müsste ich mal wieder ein bisschen was machen. Naja, ich werde vielleicht morgen für den Club werben. oder heute Abend, weil die Clubtreffen sind bei uns ja meist abends. Vielleicht ab 18 Uhr kann ich anfangen. Mal so ein bisschen. Oder ab 17. Kadet Experience. Mal so ein bisschen was machen. Ist das klar, 산 Knie-Dimit. Nichts sind jetzt wo man kçãouliert. Ich bin drauf mal. Ey, ich bin drauf mal. Ich bin drauf. hospitals sage, Okay. Das wird wahrscheinlich einer der längsten Streams, die ich jemals auf meinem Kanal hochgeladen habe. Aber ich mache es trotzdem. Weil irgendwie habe ich wieder voll Bock auf Jumpies bekommen in letzter Zeit. Und ja. Ja, perfekt. So macht man es nicht. Aber egal. Ich wette mit euch, ich werde diese Abkürzung, die ich gleich nehmen werde, verkacken. Aber ich nehme sie trotzdem, weil ich mal Bock habe, diese Abkürzung auszuprobieren. Ja, ich habe sie verkackt. Perfekt. Ja, wie ich sagte, so läuft das. Eigentlich nicht, aber okay. Wenn man einmal Angst hat, den Sprung zu verkacken, dann direkt so. Ich nehme die ganze Zeit die falschen Sprünge. Egal. Stellt euch mal vor, es gäbe nur Schule. Man hätte kein einziges Mal frei. Ähm. Ja. Ich denke, ein paar würden einfach sagen, ich glaube, ich würde jeden Tag schwänzen. Weil, wenn man keine Ferien mehr hätte, kein Wochenende mehr. Ja, ist mir klar. Wenn man keine Ferien mehr hätte, kein Wochenende mehr hätte und den kompletten Tag Schule hätte. Ich müsste meinen Kanal schließen. Wahrscheinlich hätte ich dann noch nicht mal einen Kanal eröffnet. Aber, ja, es ist ja zum Glück nicht so. Und wir sollten froh sein, dass es nicht so ist. Warum fallen mir gerade nur Fragen mit Kindergarten ein? Ja, vielleicht weil ich gerade darüber nachgedacht habe, dass man früher im Kindergarten immer irgendwie in die Schule wollte und dann, wo man in der Schule war, doch nicht mehr wirklich Bock auf die Schule hatte. Oder zumindest war es bei mir so ähnlich. Ich bin froh, wenn wir das hier endlich durch haben. Ich glaube, man merkt, ich habe nicht wirklich Lust auf Leveln. Aber das habe ich irgendwie nie. Und ich denke, dass ich heute... Und ich denke, dass ich heute... Ähm... Was wollte ich jetzt mal sagen? Ich denke, dass ich dann heute Abend nochmal online gehe und die täglichen Aufgaben noch so ein bisschen mache. Weil, keine Ahnung... Oh, das könnten wir auch machen! Aber dann hätte ich für heute Abend nichts mehr zu tun. Ja, I don't know. Naja, wir werden sehen. Es wäre auch schön, wenn wir das Star-Sable nochmal gratis Stallhilfe geben... Und ich kann auch nicht mehr... Ich kann nicht mehr pflegen. Das dauert mir zu lange. Ich kann doch keine 60 Pferde pflegen! Wo sind wir denn hier? Eigentlich ist es so egal, welchen Weg ich nehme. Beide fehlen auf das gleiche hinaus. Und wir werden hier einfach mal gelassen kann. Dann können wir mit den Hinsen ver'll今 los gördens. Und wir machen eigentlich ein paar Kilometer mit der Rüge. Und haben wir jetzt wieder die Rüge. Und wir machen auch so, wie ich mir in den Hinsen gehört habe. Vorher. Und dann können wir das Sable. Und dann können wir weiterer nochmal in den Hinsen. Und dann können wir das Sable. Und dann müssen wir noch mal in das Sable. Und dann kann es das Sable. Und dann kannst du an Hinsen. Spray an. Hallöchen mit Skywolf, ich würde gerne bei Ihnen das Rennen machen. Ich hätte auch gerne den Namen Skywolf, also den Nachnamen. Das wäre cool. Einfach Sienna Skywolf. Naja, ich bin auch mit Sienna Pandacrab zufrieden. Ich bin auch mit Sienna Skywolf. Ich mache mal gerade eine Schmuse-Pause. Ich bin auch mit Sienna Skywolf. Warum atmest du so laut? Ich bin auch mit Sienna Skywolf. Ich bin auch mit Sienna Skywolf. Also, eine Stunde stimmt nicht so ganz. Das waren schon 54 und 80 Minuten. Das ist halt eine Stunde und 24 Minuten. Niemand redet mit mir, ja? Ist der Typ hier immer noch da? Ja. Wie sollen wir den nennen? Lass ihn Radolf nennen. Radolf. Bist du Radolf? Warum stehst du hier eigentlich? Hast du vor, da runter zu springen? Ja. Ich würde es dir nicht empfehlen. Ich würde es dir nicht empfehlen. Ich würde es dir nicht empfehlen. Wenn ich hier bitte raus. Hallo? Bitte? Ich werde mich jetzt nicht abholen lassen, ne? Danke. Warte, wie viel habe ich eigentlich schon zum Token? Immer noch diese 100. Das geheime Kapitel machen wir nicht. Zumindest nicht heute. Heute möchte ich nicht nach Pandora. Naja. Ich mag Pandora. Aber ich mag es auch irgendwie nicht. Warum kann man eigentlich nicht in Pandora sein, Heimatsteller? Also, ich würde es never ever da haben wollen, aber trotzdem. Warum nicht? Das wäre doch irgendwie voll cool. Rannin, rannin, rannin. Rannin, rannin. Rannin. Rannin, rannin. Ich fäll die ganze Zeit. Was ist denn das? Danke für die 20 Abonnenten. Ich habe gerade das bemerkt. Sagen bist du, ich mache das 25 Abonnenten-Special als 20 Abonnenten-Special. Vielen, vielen Dank für so viele Abos. Ich kann das echt nicht glauben. Nach einem Monat. Ich kann es nicht glauben. Also ich meine, wir reden nicht darüber. Nein, 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 nein. Alles gut. Wir reden. Wir reden über gar nichts. Wir reden über nichts. Danke. Ich habe nach vier Minuten erst bemerkt. Oh Gott. Ich habe vor vier Minuten ungefähr aktualisiert und habe dann nicht bemerkt, dass ich 20 Abos habe. Wie blöd kann man bitte sein? Jedenfalls vielen, 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 vielen Dank für 20 Abos. Danke, dass ich das erreichen durfte. Danke. Also ich meine, klar, es gibt YouTuber, die haben mehr, aber trotzdem. Also ja, ich verstehe das wirklich. Ich meine, ich mache jede Woche eigentlich nur ein Video und man eigentlich nur am Wochenende und Mittwochs Livestreams. Und trotzdem bekomme ich nach einem Monat 20 Abos. Und dafür muss ich wirklich Danke sagen. Weil sowas hätte ich echt nicht erwartet. Also ich meine, vielleicht bin ich jetzt auch schon ein bisschen mehr wie ein Monat. Ja, aber trotzdem. Ah, ich kann nicht mehr. Ich muss. Mein Herz klopft. Ich habe, ich habe in der Beschreibung, was falsch ist. Ich spiele nicht auf Server 09. Ich spiele auf Server 10. Naja, ich bin ja nicht die Einzige, die keine aktualisierte Beschreibung hat. Aber ich sage nicht, wen ich gerade meine. Da sie nicht im Stream ist. Und ich meine auch auf gar keinen Fall zufälligerweise die eine Person, die ich gerade... Ja. Das ist schön, dass ich sympathisch bin. Ähm, ja. Also ich meine, ich kann nicht wirklich sagen, wie sympathisch meine Zuschauer mir sind, da ich nicht wirklich alle kenne. Weil nicht alle in die Kommentare oder in die Stream-Beschreibung aktiv schreiben. Nicht Stream-Beschreibung. Ähm, da nicht alle... Da nicht alle irgendwie aktiv in die Kommentare schreiben oder in den Stream-Chat. Deswegen kann ich das nicht immer so genau sagen. Aber die, die ich bis jetzt gesehen habe, ja. Das ist cool, dass du auch auf Server 10 spielst. Das ist wirklich cool. Ja. Ja. Kann ich... Ja. Wir reden jetzt. Es tut mir so leid. Aber ja. Ähm. Was wollte ich jetzt sagen? Egal. Wir reden nicht darüber. Ich weiß nicht mehr wirklich, was ich sagen würde. Ich bin aus dem Konzept gekommen. Jedenfalls, die, die ich bis jetzt gesehen habe oder die auch mitgespielt haben, die waren mir immer sehr sympathisch. Und ich bin froh, dass ich eine so tolle Community aufbauen konnte. Und dass ich... Also... Ne? Ich meine... Wenn man nur einmal pro Woche nicht mal aktiv ein Video hochlädt und ein paar Streams, dann kann man echt nicht erwarten, dass man nach einem Monat 20 Abos erreicht. Deswegen muss ich da wirklich einen sehr großen Dank aussprechen. Ich bin wirklich geschockt. Weil es mag ja jetzt auch nicht jeder Star Stable. Also es gibt bestimmt andere Spiele, die so gesehen fast niemand mag. Aber trotzdem kann man sowas wirklich nicht immer erwarten. Und dass ich überhaupt dann so eine sympathische und nette Community haben darf, das ist wirklich nicht selbstverständlich. Ich weiß, ich rede da jetzt sehr viel drüber. Aber das ist wirklich... Ich liebe. Ich liebe das. Das ist wirklich sehr, sehr... Einen sehr, sehr großen Dank. An jedes... An jeden Einzelnen, der meinen Kanal so früh und... ...so früh abonniert hat und immer noch... Immer noch da ist und nicht irgendwie... ...gesagt hat, nee, die ist irgendwie doch nichts für mich. Und... Ich muss... Ich... Ich möchte nicht zu viel da jetzt um den Brei labern und die ganze Zeit das Gleiche wiederholen. Aber trotzdem... Es ist wirklich... Ich kann es nicht oft genug sagen. Aber wirklich... ... sehr, sehr... Einen sehr, sehr großen Dank. Was mache ich denn dann? Was mache ich dann? Was mache ich dann? Was ist das Abonnenten-Special? Abonnenten-Special? Hier. Ähm... Champi-Marathon mit dem Araber-Pinto. Oh! Den mache ich ja gerade sogar! Das passt doch! Das passt ja! Das passt! Das... Äh... Ich... ...laufe in die falsche Richtung. Ja. Nur noch die beiden Sachen. Okay. Dann haben wir die Rennen... ...tatsächlich schon durch. Ja, dann können wir nur noch Token suchen oder Heißgoss rennen. Neue Heißgoss versuchen aufzustellen. Mehr weiß ich nicht. Ich muss nur mal gerade... Oh! Zacko? Zacko? Zacko-Macko? Aua. Ähm... Ich hab nichts gesagt. Jo. So. Dass ich... ...so früh jetzt alle Rennen schaffe. Hätte ich nicht gedacht. Wir haben... Wir sind zwei Jumpies bis jetzt geritten. Und ich bin... Insgesamt hab ich glaube ich bei Silverglade jetzt angefangen. Ja. Eins, zwei, drei, vier Jumpies bin ich geritten. Und ich hab alle Rennen durch. Was ist denn das? Und ich hatte noch nicht mal die ganze Zeit Move-Eisen drauf. Das heißt, wir waren noch mal langsamer. Ah! Matti hätte heute Level 10 werden können. Da ich aber nicht jedes einzelne Rennen mit Matti geritten bin, wurde er das nicht. Was mir leid tut. Aber eigentlich ist es mir so gesehen auch egal, weil ein anderes Pferd, was auch noch ausgelevelt werden muss, hat die dafür bekommen. Und ja... Auch wenn ich das Pferd eigentlich so gut wie nie reite und auch nicht vorhabe, es jetzt immer noch weiter zu reiten, weil das Pferd mag ich nicht so. Es war damals ein Partnerpferd und... Ja, diese Person mag ich jetzt nicht mehr so. Deswegen... Ja, vielleicht ist es auch deswegen, dass ich dieses Pferd nicht mehr so gerne mag. Ist Level 12. Ich hab's leider nie geschafft, dieses Pferd auszuleveln, weil damals war irgendwie für mich immer Level 12 das Maximallevel. Ich hab nie mehr gemacht. Ich hab nie mehr gelevelt wie Level 12. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich mach's immer noch nicht wirklich. Aber ja. Hat ja jeder eigene Interessen und Nichtinteressen. Keine Ahnung. Okay. 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 So, die Rennen haben wir dann geschafft. Das war's. Bestimmt hätte Matti Level 10 werden können. Aber, ja. Aber ist mir eigentlich auch ziemlich egal. So, dann würde ich sagen, starte ich einfach mal eine Umfrage. Weil ich glaube, drei Zuschauer kriege ich nicht mehr hin. Deswegen starte ich jetzt einfach mal eine Umfrage. Moment. Wartet, wartet, wartet. Ich starte gerade einfach mal eine Umfrage. Was wir denn jetzt machen wollen? Aber vorher wechsle ich kurz Pferd, weil das machen wir beides sowieso auf Cookie und dann sieht das besser aus, wenn ich auch auf Cookie sitze. Und wir holen mal kurz die Goldmelisse weg aus meinem Inventar. So, hier habe ich noch ein bisschen sehr viel, was man nehmen kann, aber, ja. Das wollte ich gar nicht. So, dann starte ich mal kurz eine Umfrage. So, dann starten wir mal gerade die Umfrage. So, dann starte ich mal kurz. So, dann starte ich mal kurz. Die Umfrage sollte erscheinen. Die Umfrage sollte erscheinen. wartet, wartet, wartet Danke für die drei Likes Bis jetzt ist Tokensuchen am meisten So, ich würde sagen, wir warten einfach mal noch vier Minuten und dann schauen wir mal, was das Endergebnis ist Solange machen wir einfach noch ein paar Bilder Ja, das hat jetzt sehr gut geklappt Wait, das sieht ein bisschen so aus wie Andalusia So, das kann ich dann auch noch bearbeiten Hallo Kyra, Lava Snake Willkommen im Stream Habe ich die ganze Zeit vergessen zu sagen, ey Ich bin echt vorbereitet Ja, Rennen haben wir jetzt nichts mehr, ne? Ja, bis jetzt ist es 50 zu 50 Da kann man nicht wirklich was sagen Wir könnten auch Stallaufgaben machen Klar können wir machen Da ist dieser Stream hier zwar noch Aber ich kann ja zur Not auch im Stream dann darauf machen ein bisschen Werbung für dich machen Und danke für die vier Likes Ähm, ja Also Ich werde, denke ich mal, vorbeischauen Definitiv Wie sieht es jetzt aus? Highscores versuchen ist in Führung Deswegen würde ich sagen, wir machen die Highscores Äh, ich würde sagen, wir machen wieder die Levelroute dann genauso Oder machen wir hier nach dem Alphabet Das wollte ich nicht Ne, komm, wir machen wieder nach Wir machen nicht nach dem Alphabet, sondern wir machen Hier Okay, dann werde ich jetzt die Umfrage beenden Und nicht, dass hier dann noch was anderes kommt So Umfrage beendet Kein Problem, Kaira Oder wie du ausgesprochen hast Ich hoffe, das war richtig Äh, MMMM Mannheim Mit Zau Jovic Schillingen natürlich Okay Dann reiten wir Äh, hoch Sorry, das Äh, warte mal kurz Was ist mit der Musik passiert? Denkt ihr wirklich Ich weiß jetzt, wo dieses Rennen ist? Das ist doch irgendwo hier, oder? Das sind zwei Hasen Wie schön So Ne, heute 27, 58 Okay, das müssen wir versuchen zu toppen Dann Das ist die Schreckung. Das ist die Musik, die ich hätte aussuchen können, oder? Ja, gut, okay, wir haben es schon verkackt. Gut, dann versuchen wir es nochmal. Alles gut, ich mache das auch immer. Also kann ich relaten. Das könnte es werden. Das könnte ganz, okay, das Wort nichts. Schade, schade, Schokolade. Ne. Okay, ich habe hier auch keinen Bock mehr. Ich lasse das jetzt so. Ähm, jo. Ich glaube, wir machen nur noch die Highscores in Redwood Point. So wie es gerade von der Zeit her aussieht. Was ist denn überhaupt als nächstes? Pony? Ne, als nächstes Smallland. Ach du meine Güte. Da bin ich ja richtig aktiv drin. Äh, gut drin. Nicht. Ja, das Ding ist, dabei ist es auch immer so Glückssache bei diesen Suchdingern da. Wir versuchen einfach mal ein paar Highscores aufzustellen. Mal schauen, ob wir es überhaupt schaffen, weil ich bezweifle das irgendwie. Ach so, ja. Warte. Ich hätte mir vielleicht vorher das anschauen wollen. 31,29. Das kann ich schaffen. Ich muss mich nur bemühen. Der Nebel ist nicht da. Geilo. Okay, ich vergesse es. Ich kann es doch nicht schaffen. Tööö. Was? Wie schlecht bin ich gerade? Ne, das machen wir nochmal. Ja, gut. Okay, der war ganz gut. Der Tryon. Ne, hatte keinen Bock. So. Solange ich im 20er Bereich bleibe, alles gut. So, das haben wir erstmal geschafft. Äh, ich denke zwar, dass der Highscore nicht bleiben wird, aber egal. Auch so cool, dass es hier jetzt regnet. Ich hasse das überhaupt nicht. Kann dieser Regen bitte stoppen. Oder wenigstens der Nebel. Ich habe mir wieder vergessen, die Highscore anzuschauen. So macht man das eigentlich nicht. So. Das hat mich so erschreckt gerade. 1,15. Ja, das schaffe ich never. Ich bin so schlecht in diesem Rennen. Soll ich jetzt unter 1,15 schaffen, oder was? Das schaffe ich never, 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 never. Ja, das habe ich direkt beim ersten Sprung gefällt. Das kann doch nicht wahr sein. Okay. Das können wir nochmal machen. Erst. Das kann doch nicht. Boi! Ja, ich glaube auch manchmal, dass die gecheatet sind, weil zum Beispiel bei der Bobcat-Strecke, da gibt es manchmal so Sachen, die so 0,000, keine Ahnung, 2, also 2 Sekunden. Aber 1,15 könnte ich tatsächlich wirklich schaffen. Ja, gut, okay, vielleicht nur nicht mit diesem Try. Äh, ja, ich habe aber auch viel gefällt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber es war ganz gut. Ach du meine, man muss bis hier hin. Naja, es war besser wie eben. Ich versuche es noch einmal. Weil das war, glaube ich, ganz gut. Aber ich finde es blöd, wenn man Heißguss cheatet. Ups. Ja, das machen wir nochmal. Ja, das wird nichts. Hä? Hätte ja sein können. Aber ich habe es sowieso direkt am Anfang schon verkauft. Ja, das war heute Morgen. Ja, das war heute Morgen. Und jetzt weiß ich, dass es wie auch erst mal oder so könnte sein können. Ja, das war heute Morgen. Ja, das war heute Morgen. Sieht doch bis jetzt ganz gut aus. Nein, nein, nein. Gerade als ich es gesagt habe. Ja, come on. Äh, ja. Okay. Nee, dem seine Hand mache ich jetzt nicht mehr. Der macht keinen Spaß. Oh, warte. Jumpy startet gleich. Ja, nee, egal. Bei Dundle kriegen wir noch ein paar hin, weil ich sitze ja schon komplett auf dem Pferd. Ja, ich saldten Siepm Shot. Bei sich. Oh, wie w ach so. Wirklich. 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 Es ist mir klar. 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 Oh, da dachte ich jetzt tatsächlich, dass ich da feile. Es ist mir klar. Ja, die neue Höchstleistung. Perfekt doch. Okay, ja, das hier kriegen wir noch hin. 1,44. Ach du meine Güte. Kriege ich vielleicht hin. In Heißkuss bin ich aber echt besser, wie in Chumpies. Das könnten wir jetzt eigentlich jeden Samstag mal machen. Und sonntags auch mal so abends ein kleines Füllen. Ja, das ist mir klar. Ja, das ist mir klar. Ja, das ist mir klar. Sieht ganz gut aus. Sieht ganz gut aus. Aber es war auch nicht mein bester Heißkuss. Ja, ne, hier gibt's nichts. Gut, da das Chumpie in 5 Minuten ungefähr startet, würde ich sagen, fahren wir da jetzt hin. Ja, das ist mir klar. Ja, das ist mir klar. Ja, das ist mir klar. Ach, das heißt ja die Moll anstelle. Äh. Äh. Nein. Nein. Redwood Point hat's mit hier hingebracht. Oh Gott. Es hängt. Ja, also hier werde ich glaube ich nichts reißen, so wie das hier hängt. Ja. Einfach ein bisschen werben. Ja. 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 Ich bin noch nicht so ganz auf dem Stand von Chumpie Clubs. Muss man eigentlich gut sein in Jumpies, um einem Jumpie-Club beizutreten? Denn ja, ich bin nicht wirklich gut in Jumpies. Aber bin in einem Jumpie-Club. Auch wenn der von mir selbst ist, aber trotzdem. Ja, Starshine-Range gibt es keine Highscores. Ja, dann fahren wir nach... Nach... Fugroth. Für Kroff. Wir können auch die täglichen Aufgaben immer machen, ne? Ja, ne, wir machen jetzt die... Highscores. Dafür haben wir uns entschieden, der. Ob das was wird? Und vor allen Dingen, weil ich hier auch so nebelig jetzt hab. Ich find's übrigens toll, wie da einfach so komplett alles so neblig ist und dann mein Wasserzeichen. Ah, das bist du! Ja, Hallöche! Ja, Hallöche! Aber so gesehen sind hier irgendwie wirklich wenig Araber Pintos, also überall sind viele Araber Pintos, aber hier sind auch viele andere Pferde. Kommt wahrscheinlich aber auch ein bisschen dadurch, dass hier ja alle mitmachen können. Hi! Oh no, wir sind nicht in der gleichen Gruppe. Das ist sad. So, ich werde natürlich nicht aufgelistet, weil wir haben bestimmt irgendwie 3000 Gruppen. Ich wünschte, ich werde auch mal wieder in so eine Gruppe 2 kommen. Das wird wahrscheinlich niemals passieren. Ich kenne das doch. Das wird nie im Leben passieren. Äh, ich hoffe, ich werde nicht der Verlierer. So. Ach du meine Güte. Ja, aber es hängt auch sehr krass. Und ich glaube, hier sind nicht nur Level 20. Und vor allen Dingen bin ich hier definitiv die Schlechteste. Ach du meine Güte, ich sehe nichts mehr. Äh. Es hängt, es hängt, es hängt, es hängt, es hängt. Es hängt. Ich wünschte, ich wäre mal gut hier drin. Aber ich bin's nicht. Und ich werde die Abkürzung da safe verkacken, weswegen ich sie wahrscheinlich sowieso nicht nehmen werde. Ja, komm, versuchen kann man es doch mal. War doch ganz gut. Also ich meine, es war nicht das Schlechteste, aber auch nicht das Beste, sagen wir es so. Und ich werde die Abkürzung da abkürt. Ich bin sogar Zehnte geworden. Und ich war nicht die Letzte. Aber Zehnte ist doch gar nicht mal so schlecht. Das ist, das ist echt gut. Ich wünschte, ich wäre mal wieder so gut. Aber ich bin leider nicht mehr so gut in Chumpies. Damals war ich auch gut, aber mittlerweile gar nicht mehr. Also ich bin echt scheiße in Chumpies. Leider muss ich das wirklich so sagen. Äh, wir wollten nach Furgrove. Also herzlichen Glückwunsch dir. So, dann machen wir mal mit den Heißkoswerder. Moment, ich muss kurz, ich muss kurz, ähm, ich muss kurz aufgehen. Abkür. Okay. Ja, das ist doof. Jedenfalls, äh, ich hatte Hunger. Deswegen habe ich mir kurz was, äh, paar Erdbeeren geholt. Sag mal, wie lange möchte ich dieses Vieh eigentlich noch bringen? Möchtest du mitleveln? Ja, das ist doch gar nicht mehr. Es ist doch gar nicht mehr so, wie lange möchte ich dieses Vieh eigentlich noch draussen. Und das ist doch wie lange kann ich mich nicht mehr auch herum hingen. Oh, ja, da ist doch gar nicht mehr. Oh, ja, da ist doch gar nicht mehr. Das ist doch gar nicht mehr so, wie lange oder so. Ich bin lieber so, wie lange ich den Heißkoswerder hatte. Hi, Stassi! Alles klar! Gut, ich schau dann schonmal... Das hier ist das Rennen, ne? Ja! 1,7! Güte! Das schaff ich never ever! 2,7! 2,7! 2,7! 3,7! 3,7! Ich glaube, Minka hat irgendwie einen Krampf im Po oder so. Oder in den Arm. Weil das sieht nicht gesund aus. Bekommt die eigentlich dann auch ne Überarbeitung, wenn die Charaktere mal überarbeitet sind? Und? Hm. Hi! Ach ne, Moment. Wir können ja gar keine Gruppe machen. Fangen wir mal grad auf. Ich mach ja Highscores. Ja, dann wird das nichts. Ah, okay. Steffi kommt auch noch. Ja. Gut, dann warten wir grad noch. Ach, der Stream, der geht noch lange. Der geht noch bis 20 Uhr. Also. Ja. Oder? War das 20 Uhr? Jo. Ist 20 Uhr. Danke! Das ist sehr nett. Und dann bedanke ich mich damit für die 6 Likes und 21 Abonnenten. Schöner Easy. Das ist wie alles. Jetzt lebe ich mich. Ich mach ja das. Ja. Das ist richtig. Schön. Danke. Ich mach. Danke. Nein, danke. 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 Boat. Danke. 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 Bin ich eigentlich die Einzige, die es dann immer gewöhnt ist, wenn sowas blinkt, dass sie dann da rauf drückt? Kein Problem. Aha. Hey. Also ihr beiden könnt gerne eine Gruppe machen. Bei mir wird das leider nichts, weil... Ja, ich kann nicht mehr rennenreiten. Ich habe schon alle gemacht. Deswegen, wir starten mit diesem Firgroves-Geländerennen. Äh, ja. Habt ihr auch schon gemacht? Oder... So. Eins, sieben. Ja, ob ich das hinkriege? Das ist die eine Frage. Die andere Frage kann ich mir wahrscheinlich schon beantworten. Wird das schwer? Bestimmt. Und... Ja, so wird das eigentlich nichts mit dem Heißkorb, aber gut, wir können es ja mal versuchen. Ja, das schaffe ich safe nicht. Ja, schade. Schade Schokolade. Naja, was soll's. Passiert, würde ich mal sagen. Aber trotzdem eine neue Höchstleistung. So, ich sag schon mal, womit wir als nächstes starten, weil das Dream ist ziemlich weit hinten, glaube ich. Zuerst kommt Minkas knifflige Baumstrecke und danach rückwärts. Warte, ich hab vergessen, diesen Heißkorb anzuschauen. Ja, so wird das nichts, ne? Naja, ich kann's ja einfach mal versuchen. Einfach mal versuchen. Das wird schon irgendwie. Jo, so wird das nichts, aber egal. Da war ne Blume. Oh, Dreck. Das ist doof. Läh. Loll, als ob ich die trotzdem bekommen hab. Ja, aber wir warten auf dich, falls es irgendwann wieder klappt. Also da musst du dir keine Gedanken machen. Wir warten hier dann auf dich. Ja, ich hab noch nicht mal selbst eine neue Höchstleistung geschafft. Wie will ich das denn dann übertroffen hab? Ja, sag ich doch. So, okay. Als nächstes rückwärts. Ich hab's schon wieder vergessen. Warte. 1,19. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Alles klar, musst du ja so, passierende. Naja. Mit welchem Pferd habe ich eigentlich alle meine Heißkuss gemacht? Mit jedem Pferd in meinem Stall, sagen wir einfach mal so. Nee, das kriegen wir nicht. Naja, was soll's. Man kann nicht jeden Heißkuss schaffen und ich glaube, vielleicht sind davon auch ein paar irgendwie höheres Level. Wahrscheinlich. Oh, aber ich habe selbst eine neue Leistung geschafft. Ja, das ist doch auch schon was wert. Gut, wir warten dann auf dich. Oder ich warte auf euch alle. Ja. So macht man das. Gut, ähm... Ich schreib einfach mal. Weil ich glaub, dann geht das alles etwas schneller. Gut, ähm... 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 Und ja... Das ist eigentlich der Sinn eines Jumpy Marathons, dass man was reißt. Gut, ähm... Ja komm, Steffi führt uns. Steffi ist jetzt Anführerin. Gut, ähm... Yay! Eine Blume! Ich glaub, wir sind... Also wir sind nicht alle ungefähr gleich schnell, weil... Ähm... Dings ist Level 16 und das Pferd ist Level 12. Deswegen sind wir wahrscheinlich nicht gleich schnell. Achso... Achso... Hat... Hat das... Das hat nicht jeder noch. Ich glaub, nein. Oder hast du das denn da schon... Nicht, dass wir hier jetzt irgendwie... Okay. Okay, okay. Nicht, dass wir... Dich jetzt irgendwie ausschließen. Blume! Eheh... The broader girls... The broader's girls... Ist... Das hört sich auch irgendwie... Eigentlich wär der Clubname, aber irgendwie was, ne? Okay. So, ich schreibe schon mal vor, gerade um die Highscores anzusehen. 1,41, ach du meine Güte. Das schaffe ich never. Gut, 1,41. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich bezweifle das auf gar keinen Fall, dass wir das irgendwie schon hinkriegen. Nein, gar nicht. Ich habe schon wieder vergessen, dass ich versuche Highscores zu reiten. Gut, reden wir nicht drüber. Vielleicht kriegen wir es hier irgendwie hin. Eigentlich bin ich schon ganz froh, wenn wir meinen Highscore überhaupt getoppt kriegen. Dann bin ich schon froh. Das reicht mir schon. Naja, wenigstens meinen. Das reicht ja schon. Die Welch Punys sind irgendwie im Gegensatz zu den Araber Hundes schon ganz grob. gut, dann geht's weiter. So, damit ich jetzt schon mal direkt frage. Welche Rennen hast du in Whaledale? Lena? Ja. Da. Ja. Was? Alles klar. Dann dir viel Spaß mit deiner Mutter. Ähm... Moment. Ja, da gibt's zwei. Gut, okay. Gut, okay. Ich denke mal, wir machen zumindest mal sowas ähnliches jetzt jeden Samstag. Nur nicht immer mit dem Araber Pinto, sondern auch mal mit anderen Pferden natürlich. Habe ich irgendwie was nicht gesehen hier? Nur. Und... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, da bist du! Ich dachte schon, du hättest wieder eine ZDF gehabt. Naja, dann ist ja gut. Dann haben wir uns wieder. Dann haben wir uns wieder eine ZDF gehabt. Ich habe eigentlich geplant, dass wenn wir später mal einen Discord-Server haben, dass wir dann vielleicht auch mal so einen Stream machen können, wo wir zum Beispiel fangen, verstecken oder sowas ähnliches spielen oder auch, ja, das können wir eigentlich jetzt auch schon machen. Dann haben wir uns wieder eine ZDF gehabt. Gut, ich rate mal wieder schon mal vor, um zu schauen, wie die Highscores aussehen. So, wie sehen sie aus? 1,39 schaffe ich das? War das jetzt 1,39? Ich glaube schon. Wenn ja, dann schaffe ich es. Das habe ich ja wieder toll hingekriegt, ey. Ja, den heißen wir never. Aber gut, egal. Wir probieren es trotzdem mal. Uh, cool. Ja, wie heißt das denn da? Dann könnten wir uns mal anfreunden. Wenn du möchtest, darfst du auch mitreden, dann. Oh, scheiße. Ja, den heißen wir, den schaffen wir definitiv nicht. Oh, scheiße. Ja, wir hätten Hasco Save geschafft. Ich habe nur viel zu oft gefehlt. Gut, okay, dann gehen wir mal weiter. So, das denn hier machen wir auch noch. Klappt das bei dir? Was ist denn hier 1,20? Das schaffe ich doch never. Das schaffe ich doch nicht. Untertitelung. BR 2018 Den schaffen wir glaube ich nicht. Naja, egal. Ich bin in diesen Dingen sowieso nicht so gut. Was ist das denn? Ach, hier. Ja, den haben wir jetzt schon nicht. Den haben wir jetzt schon verloren. So, ich komme aber zurück trotz allem. So, ich komme. 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 Ich könnte mir Yoga vorstellen, dass der Stream schon bei New Hillcust gestartet hat. Das heißt, wir können eigentlich schon bei New Hillcust aufhören, aber nein, das mache ich nicht. Ich bleib bis 20 Uhr. So, ich halte das, ich halte das, ich halte das, ich halte das jetzt durch. Ich halte das, 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 ich halte Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, nächste Statione Malachs Farme. Jo, ich komm. So, jetzt kann ich die ganze Zeit mit so einem Rasierer und Wolle von Schafen mit dem Inventar rumlaufen. Perfekt. Aber ich finde, das Rennen bei Marley mit diesen neuen Fässern ist irgendwie schwerer geworden. Also zumindest diese Abkürzung bei dem einen Fass da. Ja. Ah, toll, dass ich jetzt weggestoßen wurde. Weswegen auch immer. Ja, Marleys... Warte, nee. War das Marleys Turnier? Ich glaube schon. 42. Das schaffe ich doch never ever. Ich denke mir, die Hälfte der Zeit, das schaffe ich nie im Leben. Und am Ende ist es auch meist so. Ja. Ich bin echt nicht gut in Highscore-Rennen. Ich auch nicht. Also wenn ich es darauf abgesehen habe, gut zu sein, dann schaffe ich es irgendwie immer. Dann schaffe ich es irgendwie nie. Aber wenn ich es überhaupt nicht darauf abgesehen habe und eigentlich nur mein Pferd leveln möchte, dann kommen auf einmal am nächsten Tag irgendwie drei Nachrichten, dass ich die Beste war. Ja, gut. Ja, da denke ich mir dann auch immer nur so, äh, ernsthaft? Fühlt man sich dann doch ein bisschen krass so in dem Moment. Ja, cool, ich habe was erreicht. Ja. Vor allen Dingen, wenn man dann noch so mega scheiße in Champis ist. Ja. Vorhin in Morland, ich wäre fast ausgerastet, weil ich plötzlich Netzwerkfehler bekommen habe und ich war am Ende und war erst da. Ja, das ist dann immer so, ah, da denkt man sich nur so, Star Stable, musste das genau jetzt passieren? Ja. Hätte ich ein paar Minuten später passieren können. Ja, ist so. Ja, da wäre man zwar wahrscheinlich auch ausgerastet, aber ist immer noch besser als mit einem Champi. Ja, ist so. Oder kurz vorm Ziel. Stell dir vor, du hast so eine Millisekunde vorm Ziel und dann... Ja. Netzwerkfehler. Danke, Star Stable. Jo, ich schaffe das halt nicht. Nö. Höh. Äh, ja, WLAN. WLAN Star Stable. Aber irgendwie finde ich es auch cool, dass sie die Abkürzung drinnen gelassen haben. Achso, ich habe ja bei ihm gar nichts mehr. So, was ist der Highscore? 42. Das schaffe ich auf gar keinen Fall. Ich könnte manchmal echt heulen. Warum sind die alle so gut? Das schaffe ich mich auch manchmal. Aber ich glaube, das ist so eine Bugs oder so. Ich weiß es nicht. Aber in Morland oder so... Ja, 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 ja. Da steht dann immer 00002. Ja. Wie will man das denn bitte schaffen? Das kann man nicht schaffen. So ganz ehrlich. Nee, das ist irgendwie nicht möglich. Ja. Ich habe mir schon so gedacht, wie krass ist die Abkürzung, die die nehmen denn bitte? Weil ich dachte, das wären keine Cheats und habe deswegen in YouTube mal danach gesucht. Aber kam auch nichts. Also, ja. Es ist echt nicht möglich. Nö. Meine kleine Schwester so, ist ja noch nicht so ganz schlau, was SSO angeht, fragt sie mich so, wie man das hinkriegt. Und ich dachte so, ja, das sind halt die Spieler, die nicht so ganz fair spielen wollen, ne? Ja. Da kann man halt nichts dran ändern. Ja. Leider. Ja. Aber zum Glück ist das immer nur bei dem Beste aller Zeiten so. Ja. Sonst könnte man das ja gar nicht schaffen. Naja, das wäre sonst echt unmöglich irgendwie. Und dann kommt Star Stable so, Ja, also wir fixen mal die Bugs, die was bringen, aber die Bugs, die euch nichts bringen, sondern nur Schaden verursachen, die lassen wir drin. Ja, ey. Das ist immer so. Warum? Ja, ich verstehe das auch nicht. Auch dieses mit dem, dass man bei Silverglade Champinezzi bekommt. Oder zumindest manche. Ja, ich bekomme das immer. Das ist echt nervig. Mhm. Aber manchmal denke ich mir auch, ob sie wirklich was dafür können, weil vielleicht sind beim Silverglade Champi einfach nur zu viele. Ja, also als ich beim letzten Mal da war, also ich bin es jetzt halt Ewigkeiten nicht gegangen, weil ich halt dauernd Netzwerkfehler bekomme. Ja, ja, klar. Dann waren da immer recht wenige, tatsächlich, fand ich. Ähm. Ja. Ja. Es war ein bisschen frack. Ja, heute Morgen, als ich das Jumpy geritten bin, weil ich hatte das eigentlich auch, aber seitdem ich auf Server 10 bin, geht's irgendwie wieder. Äh, da war das auch so. Da war irgendwie, ich glaub, da waren ein paar Leute. Da waren vielleicht, ja, also wir hatten auf jeden Fall eine Gruppe, vielleicht mit 10 Leuten. Keine Ahnung. Ja, okay. Das sind wirklich nicht so viele, oder? Nee, also wenn man sich mal das Silverglade-Championat sonst anschaut, weil da kann ja so gesehen jeder Zweite hin, jeder, der Star Rider hat, kann da hin. Ja. Und ich meine, so schwer ist das auch gar nicht, das Jumpy von daher. Ja. Das Einzige, was es schwer macht, ist, dass da so viele Leute sind. Ja. Aber da hab ich mich auch so aufgeregt, weil ich war da so, ich war Sechste. Und als ich dann in mein Heimi gegangen bin, schön das Pferd absatteln wollte, ich seh nur so, ich hatte keine Hufeisen drauf. Oh. Da hab ich mir auch nur so gedacht, safe wär ich irgendwie Dritte geworden, hätte ich das halt nicht vergessen. Da müssen wir da Jumpy reiten, wir haben noch 5 Minuten. Oh. Äh, ja, sollten wir vielleicht mal anfangen hinzurennen, nicht, dass das dann wieder so wird, dass... Ja. Ja, ich lass mich abholen, ich bin nämlich in Moorland, Heimatstall. Ja, ja, dann... Wenn ich von da aus weiter, dann sehen wir uns auf dem Jumpyplatz. Jo. Ich muss nämlich noch schnell Pferd wechseln. Ja. Ich glaub mit nem Zwölfer oder Dreizehner? Zwölfer. Mit nem Zwölfer-Easy kriegst du nicht so viel hin. Nee. Zumindest nicht mit den vielen Araber Pintos da. Ich hab tatsächlich auch einen, bloß ich bin irgendwie... Ich reit lieber die Isländer als die Araber Pintos. Ich hab auch nichts gegen die. Bloß das Leveln irgendwie, ich hab irgendwie momentan mehr Spaß am Isländer-Leveln, keine Ahnung. Ja, ich hatte auch mehr Spaß daran, glaub mir. Aber ich hab mir so gedacht, oh, ich bin so scheiße in Jumpies. Jetzt brauch ich einen Araber Pinto und den muss ich auch schnellstmöglich ausleveln. Dadurch kam das eigentlich. Und jetzt hab ich zwei ausgelevelte Araber Pintos. Ja, gut. Aber eigentlich find ich das sogar ganz gut, weil es wechselt immer mit meinen Geschmäckern. Manchmal reite ich den, manchmal reite ich den anderen. Ja. Warum ist der Jumpy-Platz so voll? Ich find keinen Platz, wo ich mich hinstellen kann. Ja. Oh Mann, oh Mann. Ja, dann stellen wir uns hier hin. Pferdlauf schneller. Ich weiß grad nicht, ob das mein WLAN ist oder ob hier... Ja, weil da hing grad bei mir einfach jemand in der Luft. Ähm, okay. Ja, gut, ne? Ja. Normal. Ja, also wer hängt dann nicht gerne in der Luft rum? Ja, also ich häng doch mega gerne in der Luft rum. Ja. Aber was ich auch irgendwie blöd finde, ist das, wenn es gerade hängt, dass dann bei den Rennen trotzdem die Zeit runtergezählt wird. Also nicht das, bis man zu dem nächsten Checkpoint kommt, aber die Zeit da oben. Das ist auch blöd. Ja. Weil wenn man dann die ganze Zeit ruckelt, wenn es dann die ganze Zeit ruckelt, dann kann man ja eigentlich gar nicht die Highscores schaffen. Ja. Wer mein WLAN kackt gleich ab, dann weiß ich auch nicht weiter. Ja, und dann bist du wieder kurz vorm Ziel und Erster. Hm. Wenn ich auch Zweiter oder Dritter wäre, ey. Ey. Ne, also... Ja. Ja, das... Dann erst mal hoch. Ja. Also, was ich schaffe, mit einem Level 12 den dritten Platz zu erreichen. Was ich nicht schaffe, mit einem Level 15er Araber Pinto den ersten Platz oder mindestens mal dritten zu erreichen. Ich komm nie in die Top 5. Ja, gut, ne? Hat alles irgendwas schief gelaufen? Ja, glaube ich auch. Oha, es scheint gerade mal die Sonne. Bei mir scheint den ganzen Tag die Sonne. Mittlerweile nervt es. Bei uns stürmt es extremst. Echt? Ja. Oh Gott. Wir haben richtig krassen Wind hier. Also, ich bin erstaunt, dass noch bei uns noch nichts vom Stall abgeflogen ist. So Togo oder so. Das ist nämlich irgendwo mal gewesen. Dafür ist aber ein großer Baum im Garten umgefallen. Ja, perfekt. Das Praktische da dran war, der war morsch und musste sowieso im Sommer runter. Das... Dann ist es praktisch. Ja. Irgendwann ja schon. Ja. Also, als hätte der Wind das gewusst. Ja. Jetzt muss man dazu finden, den noch wieder da aus dem Garten zu holen. Ja. Bin ich eigentlich die Einzige, die findet, dass irgendwie, wenn man den kompletten Tag nichts zu tun hat und irgendwie nur irgendwas am Spielen ist, dass man dann irgendwie denkt, der Tag geht langsamer rum, wie wenn man irgendwas zu tun hat? Ich glaube nicht, dass du die Einzige bist. Gut. Oh no. Yay. Jumpy Gruppe 1 mit 20 Teilnehmern. Da kann ich auf jeden Fall was reißen. Also die Chance ist gestiegen. Definitiv. Ja. Und... Ich bin schon drei. Glückspilz. Ähm, ja. Also, hier sind irgendwie die Hälfte der... Ähm, die Hälfte der Pferde sind Araber Pintos. Hier sind auch ein paar American Quarter von den Alten. Oder Appaloosa. Ja, da kann ich definitiv was reißen. Vor allen Dingen, wenn ich mega schlecht hier drin bin. Ja, gut, ne? Also, in meiner Gruppe scheint im Moment nur ein Araber Pinte zu sein. Ne, jetzt. Oh. Haha, auch gut. Ja. Ja, direkt 15. So muss das. Ja, ich reiß hier nichts. Bei mir hast du auch nicht gestartet. Ja. Ja, direkt am Anfang gefällt. Perfekt. Oh, ich hab den Checkpoint bekommen. Ernsthaft? Lol. Ja, umsonst umgedreht. Okay, ich hatte einen perfekten Start. Ich bin stolz auf mich. Ja, ich hatte einen scheiß Start. Ich bin direkt auf Platz 15 runtergefallen. Wer hat jetzt da? Nicht hingleiben. Ich bleib' jede zwei Sekunden hier gefühlt hängen. Aber das ist Natur bei mir. Erstmal von zwei Heuballen getroffen werden. Ich find, da kann man so irgendwie, finde ich, schwer ausweichen bei den Heuballen. Ja. Weil da fällt ja wirklich jede zwei Millimeter einer. Ja. Was macht sie? Warum geht sie? Warum ist sie so schnell, wenn sie geht? Und warum kann sie im Gehen springen? Warum rennt sie jetzt wieder? Ich verstehe das nicht. Erst ging sie Schritt, jetzt galoppiert sie auf einmal wieder und konnte eben im Schritt springen. Ja, jetzt kapiere ich irgendwie gar nichts mehr. Ja, es wäre toll, noch in die Top 10 zu kommen, jedoch bezweifle ich, dass ich von Platz 15 in die Top 10 komme. Ähm, ja, also die Chance ist ziemlich gering. 13! Das ist ganz gut. Dafür, dass ich mega schlecht hier drin bin. Ja, ich packe Platz 3 und überhole fast noch einen. Ich wünsche dir Glück. Das ist... Auf alle Fälle schon mal überholt. Keine Ahnung, aber das ist auch wieder so typisch ich. Niemandem Glück wünschen oder Spaß wünschen, aber am Ende schreiben herzlichen Glückwunsch an alle. Das bin nur so ich. Das macht niemand anders. Ich weiß nicht, ob ich Zweiter oder Dritter bin, wir sind ziemlich gleich ins Ziel gekommen und ich habe vergessen, auf die Jumpy-Gruppe verlassen zu drücken. Ja, gut. Aber ich war Dritter, dann ist man in Hektik, also fäng ich an sowas. Ja, klar, klar. Deswegen mache ich das eigentlich immer direkt am Anfang. Ja, okay. Das muss ich mir immer merken. Ja. Aber eigentlich war es ja ganz gut, weil dann hast du ja nicht gesehen, in welcher Platz du warst und dann siehst du das gleich am Ende, wenn das Ding abgelaufen ist. Weil das denke ich mir manchmal auch so. Ach, hätte ich doch jetzt nicht verlassen, dann wüsste ich jetzt, welcher Platz ich genau war. Weil man hat ja schon dann so einen gewissen Reiz, das zu wissen. Ja, ich war kein Dritter. Naja, trotzdem gut. Besser wie ich, würde ich mal sagen. Ja, ein bisschen, ne? Ja, Hallöchen. Ja, bist du. Ja. So. Mein Outfit ist super schön für Jumpy's, also, ne? Ja. Eigentlich voll die Grottenkombination, aber es sind halt gute Werte eigentlich drauf. Ja, dann passt's. Ja. So, ich wollte dann nochmal kurz Pferd wechseln. Mach das. Ich lass mich auch abholen. Warte, wo waren wir eigentlich eben mit den Highscores? Wir waren zuerst beim Aleys Farm, glaube ich. Ja, dann waren wir gerade beim Silverblade. Dann wollten wir gerade zum Silverblade Landgut, genau. Genau. Ja. Dann wissen wir das wieder. Das ist gut. Ja. Dann fahre ich mal gerade zum Silverblade Landgut. Nein, nicht Silverblade Village. Und dann, wenn du Moorland suchst und es nicht findest, weil es die Moorlandstelle heißt. Ja, gut, ne? Ja. Da denkst du dir dann auch nur so, wieso möchtest du Stars, der will mich eigentlich so hart krass verarschen. Bin ich die Einzige, die diese Leute hasst, die einfach nur in den Chat schreiben, Juhu, Erste? Ähm, ich versteh's auch immer nicht. Ja, und? Was hast du jetzt davon? Ja, also, die Person hat dann in dem Moment einfach nur eine Schleife. Habt vielleicht in dem Moment für sich selber ein bisschen Ehre, ne? Ist ja alles schön, ne? Ja, aber warum muss das denn jetzt die komplette Star-Stable-Welt wissen? Das ist nur die Frage, ne? Ja. Da finde ich es ja sogar besser. Besser, nichts zu schreiben. Ja. Weil das Ding ist, wenn man nichts schreibt, kann man das ja auch gerade mal vergessen haben oder so. Ja. So, ich bin jetzt wieder bei den Rennen. Ja, ich auch. So, eine noble Strecke ist das, glaube ich, ne? Eine Minute! Äh, zwei Sekunden für dieses Rennen! Das brauche ich doch nicht zu probieren! Das schaffe ich niemals! Wie soll ich denn zwei Sekunden übertreffen? Das war auf gar keinen Fall ein Cheater. Nein! Wie kommst du nur darauf? Das weiß ich auch nicht! Warum nur bei Silverglade Landgut? Diese Dina Breeze Rock, die Cheater die ganze Zeit, die hat 47 Millisekunden dafür gebraucht! Alles klar! 91 Millisekunden! Ja, bestimmt schaffe ich das! Ja! Was bringt ihr jetzt? Gut, dann machen wir eine noble Strecke! Ja, die habe ich da tatsächlich schon und deshalb mache ich einfach eins von den anderen! Ja, mach das! Ich meine, ich schaffe das ja sowieso nicht! Ich meine, wie soll ich denn zwei Sekunden bei diesem Rennen übertreffen? Ähm, das ist eine sehr gute Frage! Ja! Also, das ist ja nur möglich, wenn ich cheate! Ich mag vom Isländer die Mähne voll gerne! Oh ja, die liebe ich auch! Das ist einfach voll schön! Und dann sind die Leute, die dann... Also, ich habe ja nicht gegen diese Zöpfchen, aber Zöpfchen auf dem Isländer, nee! Nee, ich finde dann sieht... Also, bei manchen Isländern geht's! Es kommt immer auf die Farbe an! Aber... Nee! So, bei manchen sieht das dann einfach nur so aus, als hätten die den total nackten Hals! Ja! Das ist... Nee! Nee! Das erinnert mich dann irgendwie an diesen Achal-Tekina! Ja! Aber dann habe ich auch die Mähne direkt geändert, weil mir dieses ganz Kurze nicht gefallen hat! Ja, ich müsste das auch mal machen, weil ich habe meinen Achal-Tekina... Ich habe den ein... Ein Rennen habe ich mit dem gemacht und seitdem steht der nur noch im Stall rum! Ja! Ich habe, glaube ich, auch nur so zwei oder so mit dem gemacht und dann... So! Ja! Ja, ich warte einfach auf dich! Ja, ich komme! Okay! Boah, ich habe Höchstleistung... Höchstleistung geschafft! Bravo! Bin ich eigentlich die Einzige, die im Film immer so richtig mitfühlt und dann immer, wenn die anderen, die im Film klatschen, dann auch anfängt zu klatschen? Ich mag nun mal... Guck mal drauf an, was die da gemacht haben! Ja! Also, wenn das jetzt so eine Vorführung ist und ich fand's scheiße, dann klatsch' ich nicht! Äh, ich auch nicht! Wieso soll man dann klatschen? Hat er das denn... derjenige das dann nicht verdient? Ja! Hast du den Gartenwettbewerb oder hast du den nicht? Weil wenn nicht, dann machen wir den nicht! Äh, also hier unten, die, habe ich beide Reihen. Also... Ja, okay. Also du hast nur die beiden hier? Ja. Okay, dann hast du den Gartenwettbewerb nicht. Ja, okay. Für Anfänger. So, Highscores. Dina Breeze Rock! 2 Sekunden und 14 Millisekunden. Ach, Mann. Das werde ich auf jeden Fall toppen. Also, definitiv. Ja, klar. Ist ja nicht so, als hätte ich das jetzt schon überschritten. Ich finde es gut. Aber es wäre irgendwie cool, wenn es mal so ein Rennen gibt, wofür man eine Sekunde brauchen kann. Also ohne zu cheaten. Und man dann sich die ganze Zeit so umkämpfen müsste, wer am schnellsten dieses Rennen schafft. Ja, dann geht es am Ende um Millisekunden, ne? Ja. Oder ein Rennen, was man in einer Millisekunde schaffen kann. Das wäre so geil. Ja. Weil man könnte... Weil dann gibt es ja auch so einen Bug, dass man dann das Rennen in sogar null Millisekunden schaffen kann. Mhm. Das wäre so geil. Weil dann könnte man bei diesem Rennen nicht cheaten. Und dann müsste man wirklich... Das wäre so ein faires Rennen. Weil da kann man nicht cheaten. Ja. Ja, aber diese Dina, die ist sich auch sicher, dass sie das heute schafft, ne? Die hat auch sehr fair gespielt. Ja, das brauche ich auch wieder nicht zu probieren. Das sind zwei Sekunden und 42 Sekunden. Aber ich mache es trotzdem. Weil Rennen reiten macht Spaß. Und vielleicht schaffe ich ja wenigstens den zweiten. Also ich werde die nicht machen, weil ich sowieso zu blöd bin, um irgendwie sowas zu installieren. Ja, dafür auch. Bin ich auch zu blöd. Und vor allen Dingen hätte ich Angst, dass dann Viren da mit auf meinen PC kommen und ich dann überhaupt gar keinen Star-Star-Star-Willmer spielen kann. Das wäre ja auch gut. Vor allem würde ich es auch gar nicht auf meinem richtigen Erkrank jetzt hier so tun, weil... Nein, du kannst gesperrt werden dafür. Ja, eben. Dann riskiere ich hier besser nicht, ne? Also, dafür ist es für meine Mutter noch zu bedenken. Ja, meiner mir auch. Ich meine, ich könnte das zwar easy wieder in einem Jahr schaffen, Level 20 zu erreichen, aber nein, hallo? Da hat man dann auch keine Lust drauf. So unbedingt. Also ich habe zählige Zweitaccounts, da habe ich, wenn so ein Star Rider Code kam, habe ich nichts mehr darauf gemacht. Weil das ist langweilig, das dann nochmal zu machen. Ja. Ich habe auch nicht Star Rider Accounts, ich glaube so einige. Einfach so aus langer Weile. Vor allem hier zum Weihnachtsabdack mit diesem 300 Star Quotes, da wollte ich dann so viele verschiedene alte Modelle. Ja, ja und mittlerweile, ich benutze kein einziges, ich benutze keinen einzigen Account mehr davon. Höchstens, höchstens auf dem auf Star Stable Mobile. Mal kurz, um anzufreunden, aber sonst nein. Wieso? Was ist dein Hasspferd in deinem Stall? Mein Hasspferd ist dieses eine Unpferd, was es im Moment bei hier Greg, glaube ich, zu kaufen gibt. Oh ja. Ja. Die grüne. Das wollte unbedingt, also meine Schwester wollte unbedingt, dass ich das habe. Weil sie das voll feiert. Also ich finde, um ehrlich zu sein, ich finde gar keins davon so richtig schön. Also die Farben, finde ich, sind ja noch okay manche, also das Dunkel, also das Dunkle mit der blauen Mähne, finde ich irgendwie schön. Ja. Aber nicht von der Form her, von der Farbe ja oder nein? Form, nein, definitiv nein. Achso, ich habe ja gar nicht mehr die Rennen. Ja, nee, wir fangen jetzt nicht mit der dritten an hier. Ja, also ich glaube, man kann sich jetzt schon vorstellen, wer da wieder am Werk war. Ähm, die, die die ganze Zeit da schon irgendwie war. Ja, natürlich. Ja. Ja. Ich verstehe es aber immer noch nicht, warum macht man sowas? Nein, verstehe ich auch nicht. Es ist vor allem für die anderen Spieler, es ist ja noch nicht mal fair, die das halt fair spielen wollen. Ja. Das ist ja noch nicht mal richtig fair, wie ich das so finde, weil, okay, wenn die es jetzt, wenn die es jetzt vielleicht bei zwei, drei Rennen machen würden, okay, ist auch uncool, aber da kann man ja noch viel, ne? Ja. Aber vielleicht fast, sag ich jetzt mal, bei allen Rennen so gefühlt. Ja, also bei, wenn es jetzt bei drei Rennen ist, dann ist es zwar nicht cool, aber es ist noch okay, weil dann gibt es so viele andere Rennen, wo man es noch machen kann. Aber wenn das jetzt in einem Ort alle Rennen sind, dann ist es auch nicht mehr spaßig. Nein. Ich wollte gerade abgeben. Super. Ich glaube, du bekommst nichts. Ja, ich auch. Aber ich glaube, ja, jetzt brauche ich aber auch nicht mehr zu gucken, ob ich denn den Highscore schaffen kann, weil den schaffe ich sowieso nicht. Ja. Ich glaube, du bekommst nichts. Wenn dein Kopf sonst nur so voller Themen strömt und dann du diesen einen Moment hast, wo du gerade gar kein Thema hast. Ähm, ja. Ich glaube, der ist gerade da. Ja. Das Rennen mache ich jetzt gerade nicht, weil kein Bock darauf. Ja. Geht euch noch schnell das letzte Rennen und dann... Ja. ...können wir, glaube ich, rein. Ich kann warten. Aber irgendwie ist es komisch. Manchmal sind die Clubs mit den Namen, die am wenigsten Sinn ergeben, auch die Namen, die am besten sind. Ja. 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 Zum Beispiel die Energy Pirates. Ich finde der Name, da kann man direkt erkennen, dass das ein Jumpy Club ist. Ja. 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 Finde ich auch. Und der Name hört sich ja noch ganz gut an, ne? Ja. Ja, ist so. Also, äh, wäre ich nicht schon in meinem eigenen Club, dann, ich denke, ich würde da sogar reingehen, weil ich bin so gesehen mit Piraten aufgewachsen. Deswegen, ja. Ja. Aber ich glaube, der ist sowieso schon voll. Ja. Nein. Ähm, mit Clubs, äh, da habe ich irgendwie nicht so ganz viel Ahnung, beziehungsweise so viel spiele ich dann auch nicht, dass ich dann irgendwie in den Club beitreten kann. Ich habe halt meinen eigenen, weil mich nervt es halt manchmal, weil ich sauernde Club-Anfragen bekomme, wo ich dann halt sowieso nicht reingehe. Ja. Ähm, weil ich finde halt nicht so oft Zeit zum SS-Grohspielen, weil ich gehe halt irgendwie zwischendurch auch mal arbeiten, dann Schule, dann habe ich noch meine eigenen Tiere zu Hause. Ja, ja, klar. Dann wird das nur am Wochenende irgendwie mal was und dann Club-Treffen oder so, komme ich dann meistens nicht und dann wird man rausgeschmissen und dann denkt man sich so, ja, okay. Ja. Deswegen habe ich es aber auch bei meinem Club so gemacht, wir haben zwar in der Woche Club-Treffen, aber wenn man keine Zeit hat, dann muss man dazu auch nicht kommen, weil das sehe ich nicht ein. Ja. Wieso sollte man denn rausgeschmissen werden, wenn man keine Zeit hat? Ja, eben. Das finde ich jetzt so ein bisschen blöd, weil wenn man halt keine Zeit hat, hat man halt keine Zeit, ne? Ja, klar. Und es ist ja auch bei manchen so, dass dann haben die da abends noch Club-Treffen und sind gerade irgendwie aus der Schule gekommen, dann hat man natürlich auch keinen Bock mehr darauf. und dann möchte man schlafen, sich ein bisschen ausruhen. Ich bin abends meistens auch so kaputt, da gehe ich noch nicht mal mehr an den Laptop, weil ich mir nur denke, nee. Ja, klar. Das ist zu spät, sonst schaffe ich morgen Schule wieder nicht, dann kann es passieren, dass ich da einpenne. Das wäre dann nicht das erste Mal. Ja. Wo wir gerade schon von einpennen in der Schule reden. Damals in der Grundschule ist mir was so Dummes passiert. Ich glaube, wir haben irgendwie, ich weiß nicht mehr, ob wir einen Test geschrieben haben oder ob das einfach so ein Arbeitsblatt war, aber wir haben dieses Arbeitsblatt bekommen. Meine beste Freundin damals ging auf die Toilette und ich schlaf einfach ein. Und als ich aufgewacht bin, habe ich mir nur so gedacht, höh, wo bin ich gerade? Warte, habe ich geschlafen? Ja, gut. Ja, die Heisgoren hier mache ich auch nicht. Da war auch wieder diese Dina da am Start. Ja. Dann setze ich mich hier ein bisschen auf die Bank. Du machst das. Ich glaube, die zwei rennen einmal. Kannst du hier nicht benutzen? Ich habe nichts da drauf getan. Also, dass ich meine Hand hier nicht benutzen kann, habe ich mir gedacht. Kann ich ein bisschen Heu da rauflegen? Schade. Schade. Warte, was ist eigentlich das nächste Jumpy? Äh, Golden Hills. Das ist toll, dass wir da gerade sind. Ja. Du musst gerade kurz überlegen. Warte, was? Äh, ach so, ja. Äh, stimmt. Manchmal fangen sie einfach durcheinander. Ja, ich... Wobei ich weiß, was es ist. Aber so, gerade so in dem Moment so, hä, warte, was war das? Ja. Hä? Ja, diese Momente kenne ich. Nochmal eine Random-Frage. Was ist dein Lieblingspferd in SSO? Ähm, muss ich mal überlegen. Das ist eigentlich eine schwierige Frage, weil ich habe so einige Fälle, die ich gerne mag. Ja, bei mir wäre das auch so. Also, weil ich finde, man müsste wirklich alle Pferde vor sich stehen haben, um das klar und richtig beantworten zu können. Ja. Also, was ich halt auch immer so finde, weil ich kaufe mir halt meistens gar keine Pferde, die ich halt nicht mag. So, warum soll ich die dann kaufen, ne? Ja. Also, dass halt meine Schwester sagt, ich soll das holen. Also, so manchmal frage ich sie, wenn ich sage, ich möchte ein Pferd haben, neues. Welches ich nehmen soll. Sie so, ja, das ist das und das. Ja, toll. Super. Okay. Ja. Okay. Äh, aber ich glaube, am liebsten mag ich so den Andalusier. Also halt Generation 3 und den Isländer. Ja, die mag ich auch beide sehr gerne. Bei mir würde aber noch Araber der Generation 3 dazukommen. Können wir weiter? Ja, aber das ist der eine, der dunkle mit der kleinen weißen Blässe, glaube ich, ist das. Der schwarze Mähne. Den habe ich gesehen und den musste ich irgendwie haben. So, das war so ein Muss für mich. Ja, den habe ich auch. Ich habe vor mir alle Araber zu kaufen. Ja. Ich finde die Gangarten von denen auch mega süß. Ja, ich auch. Für den Trapp, der sieht so süß aus. Oder sind wir jetzt auch so irgendwie elegant, aber auch gut. Ja, und auch süß. Also die Araber sind irgendwie so eine Mischung aus allem. Ja. Die, finde ich, haben SSO eigentlich ganz gut hinbekommen. Ja. Wo wir gerade schon davon reden, wie findest du das eigentlich, dass SSO eigentlich so gefühlt, ja, die bringen sogar jeden Monat ein neues Pferd raus. Momentan. Ich finde, die was lieben. Also, wenn die jetzt jeden zweiten Monat was rausbringen würden, würde ich es dann noch okay finden. Aber jeden Monat finde ich es halt echt ein bisschen, ah, nee. Ja. Weil du kannst ja, sag ich jetzt mal so, nicht so viele Starcoins kaufen. Ich zum Beispiel darf nicht so oft Starcoins holen. Ja, ich auch nicht. Ich darf halt einmal jetzt so 10.000 holen, da war ich, fand ich cool. Ja, klar. Aber ansonsten, meine Mutter ist da halt ziemlich streng, so was halt Online-Spiele angeht und dann halt auch noch bezahlen. Ja, klar. Es ist dann ja auch nicht mal richtig wenig Geld, ne? Nee, natürlich nicht. Und deshalb, ja, nee, es ist ein bisschen viel, weil, klar, wenn das gute Pferde sind, möchtest du dir, ja, aber wenn du dementsprechend keine Starcoins hast, hast du halt in dem Moment nicht so. Ja. Das Ding ist, man kann ja noch nicht mal wirklich auf die Pferde sparen, weil Stars-Spiele so viele rausbringt. Und es wird sich ja nicht mal wirklich verbessert. Die Pferde bleiben die ganze Zeit gleich schlecht. Momentan. Ja. Eben. Ich find, die Pferden bleiben so ziemlich gleich. Die werden langsam immer mehr vom Araber nachgemacht. Also beim Araber, das find ich, sehen die gut aus, aber bei den anderen, find ich, passt das wieder nicht mehr so ganz. Ja. Ja. Und das passt nicht. Und das Ding ist, manchmal werden die Pferde ja auch einfach nur noch aus anderen Pferden zusammen gemixt. Ja. Damit man da irgendwas Gutes rausbekommt. Mhm. Das ist mir zum Beispiel beim American Quarter Horse mega aufgefallen. Äh, nicht beim American Quarter Horse, beim American Paint Horse. Ja. Das hat für mich sofort nach dem Araber nur ein bisschen fetter ausgesehen. Ja. Und das American Paint Horse, was ja eigentlich genau das gleiche ist wie ein American Quarter Horse, nur mit Flecken, finde ich, das sieht überhaupt nicht gleich aus. Ja. Das Einzige, was gleich ist, sind die Gangarten. Wow. Ja. Das ist auch so ein bisschen so, es ist, äh, naja, das muss nicht unbedingt sein, da hätte man ein bisschen was machen können, ne? Ja. Also ich spiele die Pferde von den Flecken und so, find ich mega süß. Und die Pferde generell sind eigentlich auch ganz cool, aber man hätte ja wohl was anderes auch als Special Gang oder so machen können, ne? Ja. Und ich find auch, die American Quarter Horse-Animationen passen da nicht so wirklich drauf. Also alles bis auf der Galopp, bis auf der schnelle Galopp. Ja. Sonst find ich, da passt alles drauf, aber dieser schnelle Galopp, nein, der passt da nicht drauf. Das sieht da immer aus, als wäre das eine Giraffe oder so. Ja. Und das ist auch der Grund, warum ich die nicht mehr so oft reite. Oder besser gesagt, gar nicht mehr reite. Ja, ich hab einen Quarter Horse und den hab ich halt geholt, weil der im Angebot war und dann auf Level 10 und dachte mir so, okay, da brauchst du nicht so lange reiten. Ja, ja. Weil ich mochte die Farbe halt, das aus dem Hut wollte ich den eigentlich hauptsächlich haben, weil der vom Aussehen irgendwie schön war. Aber das war's auch wieder. Ja, ich hab mir auch zwei American Quarter Horses geholt, als die im Angebot waren. Vorher wäre ich nicht auf die Idee gekommen, weil ich find das mit dem Kopf so niedrig. Finde ich, ne. Das find ich so, meh. Ja. Also als Wildpferd, finde ich, sieht's besser aus, wie, ja. Was ist das denn jetzt? Ich weiß es nicht. Man muss hier hochgaloppieren und springen und alles auch drum und dran. Aber es muss da unbedingt sowas sein. Wenn da ein Weg abgebildet ist, da soll man da bitte auch im Schritt hochreiten können. Ja, ist wahr. Das macht doch sonst keinen Sinn. Ja. Da ist ein Stein, ein Pferd. Du musst da drum rumlaufen, danke. So, 30 Minuten noch, dann gibt's Golden Hills-Championat. Vielleicht könnten wir das sogar, wenn wir noch in Golden Hills sind, könnte das vielleicht sogar starten. Dann muss ich trotzdem zwischendurch einmal zum Heimatstall, weil ich Pferd wechseln muss. Weil ich glaub nicht, dass ich mit dem Pferd reisen werde. Nein. Also ich meine, klar, die Isis sind gut, sind die zweitbesten Pferde in Champis, aber trotzdem ist es... Also mit den vielen Araber Pintus, die da sind, wirst du da nix reisen. Vor allem, da ist man vielleicht einmal nicht mehr ausgelevelt. Die Ruf 1 sind auch im Heimatstall, also... Ja. Vielleicht mache ich das nächste auch mal mit dem Isis oder mit dem Friese. Weil ich habe auch noch einen Friese der Generation 2. Ja. Den mochte ich tatsächlich. Ich habe den zwar gekauft, weil ich hatte in dem Moment dann so als zweites Pferd zum Kaufen, hatte ich halt die Starcoils gespart. Mhm. Und ich wollte halt irgendwie den Ding haben, weil... Starcoils waren halt da. Ja. Dann habe ich es irgendwann voll bereut, weil ich fand dann irgendwie... den irgendwie ein bisschen komisch. Ja. Jetzt geht das irgendwie wieder, weil er irgendwie alles mögliche an Champis hinkriegt. Deshalb mag ich den jetzt wieder. Ja. Also bei mir ist es unterschiedlich. Ich finde, der Friese ist ganz gut, aber die Generation 3 finde ich irgendwie besser. Auch wenn ich den Trab beim Alten besser finde. Weil ich finde, der Trab, der hat irgendwie was. Und das war eigentlich der einzige Grund, warum ich diesen Friese überhaupt wollte. Ähm, aber ich hatte auch, ich hatte auch... Bei mir war das eigentlich ähnlich wie bei dir. Ich hatte zum ersten Mal 500 Starcoils angespart, weil damals habe ich mir immer Klamotten von Starcoils geholt. Und mache ich manchmal immer noch. Äh, das ist aber jetzt nicht Thema. Und ich habe mir das dann angespart. Und dann wurde dieser Friese runtergesetzt. Und ich nur so, oh, die muss ich jetzt haben. Ja. Das ist so... Wenn man das dann so als erstes mal so irgendwie richtig gespart hat, denkt man so, ja, es muss da auch irgendwas kommen. Ja. Und dann, einmal hatte ich diesen Moment, ich hatte so viele Starcoils angespart. Ich hätte nur noch ein einziges Mal sparen müssen, damit ich mir hätte ein Pferd holen können, was auf meiner Wunschliste stand. Was mache ich? Gebe es für Klamotten aus. Das fühle ich. Ja. Also, ja, da braucht man nicht zu sagen, dass es irgendwie, ja... Ja. Aber ich habe das auch, ich habe das da auch nur angespart, weil ich da ein paar Wochen nicht online war im Starstable. Ja. Ich war jetzt auch eine Weile nicht online, deshalb hatte ich dann tatsächlich auch mal wieder 2000 Starcoils. Aber, dann kam da halt dieses hier Welchpony, was ich an sich ja ganz süß fand. Deshalb ist auch eins eingezogen. Ähm, deshalb sind das jetzt wieder weniger Starcoils. Hm. Ja, bei mir, also ich finde sie eigentlich auch ganz süß, aber bei mir kann keins einziehen, weil ich die ganze Zeit vergesse, meine Starcoins zu sparen. Ich habe schon wieder nur 43 und wir haben heute erst 100 dazubekommen. Äh, ja. Okay. Dagegen habe ich tatsächlich dann auch noch ein paar, also ich habe jetzt gerade 889 Starcoins. Ja. Ja, ich wollte unbedingt dieses Outfit hier fertig kriegen und ich hatte keinen Bock, mir dann noch diese Jorvik-Schillinge anzusparen. Ja, da, und da bin ich ganz ehrlich, ich habe da im Winter doch diesen einen Bug benutzt. Ich auch. Tatsächlich nicht. Ich auch. Also, den habe ich auch zum Level der Pferde benutzt, weil der war halt einfach praktisch. Ich fand, das war jetzt auch nicht so schlimm, der Bug, deshalb habe ich den auch mitgemacht. Ja. Ich habe den nur für die Outfits genutzt. Ja, da war ich tatsächlich dann auch nicht so doof für. Ja. Deshalb ist mein ganzes, ist mein Schrank so ziemlich voll, hat dieser Sättel. Meiner nicht. Weil ich dann halt irgendwas haben will. Ja. Und dann mal die Sättel verkaufen. Also, bei mir war es so, ich habe diesen Bug mitgemacht und dadurch habe ich dann zwei Outfits bekommen. Die sind aber auch immer noch in meinem Schrank. Also, ich habe die nicht verkauft. Ich habe aus meinen Federn tatsächlich mal gelernt. Und ich habe aber immer es nicht gepeilt, dass diese Wintergröße da wieder zurückzutun in meinen Schrank. Und dann habe ich immer, ich habe mich immer so aufgeregt, weil ich habe dann immer diesen Sattel geholt. Und da ich das vergessen hatte, habe ich dann wieder keinen holen können. Und ich habe das dreimal gehabt und dann, ja, war das Winter-Update vorbei. Ja, also ich hatte das, glaube ich, zweimal. Das ist dann echt richtig sad. Ja. Aber als ich dann gesehen habe, dass das auch bei der Uhrmacherin geht, da war ich so voll im Hype, weil ich es wieder machen kann. Und dann habe ich aber eins bemerkt, oder besser gesagt, zwei Sachen bemerkt. Und zwar erstens, die gibt es nicht dauernd. Und zweitens, die geben dir nichts an Jorvik Schillingen, wenn du die verkaufst. Ja, das habe ich auch bemerkt. Ich dachte auch, er ist wirklich so, ja geil, kannst du auch da machen. Ja. Und dann sieht man das. Dann denkt man sich auch nur so, ja gut, okay, hätte was werden können. Dann lassen wir es mal wieder, ne? Ja. Und dann habe ich das zu meiner Schwester erzählt, weil sie ist halt nicht Star-Rider und in dem Moment, ich habe ihr letztens mal einen Monat Star-Rider gekauft, weil einfach mal so, ne? Ja. Hatte mal was vor und dann habe ich ihr das ganze Outfit davon geholt und habe gesagt, guck mal, jetzt bist du wunderschön. Ja. Sie fand das Outfit da hingegen nicht so ganz schön, hat sie gesagt. Naja, ich finde es eigentlich ganz okay. Ja. Also klar. Es gibt aber Schöneres. Ja, es gibt definitiv Schöneres. Also ich meine, klar, es ist jetzt nicht so, dass da alles so mega geil ist davon. Also es gibt schönere Sachen an dem Outfit wie die anderen, aber ich finde, es geht wirklich klar. Ja. Das Einzige, was mich daran stört, ist, dass es keine Werte hat. Ja. Aber ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich gebe nie meine Jorvik-Schillinge für Sachen aus, die keine Werte haben. Das kann ich einfach nicht. Ich sage dann immer, das kannst du nicht tun, sonst bist du eine Jorvik-Schilling-Verschwenderin. Ich stelle mich jetzt in sie. Hier. Du hast jetzt mein Po als Gesicht. Den Po meines Pferdes. Der sieht auch schön aus, oder? Das ist ein tolles Gesicht. Und jetzt kann auch bestimmt jeder das Rennen noch annehmen und klickt nicht erst mal auf mich. So, ein N habe ich noch. Okay. Aber diese Dina Breeze-Walk, die war ja wirklich überall hier dran. Die hat auch hier alles, alles voll gemacht. Und da denke ich mir nur so, ach Diga, was bringt dir das denn, Mädel? Das ist echt unfair. Ja, ist so. Vor allen Dingen wäre es jetzt wirklich nur da Silverglade Landgut gewesen. Gut, okay. Es wäre wirklich scheiße gewesen, weil es sind wirklich viele Rennen. Aber das dann auch noch in den nächsten Ort weiterzuführen, ist wirklich nein. Also da verstehe ich dann auch wirklich keinen Spaß mehr. Nein. Ich weiß mittlerweile nicht mehr, ob das wirklich so eine gute Idee war, diesen Stream bis 20 Uhr zu halten. Man weiß es nicht. Ja. Aber jetzt kann ich auch nicht einfach sagen, so, wir beenden den Stream jetzt, weil ich keinen Bock mehr darauf habe. Ja, ich glaube, das wird auch schwer. Ja. Weil dann hätte ich ja am Anfang des Streams gelogen. Ja. Und Lügen darf man nicht sagen. Nee, Lügen darf man nicht machen. Aber ich denke mir auch bei so vielen Leuten, die an mir vorbeilaufen. Was hatte die denn bitte für einen kreativen Namen? Ja. Und dann komme ich so, Sienna Panda Craft. Ja, ich habe bei mir aus Versehen gar nicht auf einen Angast. Deshalb heiße ich jetzt nur Anna Aurora Rider. Ich finde, es geht noch. Gibt Schlimmeres. Ja. Bloß wollte ich eigentlich meinen normalen Namen dann reinschmeißen. Ja. Also, ich habe, ich habe, ich habe dieses Sienna, das habe ich selbst ausgesucht, das Panda auch noch. Und ich glaube, das Craft habe ich schon gar nicht mehr selbst ausgesucht. Ja. Weil ich wollte unbedingt meinen Nachnamen irgendwie was mit einem Tier haben. Und dann dachte ich, ach komm, Panda war damals noch mein Lieblingstier. Und ja, dann, dann habe ich nicht, dann habe ich so, dann bin ich in dieses Spiel gekommen, habe erst mal geguckt, was mein Name denn heißt auf Deutsch über Google Übersetze, weil damals konnte ich noch kein Englisch. Und dann so, Panda Handwerk. Ja, super. Und ich dachte mir nur so, wie brutal bin ich denn bitte? Ja. Oder es zeigt, wie sehr ich Tiere liebe. Weil ich habe ein Panda-Handwerk. Ich weiß auch nicht, was ich damals getan habe. Äh, ja. Das Jumpy startet in 15 Minuten. Lohnt es sich jetzt wirklich noch irgendwie da hinzufahren? Oder sollen wir einfach zum Jumpy jetzt gehen? Ja, also ich muss gleich erst zum Ding. Das ist Heimatstall. Ja. Ja, aber ich glaube, eigentlich lohnt es sich nicht wirklich jetzt noch nach Fort Pindar. Naja. Mein Pferd ist tatsächlich ein Level gestiegen. Bin sehr, sehr stolz auf mich. Ja. Weißt du, was mir letztens passiert ist? Nee, weiß ich nicht. Ich level so ganz normal mein Pferd. Auf einmal sehe ich so jemanden mit diesem Araber Pinto, auf dem ich gerade reite. Klickt darauf, um zu gucken, wie der heißt. Und da steht dann einfach so Cookie. Cookie. Einfach, einfach komplett der gleiche Araber Pinto. Ja. Das hatte ich tatsächlich auch schon mal mit irgendeinem anderen Pferd oder so. Warte, ich wollte ja auch noch auf meinen Friesen gehen. Ja, warte, dann lassen wir uns gerade abholen. Und dann treffen wir uns irgendwo. Macht eigentlich auch wieder so viel Sinn, dass ich mich hier abholen lasse, wenn mein Heimatstall gerade daneben ist. Ja, also es macht sehr viel Sinn. Ja, aber habe ich ein bisschen Zeit gespart. Da war gerade jemand, alles klar. Bitte nicht die Hufeisen vergessen hier. Nee, das wäre nicht so gut. Nee, das wäre echt nicht so gut. Ich habe fast den gleichen Namen bei dem Friese. Nur noch, dass ein einziges Wort dabei ist. Cookiecake. Bitte fragt mich niemand, wie ich auf den Namen Cookie-Kuchen gekommen bin. Wartest du in dem Moment Hunger? Äh, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hatte, nachdem ich den Namen erstellt habe, Hunger. Ja, das ist auch gut. Ich wollte gerade das Halfter von Friese nehmen. Weil es ist ja ein Friese. Weil es ist ja ein Friese. Aber geht ja schlecht. Und dann kommt Star Stable nur so. Ja, also es ist mega schwer, so was auf neue Pferderassen zu machen, solche Halfter. So was auf alte Pferderassen zu machen. Und deswegen machen wir das nicht. Und da denke ich mir dann auch wieder nur so. Dann macht das Pferd doch später raus, wenn ihr das auch habt. Mittlerweile hat niemand mehr Star Coins, weil ihr jeden Monat ein neues Pferd rausbringt. Ist so, ne? Was mich auch so übelst nervt, ist ja zum Beispiel jetzt von den Welch-Ponys, diese neuen Grenzen. Warum fällt das nochmal jetzt nicht bei hier Araber, Isländer und so. Isländer sind ganz neu raus. Warum soll das denn da jetzt nicht mehr gehen? Ja, ist so. Oder auch bei diesen Seilhalftern. Ja. Ich gehe halt einfach nur bei Appaloosa und bei Welch-Ponys. Ja. So. Ne. Das geht nicht. Das ist unfair. Ich bin hier nicht eigentlich voll hüfteln. Ja, same. Lol. Eigentlich sieht der Friese hier mit dem Outfit ganz süß aus. Wir haben echt noch viel Zeit bis zum Jumpy. Ja. Ja, egal. Wir müssen ja nicht mit dem Transporter fahren. Genau. Ja, ich kann hier noch ein bisschen durch den Goldblatt-Lauf-Goldblatt-Wald laufen. Dann habe ich auch nochmal ein bisschen Zeit gespart. Verschwendet. Aber ich liebe es generell, Zeit zu verschwenden. Vor allen Dingen, wenn ich gerade nichts vorhabe oder nichts zu tun habe. Ja. Weil man hat ja nichts zu tun hat. Ja, eben. So, mal schauen, wie gut wir beide abschneiden werden. Ja. Weil Goldblatt-Champ, also bis jetzt, naja, also ich verliere gar nicht immer nach dem ersten Sprung. Nein, nein, nein. Du doch nicht. Nein. Ich habe sie ja auch bis jetzt nicht nur ein einziges Mal ins Ziel geschafft dabei. Nein. Wie kommst du nur darauf? Ich weiß auch nicht. So geraten. Ja. Also, nein, das stimmt doch nicht. Ich bin doch die Beste im Golden Hills-Champion. Ja. Definitiv. Ja. Aber ich finde es auch immer ganz außergewöhnlich, wenn Leute in New Hill Christ und Golden Hills so gut sind. Das finde ich immer. Ich denke immer nur so. Was? Wie schaffst du das? Oder auch Fort Pinter. Weil da gibt es ja auch diese Männer. Und da denke ich mir auch nur so. Och, mein Gott. Bitte. Warum lauft ihr dauernd gegen mich? Oder die Heugallen. Warum? Warum fallen die immer genau auf mich? Ja. Warum nicht mal auf jemand anderen? Ich meine mal so. Man rollt doch keine Heuballen, die ihr dann irgendjemandem treffen. Das könnte doch wehtun. Ja, wirklich so. Ja, ich habe zwar ein pinkes Outfit an, aber mach mir jetzt rote Gamaschen drauf. So muss das. Ja. Mach mir jetzt wieder die pinken drauf. Warte, was? Wenn ich die pinken verkaufe, bekomme ich doch nicht ernsthaft. Ich dachte gerade, ich bekomme dann einen Jorvik Schilling. Das wäre ja toll. Das ist dann eine sehr große Menge. Ja. Ja, vor allen Dingen, weil ich 20 Stargirls dafür ausgegeben habe. Aber das Ding ist, ich habe diese Gamaschen auch schon zweimal jetzt gekauft. Also das ist das zweite Mal. Ich habe sie damals verkauft und ich weiß nicht mal wieso. Ja gut, ne? Warum verkauft man Gamaschen? Gamaschen kann man immer gebrauchen. Ja, eben. Wo bist du jetzt? Ja, ich stehe schon beim Chambi. Achso, okay. Hier ist wieder einer aus den Energy Pirates. Die sieht man bei jedem Champ. Ja. Oder auch die Summer Vampires. Die sieht man auch bei jedem einzelnen Champ. Ach komm, ich reihe einfach mal ein bisschen nach Morland in die Richtung. Kann ja nicht schaden. Wieso machen manche Leute sich schon, wenn sie noch 10 Minuten sind, auf dem Weg? Das weiß ich nicht. Also mal ganz ehrlich gesagt, ich bin sogar damit zufrieden, wenn ich noch eine Sekunde habe und es trotzdem schaffe. Ja. Das ist dann auch eine Höchstleistung. Mhm. Aber bei der zweiten Generation sind die Gangarten auch ein bisschen komisch. Wenn ich mir das mal gerade so ansehe. Ah, na, wie geht's? Ja, guck dir. Wir haben sehr gute Outfits getrunken. Ja. Definitiv. Dann ab geht's. Ja. Wir können ja Janas traben, die schönste Gangart des Friesens. Genau. Wie heißt deine eigentlich? Nightdust. Das ist voll der gute Name eigentlich. Weil jeder nennt mir dieses Welch Pony da, Nightdust. Ja, eben. Es ist ja dieses eine Pier von... Ja, ja. Ähm. Das ist ein Pferd. Äh, Maddie. Madison. Hieß die, glaube ich. Ja. Ich nenn die immer Maddie. Weil Spitzname. Ich hab einfach für drei Pferde in meinem Heimatstall Spitznamen. Wie toll. Super. Ja. Und das nur, weil meine Katzen nach zwei Pferden, äh, wie zwei Pferde aussehen. Ja. Und dann hab ich noch Meteor. Matti. Der beste Spitzname, den ich je gehört hab. Ja. Dann hab ich noch zwei Kälber. Äh. Was ist denn mit dem Hals der Friesen passiert? Die haben einfach einen Bogen im Hals. Ach du meine Güte. Ich darf nicht auf den Hals gucken. Ja. Bewundere einfach die Schönheit dieses Friesens von hinten. Wo du den Hals nicht siehst. Der Schweif ist immerhin schön. Ja. Und die Mähne. Die Mähne auch. Ja. Und die Farbe. Ja, die Farbe auch. Aber ich finde irgendwie, äh, die neuen schwarzen Friesen, also die schwarzen Friesen der Generation 3, ich finde, die haben die, die sehen so hässlich aus. Ja. Also die Farbe passt da irgendwie nicht so drauf. Also ich finde, der mit, äh, der mit, äh, der, der mit ein bisschen weiß, der ist noch schön, weil da auch am Bauch ist und das finde ich eigentlich ein ganz cooles Detail. Aber, aber, aber der andere, der ist, der nur schwarz ist irgendwie so gar nicht. Hm, ich hab den schwarzen, glaub ich, mit dem Stern vorne drauf. Hm, der ist, der ist schön. Ja. Ich wollte mir auch noch einen schwarzen Friesen kaufen. Ja, letztendlich sind wir doch irgendwie zu früh. Ja. Nur doch im Schritt reiten sollen. Ja. Aber der Schritt ist nicht so schön wie der Trab. Ja. Das ist so. Ja. Ja. Aber irgendwie haben wir voll die gleichen Outfits. Ja, irgendwie schon. Also so ganz grob gesehen. Aber die Farbkombination von uns beiden, die passt. Ja. Pink und blau, das ist doch nicht gar so gut gekommen. Ja. Und dann kommen die da hinten, die einfach nur schwarz gekleidet sind, gefühlt. Ja. Die haben irgendwie gefühlt da alle ihre Hexenhüter auf. Ja. Ich hab mir noch nicht mal so einen Hexenhut gehofft. Ich hab tatsächlich einen, also ich hab mir auch den billigsten davon geholt, weil ich nicht einen seh, dafür so viel auszugeben. Ja. Weil ich die hier nicht traf. Ja, klar. Äh, ich wollte einfach nur so. So, das war's auch schon wieder. Ja. Und tragen tu ich ihn nie. Ja. Weil er hat auch keine Werte. Ja, natürlich nicht. Wieso sollte ein Hexenhut bitte Werte haben? Ja. Und wenn dann den teuren und dann... Die haben, glaub ich, Werte, aber... Ne, die haben... Die haben... Die haben... Die haben einen ohne Werte, der 8.540 kostet. Ey, wie viel haben die bitte dafür ausgegeben? Oh, ich hab gar keine Chance. Die ist mit dem Araber Pinto und Level 23. Da hab ich ne Chance. Aber ich hab mehr Sterne wie sie. Wenn man so richtig so angeberig... Haben wir den gleichen? Wir haben alle Deutschland-Gamaschen. Ja. Ich glaub, wir haben den gleichen Füßen. Ja, ich glaub auch. Ich zieh auch mal die Gamaschen aus. Oh! Ah, das beginnt in 5 Minuten. Alles klar. Auch Deutsch. Ja, Deutsch kann Star Stable, ne? Hm. Ich find's toll, wie die Witch-Trends... Oder er hat Zöpfchen, ne? Echt? Ja. Es geht nicht mit Zöpfchen, nein. Nein, überhaupt nicht. Das ist genau das gleiche, wie wenn du diesen Friesenzöpfchen machst. Ja, aber es sieht krockenhässlich aus. Ja, ist so. Ich find, um ehrlich zu sein generell, dass auf alten Pferden die Zöpfchen so richtig hässlich aussehen. Ja. Ich find's toll, wie dieser... wie die da alle einen Hexenhut anhaben, aber die eine aus den Witch-Trends keinen... Ja. Aber irgendwas haben die Hexenhüte. Das muss man ja mal sagen. Mhm. Da haben sie aber eine Wert. Ja. Vielleicht haben welche Werte, aber ich glaub, das sind dann nicht solche Schwarzen. Glaub ich. Ja. Ich weiß es auch nicht so gar nicht. Das ist so... So, jetzt sind die... Halloween ist schon wieder zu lange her. Ja. Ja, wirklich so. So. Jetzt haben wir hier... Beide unsere Friesen haben jetzt den Schwanz in der... In dem Zaun. Ja. Wie fandest du eigentlich diese Halloween-Quest mit diesem Reiter, der dich verfolgt hat? Ich fand das irgendwie... Ich hab das überhaupt nicht gecheckt. Ich wusste das auch gar nicht so. Ich auch nicht. Ich hab das auch nicht gecheckt. Ich hab da so draufgeklickt und hab halt diese drei hier Seelspieler bezahlt. Da dachte ich mir so, ach, schau, was passiert. Und ich dachte vor allem, ich krieg da unten hier Gegenstand. Ja. So, dann war ich dann halt irgendwie so in Silverglade. Und plötzlich kommt der Volusen. Alter, ich hab mich verjagt wie sonst was. Ich hatte auch noch meinen Thron an. Ja, aber das war bei mir auch so. Ich war so... Ich hab diese Quest angenommen. Ich hatte Netzi. Ich hab die Quest wieder angenommen. Ich hatte wieder Netzi. Dann beim dritten Mal hab ich diese Quest angenommen. Bin in diesen... Wie heißt das? Äh, dieses... Dieser Ausritter. Bin da reingegangen. Streichel dieses Pferd. Auf einmal kommt dieser Reiter. Von hinten angelaufen. Ich hatte auch meinen Thron an. Ich hab mich zu Tode erschreckt. Ach nee, klar. Ich... Da hab ich so verjagt auch. Ja, ich auch. Also ich hätte diese Quest dann nicht... Ich hab diese Quest nicht mehr angenommen seitdem. Und dann hab ich mal auf YouTube geschaut, wie man das denn schaffen kann. Ähm... Und dann hab ich ein Tutorial gesehen, wie man das schafft. Und dann hab ich das, glaub ich, zehnmal oder so gemacht. Ja. Zehnmal am Tag. Ich hab irgendwann das zweites Mal gemacht. Und dann hab ich keinen Bock mehr drauf, vor dem Weg zu rennen. Bei mir war es eigentlich aber auch oft so, ähm... Dass ich keinen Bock mehr hatte, auf den zu warten, weil der hat mir zu lange gebraucht. Ja. Das wär auch so ich. Hier ist Angry Gorillas Girls. Das ist schon wieder sowas, wovon wir eben geredet haben. Der Name ist eigentlich so scheiße und ergibt auch gar keinen Sinn. Aber er ist irgendwie so gut. Ähm... Ja. Habt ihr euch Igno? Was reden die da bitte? Die zoffen sich, würd ich sagen, oder? Ja. Und dann kommen diese Leute, die andere Leute, die gerade den Jumpy gewonnen haben, die die dann beschuldigen, dass sie Speed buggen. Ja. Und das auch schon den ganzen Tag machen. Ja. Das macht dann auch kein Spielspaß mehr. Nö, nicht so ganz. Bei diesem Jumpy ist es mir einmal passiert, wir hatten noch 20 Sekunden, ich wollte unbedingt auf diese Kisten kommen, aber ich hatte das schon einmal, ähm, Dings, dass man in dem Wartebereich bleiben soll. Und ich bin dann auf diese Kisten gesprungen, bin raus aus diesem Teil und bin wieder dahin gerannt. Und genau in dem Moment, als ich draufgeklickt habe, stand da, es ist vorbei, sich anzumelden. Fett. Also, das habe ich einmal im Pony-Championat gehabt, aber ich habe so einen Felsen gesprungen. Da habe ich da gerutscht, bin dann ganz unten gelandet. Wobei ich mir dann auch nur so denke, so ich dachte, man kann irgendwie nicht von meinen Ohren runterfallen. Ja. Dann war die Zeit zu Ende, weil ich war sowieso schon am Wart, in der Wartegruppe, und dann auch noch wieder nach. Ja. Das ist dann echt nicht so geil. Warum sind heute so viele beim Goldblatt, Jumpy? Da sind doch nie so viele. Die sind irgendwie alle heute online. Ja, warum heute? Hier macht einer Speedball. Wie toll. Was? Ich bin Vierte? Ja, okay. Ich bin Sechst. Und da. Habe ich mich zu sehr gefreut. Aber ich komme anscheinend mit dem Friesen irgendwie besser klar, wie mit dem Araber Pinto. Das ist mir schon öfters aufgefallen. Ich komme mit dem Araber Pinto irgendwie gar nicht klar. Ich verliere damit die Champs immer. Ja, ich bin nicht. Oh mein Gott, ich bin Neunte. Ich bin Neunte. Ich bin Neunte. Okay, ich bin Zehnte. Das könnte vielleicht mein neues Lieblings-Jumpy-Pferd werden. Ich war noch nie so gut in Golden Hills. Hä, wie schaffe ich das hier gerade? Warum komme ich hier gerade so gut durch? Hallo? Genau in dem Moment, wo ich das sage, renne ich in so eine Vogelscheuche rein. Ja, aber ich habe auch einen dummen Weg genommen, also das war jetzt wirklich meine Schuld. Oh. Da muss ich drüberspringen. Aha, okay. So geht es natürlich auch. Ich bin Elfte. Ich bin Elfte. Ich bin gut. Und mein Scheiß, der jetzt einfach nicht springen wollte. Da eben am Anfang. Oh, das ist sad. So, du drückst die Herztaste. Und dann springt das nicht. Ja, das habe ich auch so oft. Jetzt habe ich eine Abkürzung genommen und bin Platz runter. Perfekt. Ja. Ja. Nein, da war Müll. Ich habe den Müll verpasst. Und jetzt habe ich deswegen gefangen. Ich habe mich zu sehr darüber aufgeregt, dass ich den Müll verpasst habe. So. Ja, also ich bin eigentlich mit Platz 13 ganz zufrieden, wenn ich es jetzt ins Ziel schaffe. Weil ich schaffe es eigentlich nie ins Ziel. Ich bin gerade Platz 12. Das ist gut. Ich nicht. Ich bin Platz 13. Weil ich gefehlt habe. So wird's safe 13. Ja, 13. Ich bin Platz 13. Hallö. Wie geht's dir? Ich bin Platz 13. Ist doch nicey. Dicey. Ich wechsel mal mein Pferd. Ja, ich auch. Aber mit dem kann ich... Also macht es nicht so viel Sinn, die Rennen zu gehen, wenn man XP bekommt. Ja. Das ist irgendwie eine XP-Verschwendung, finde ich. Mhm. Das legt mich immer so auf. Ich gucke ja auch hier. Fabian, also ist das so. Äh, wenn man mit meinen X-Sendern und sowas so umreitet. Äh, mit 15 und 30 Sekunden bin ich so. Nee, nee. Das geht nicht. Ja, ist so. So, mit welchem Pferd mache ich Highscore? Komm, ich nehme mal wieder Chip raus. Chip habe ich viel zu lange im Stall jetzt stehen lassen. Wir kommen jetzt bei die. Genau, bei die. Beide auf dem Easy. So. Chip, chip, chip. Wie geht's denn so? Hoffentlich passt das pinke Outfit dir. Welchen Easy hast du? Den braunen. Ich hab den weißen Blitz. 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 Ach isen Blitz. Ich hab den weißen Blitz. Du hast dich BH. Ich hab den weißen Blitz. Wie sinds mit事? Ja, doe mich noch hu Tom. Wie geht's das alles? Ich hab die butcher processes wir Lind. Mein Mann, ist das all. Mein Mann, ist das kleine Hilfe. Ich hab den uniquen Blitz. Hier. Ich hab den bait. Die Stimme ist wieder da. Ja, so. Wo waren wir? Achso, wir waren ja in Golden Hills. Ja. Ja. Gudi, gudi. Ja, dann geht's jetzt ab nach Fort Pindar. Kannst du ja eigentlich grad hinreiten. Ja, ich tu mich immer noch. Alles auch. Ja. Ich schau mal, ob ich die Fähre noch kriege. Ja. 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 Ja, toll. Ich fail wieder genau wie eben. Ist das die Fähre nach... Ja, das ist die Fähre nach Fort Pindar. Ach du meine Güte, da hab ich ja richtig Glück. So, dann tölt' ich mal da hin. Ja. Ja. Ich hab' meine Hand einfach aufgeknackst. So, ich glaube, bevor mein Laptop gleich abrille, soll ich da nicht eine Applausierung anschließen. Jo, das wäre ganz schlau. Ja. Eigentlich wäre es voll geil, wenn man sich jetzt noch so eines dieser alten Pferde, die bald weggehen, kaufen würde. Ja, aber dann stell dir mal vor, dann haben die so einen Bug wie die Jorvik'schen Ponys. Das wird ja nie wieder gefixt. Äh, ja, ich kann ja schlecht, Dings. So, bitte. Oh, diese Diana Breeze vorgelegt mich auf. Ja. Ja, da kann ich das ja nicht schaffen. Ja, wirklich. Ich versuch's trotzdem mal. Ja, vielleicht wird sie ja heute Abend gesperrt, bevor die Highscores gegeben werden. Ich meine, es kann sein. Alles kann sein. Ja. Vielleicht ist es unmöglich, wenn man auf Fliegen ist und auf Fliegen ist und auf Fliegen ist. Vielleicht nicht. Wenn man das mit Fliegen macht, dann geht das. Ja. Ja. Und den Kopf komplett umdrehen ist auch möglich, nur nicht bei Menschen. Ja. Alles ist möglich. Naja, das Einzige, was vielleicht nicht möglich ist, ist, dass man nie stirbt. Ja, ich auch. Warte, hört man nicht. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man dich hört. Ja. Weiß ich auch nicht. Ja. Ich schau mal grad. Ja. Ja, man hört dich. Gut. 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 Oh. Äh. Ja, ich bin aus Versehen weitergegangen. Gut. Dann geht's als nächstes nach... Moorland. Ja. Okay. Wir können diese Drehung einfach tragen. Ja. Ja. Ich... 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 Also... Ja. Bei mir müssen eigentlich auch noch alle bei mir einziehen. Ja. Ich glaub, dass ich glaubst du ein bisschen da dran, weil ich irgendwie davon echt auch nicht meine Seite und ich voller Fan davon bin. Ja. Ich bin mittlerweile auch voller Easy-Fan geworden. Ja. Weil die sind hier... Ich find... Das ist auch so ungefähr... Ja. Es gibt eine Mähne und so und das ist einfach süß. Ja. Also da haben sie... Die Mähne... Die haben sie wirklich gut hinbekommen auch. Das find ich aber auch beim Friesen irgendwie. Ja. Ich find, da haben die die Mähne auch gut animiert. Ja. Also das find ich persönlich vielleicht ein bisschen Mühe gegeben. Ja. Und der Easy ist auch von keinem einzigen Pferd kopiert. Zumindest sieht man's nicht. Ja. Und dann kommen die Appaloosa und Welch Ponys. Bei den Welch Ponys hat sich eigentlich so gefühlt gar nix von Generation 2 geändert. Außer, dass sie ein bisschen realistischer umrandet wurden und so weiter. Aber sonst ja eigentlich auch nichts, ne? Genau. Und beim Appaloosa, da sieht das, wenn man... Also beim leichten Galopp... Beim ganz, ganz leichten Galopp, da sieht das... Da sieht das ja mal so komisch aus. Ja. Ich hab mir diese ganzen hier Mähne-Kauf-Videos angeguckt. Und die Appaloosa kam gerade raus. Ich wollt' mir eigentlich keinen kaufen. Einen Tag, nachdem sie rauskam, ich kauf mir einen. Ähm, ja gut. Ja. Und ich hab mir davor kein einziges Video angeschaut von denen. Und ich muss tatsächlich sagen, ich hab meinen Appaloosa im Stall stehen. Er ist Level 12 und ich werd ihn wahrscheinlich nie mehr weiterleveln. Ja. Also unter der Woche bin ich ja auch gesagt, ich hab noch ein neues Pony holen. Weil ich hab noch mal wirklich nur so ein altes, also ein kölnisches Pony. Ähm. Und er muss halt noch ein neues Einzelpürs Pony-Champion auf. Ja, ja. Weil auf dem alten Tag kommt man irgendwie nicht so was. Ja. Also ich glaub, warte, ist gleich Pony-Champ? Ne, gleich ist Jorvik-Stall. Ja, aber auch beim Pony-Champ, ich hab kein einziges Pony im Stall, das ausgelebt ist. Also. Äh, ja. Ich komm vielleicht irgendwie mit nem Connemara. Weil das einzige Pony, was ich so ansatzweise ein bisschen hoch hab, ist Level 12 und ist ein Pferd, was ich nicht mag. Ähm. Ja, gut. Ja, damit. Also ich glaub, dann werd ich eher die ganze Zeit so mega schlecht reiten, weil ich das Pferd einfach nicht mag und diesen Anblick nicht halten kann. Äh, wie das dann, ja, wie das ich dann gut abschneide. Genau. Und wehe, diese Dina ist auch wieder hier mit dabei. Dann raste ich aus. Aber ich glaube, eigentlich auch am Ende des Tages hab ich bei keinem einzigen Rennen den Highscore irgendwie wieder übertroffen. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, ich bin auf dem Araber Pinto schlechter wie auf meinem Easy oder so. Hast du das denn hier? Ja. Gut. Dina Breeze Rock. Ich hasse es. Moment, ich schau hier mal grad alles durch. Ja. Ich hab auch noch ganz viel. Ich hab auch noch ganz viel. Ja. Warum hat sie hier 98 Millisekunden für gebraucht? Ja. 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 Aber ich, es wundert mich irgendwie trotzdem, weil das ist eigentlich das längste Rennen, was es hier gibt. Ja. 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 Ich hab den auf TikTok tatsächlich schon mal gesehen. Also, ich hab jetzt nicht wieder eine fantastische Bildung machen. Da hauen die nur vor der Aufmerksamkeit. Ja. Also, was ist das denn? Ja. Mal gesehen. Das macht aber eigentlich tatsächlich nicht Scham. Die ist also, weil ich kann nur verkasche das vorher. Da konnte ich den Schritt vorgehen, die gewinnen. Alter. Das ist doch... Das ist doch... Das ist ja dann wieder Speedbuggen. Und das ist dann scheiße. Aber eben beim Golden Hills Jumpy, da hab ich auch eine gesehen. Die hat auch... Die hat auch Speedgebuggt. Und ich glaube, die hat aber am Ende dann einfach verloren. Und ich muss sagen, zu Recht. Ja. Also, sie hat keinen Speedbug gemacht, aber sie war direkt am Start schon im Galopp. Und dann... Ja. Ja. Das ist ja auch so gesehen Speedbug. Ja. Also, hier kann ich auch wieder vergessen, irgendein Rennen zu machen. Denn hier hat Dina auch schon wieder alles abgeräumt. Ja. Also, ja. Ich glaube, mittlerweile, die hat jedes Rennen hier durchgemacht. Ja. Und ich finde, dann haben eigentlich auch... Dann hat jeder keinen Bock mehr auf sowas. Dann... Ja. Das ist ja dann... Ja. Ja. Und vor allen Dingen soll das ja Spaß machen, diese Highscores. Ja. Ich würde die ja nicht machen. Würden die mir überhaupt keinen Spaß machen. Ja. Ja. Klar, ich mache es auch ein bisschen, damit ich ein paar Jorvik Schillinge kriege. Aber mir macht es nun mal auch Spaß, Rennen zu reiten. Und wenn ich dann sowas sehe, dann habe ich nach zwei Minuten keinen Bock mehr darauf. Ja. Ja. Ich glaube, das ist echt schon abgeschreitzt, weil ich jetzt mal so ganz ehrlich zu tun bin. Ja. Ist aber so. Das ist halt einfach nicht fair und die Spieler, die dann halt nicht fair spielen wollen, haben halt überhaupt keine Chance. Ja. Äh... Ich denke, die sind... Also die, die erhalten waren so... Äh... Äh... Wenn die halt schnell frei sein wollen, dann muss man sonst eigentlich zu sehen, dass sie da durch Ziel kommen, also normal. Ja. So, wenn halt normal zu gehen, dann halt... Und dass sie schnell sind, sonst auch... Hm. Hier, ich habe mal ein TikTok eingegeben. SSO Speed Bug. Ähm... Und hier steht dann, bitte hört auf, diesen Bug zu benutzen. Das finde ich jetzt ein tolles Video. Äh... Direkt... Äh... Als viertes Video kommt dann... Speed Bug. Äh... Und da denke ich mir dann nur so... Also... Mal ganz ehrlich, TikTok, dann... Empfehle sowas bitte nicht. Ja. Aber das ist auch so ein bisschen, dass es ohne eigentlich gefühlt ist, dass ich nicht was man macht. Ja. Selbst wenn wir es... Wenn wir es melden. Die... Die machen ja nichts dann. Ja. Wenn man diesen Bug einmal in einem TikTok-Video oder so zeigt. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Wenn man es einmal macht. Um es zu zeigen, wie der... Wie der so funktioniert. Aber wenn man das bei jedem Rennen macht, dann ist es wirklich... Dann hat... Dann macht das keinen Spaß mehr. Ja. Ja. Und das Ding ist... Ich finde, man verstirbt sich dann den Spaß auch selbst. Also seinen eigenen Spaß. Weil... Dann macht man ja eigentlich nichts, außer mal gerade ein paar Schritte vorgehen. Ja. Ja. Und hier auch bei den Beste aller Zeiten, da ist hier 0,00,01. Ja. Das ist... Nein. Das ist... Das kann man ja nicht so als normaler Spieler sein. Sie haben einfach... Ja. Also ich meine... Ich finde... Ich sehe diese Spielerin jetzt zum ersten Mal, dass sie das geschafft hat. Aber hier auch wieder. Diese Dina Breeze Rock ist hier wieder die dritte bei Beste aller Zeiten. Ja. Und dann... Also bei Dina weiß ich ja, sie macht das bei jedem einzelnen Rennen und nicht nur bei dem einen. Nein. Bei den anderen, die habe ich jetzt... Also die habe ich bis jetzt noch kein einziges Mal gesehen. Deswegen möchte ich da nicht sagen, dass sie es nicht vielleicht irgendwie um zu zeigen, wie sie es geht gemacht haben. Also dass man das bei Stars ja bemelden kann. Ja. Aber bei Dina... Nein. Also ich meine, man zeigt das doch nicht bei jedem Rennen. Das ist... Nein. Das macht man nicht. Das ist voll unnötig. Ja. Okay. Und ich denke nicht, dass dann die Hälfte der Spieler irgendwie sagt, ja klar, ist voll okay, dass die das macht. Glaub ich auch nicht. Können wir weiter? Ja, können wir. Ich bitte. Achso, okay. Ich dachte nur, weil du hier gerade so rumstehst. Also, ja. Ja, ich habe so auch immer eine Behandlung in den Moment. Ja, dann. Ist voll schnell. Nein. Ja. Ja. Also... Ja. Ja. Also, ich finde... Ja. Also, ich finde... Ja. Ähm. Weil ich habe auch eine Freundin, ähm, die hat Star Stable angefangen zu spielen, glaube ich, vor ein paar Monaten. Äh, oder sogar letztes Jahr, glaube ich. Irgendwann. Und mittlerweile spielt sie es zwar nicht mehr wirklich, weil wir sind, äh, wir haben irgendwie nicht mehr wirklich Kontakt und sie hat eigentlich nur wegen mir gespielt. Ja. Ja. Und die hat auch, ähm, die war nämlich auch bei der Brücke fertig. Und die ist dann aber, ohne dass sie diese Quest gemacht hat, wo man zum Jorvikstall kommt, auch schon aus Versehen zum Jorvikstall gekommen. Und dann hat sie auch so direkt so, was ist, wenn die mich jetzt bannen? Ich bin da jetzt hingekommen, was ist, wenn die mich jetzt bannen? Und ich finde dann, wenn man neu ist, dann kann man das verstehen. Ja. Ja, ne, zwei Millisekunden schaffe ich nicht. Das kannst du mal komplett knicken. Aha! Das hier hat sie... Ja! Sie hat es nicht gewusst! Oh mein Gott! Ich glaube, das Ding ist, ähm, es gibt ja dieses Schmetterlingsrennen da. Und da muss man, um das als Highscore-Rennen machen zu können, muss man das auch wirklich an dieser Tafel annehmen. Das kann man nicht, wenn man das mit dem Ausrufezeichen annimmt. Und deswegen hat Dina da nichts gemacht. Und ich war gerade so glücklich. Ich kann nicht verstehen. Ich war zwar nicht die Beste, aber trotzdem... Dann bin ich einfach... Zum Glück... Wenigstens einrennen. Ja. Ich versuch's aber noch einmal. Mach das. Ich warte nicht an, wie du jetzt einrennst. Okay. Ich mach's noch einmal. Noch einmal. Wenn ich das jetzt schaffe... Wenn ich es jetzt schaffe, in die Highscore zu kommen, dann bin ich glücklich. Kann ich verstehen? Ja. 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 Ah, ja. Gut, okay. Ich schaff's nicht besser. Muss ich akzeptieren. So. Dann können wir weiter. Ja. So, dann geht's jetzt auf... Hast du das bei den vergessenen Feldern schon? Ich glaub so, ja. Okay. Dann gehen wir da ein bisschen. Ja. Dann hast du's. Da gibt's, glaub ich, nur eins. Ja. Ja. Ich freu mich aber auf nächste Woche Mittwoch, weil endlich ne Storyquest wiederkommt. Und ich hoffe, dass ich dann endlich mal Level 21 werde. Ja. Ich hab tatsächlich noch einige Quests teilen. Es ist bei mir noch so ein bisschen so, ja. Noch wieder kommende Quests. Ja. Aber es ist halt wirklich... Star Stable macht nichts mehr an der Storyquest. Und dann... Dann freut man sich, wenn einfach mal wieder Quests rauskommen und nicht dauernd nur Pferde. Spieler kann zu spielen. Weil... Das bringt uns Spielern, die Level 20 oder sogar schon Level 18 sind. Das bringt uns nichts. Weil wir haben nur noch Ruf-Quests. Ich hab jetzt zum Beispiel nur noch diese Token-Quests. Und... Mal ganz ehrlich. Wer hat darauf bitte Bock? Also ich nicht. Ich auch nicht. Ich hol mir da immer irgendwie so ein YouTube-Video, wo dann irgendwie steht, ja da und da findest du die alle und dann renne ich da hin. Aber das macht auch nach zwei Minuten eigentlich mir schon keinen Spaß mehr. Deswegen höre ich damit dann auch meist direkt schon wieder auf. Ja. Habe ich auch gemacht. Aber ich hatte schon alle gefunden. Ja. Weil ich hatte das am letzten Tag vorher hatte ich das geguckt, damit ich auch irgendwie alles habe. Ja. Ja, das fand ich wirklich cool. Und vor allen Dingen, dass nicht nur Starwider das holen konnten. Ja. Also solche Pferde sind okay. Die mag ich wirklich. Ähm. Auch wenn es irgendwie doof war, dass es schon wieder ein Jorwigsches Urpferd war. Weil die Jorwigschen Urpferde haben dann irgendwie wieder Überhand genommen. Und deswegen haben die meisten dann auch gesagt, also nee, die Pferderrasse gefällt mir ja mal so überhaupt nicht. Was ich auch verstehen kann. Ja. Ähm. Das war eigentlich so komisch. Überall nicht das gleiche Pferd. Ja. Ich hatte aber auch in der Zeit hatte ich auch keine Lust mehr dieses Pferd zu reiten, weil einfach jeder damit rumgelaufen ist. Ja. Ich hatte... Ja, jetzt finde ich geht's auch wieder. Also ich level ja momentan auch das Seelen raus. Ja. Ja. Nimm ich den zum Stall. Ja, aber ich hab das auch kein einziges bisschen gelevelt. Ich... Das... Das war Level 1 im Stall heute und dann hab ich mir gedacht, ach komm, level ich das doch heut mal. Ja. Wie weit dieser Weg bis zu den vergessenen Feldern einfach ist. Hier kann ich das Rennen jetzt natürlich nicht machen, aber egal. Warum springe ich? Das macht mich 0,000 schneller. So, wir töten mal ein bisschen. Das ist irgendwie auch voll schnell. Ja. 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 Wir müssen da zusammen ein Bild machen. Mit den Isis. Ja. Ja. Dann können wir gleich nach Südhof und dann haben wir nichts mehr zu tun. Ja. Dann müssen wir was anderes machen. Ja. Wo Ellie gerade ist, weiß ich nicht. Ich kann ja mal die Schafe hier... So. Schafe suchen. Los geht's. Mach das. Mach das. Ein Schaf. Äh, ja, diese tief... diese tiefschwarzen Schafe, ey. Alter. Die sehen irgendwie so komisch aus. Aber auch irgendwie so cool. Ja, bei mir auch. Bei mir sind sie auch hier alle schwarz. Die sind jetzt... Bei mir sind sie jetzt aber auch mittlerweile, äh, sind die nur noch schwarz. Überall. Ja. Also hier, hier geht's noch, aber, ja. Ja. Ich find, sie könnten da ruhig auch weiße dazu machen. Das ist irgendwie schön ab. Oder heiße? Ja. Einmal so ganz weiße oder weiße, dann hat sie schwarze gekriegt. Und dann hat sie übrigens mal ganz schwarze. Ja. Und dann auch mal ganz weiße. Ja. Das ist ja immer eine schöne Abwechslung da. Ja. Weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich find das auch ein bisschen Diskriminierung, weil Schafe sind einfach meine Lieblingstiere. Ja. Ja. Und dann, 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 wenn die dann alle gleich aussehen, dann, nee, dann mag ich sie nicht. Weil ich kriege viele verschiedene Schafe. Ja. Nicht nur schwarze. Nee. Aber auf der Starshine Ranch, da sind die alle schwarz mit weißer Wolle. Also bei mir sind sie natürlich alle komplett schwarz. Auch das ist mein Teil, du bist so. Ja, bei mir sind sie momentan auch komplett schwarz. Ja. So. Dann mach ich noch dieses Picknick, weil, keine Ahnung. Ich komm mal allein, nee, ich komm, ich komm jetzt mit dem, hm, mit wem komm ich denn? Wer ist Syntax Silverstream? Achso. Achso. Oh nein. Achso. Das ist er. Doch natürlich hab ich davon was gesagt, dass das ein Picknick mit Pferden ist. Moment. Kann ich später essen? Kann ich später essen? Kann ich später essen? Komm her, komm her. Komm her. frighten ihr Frühling? Ne. Euch guten Appetit. Nein. Okay, bin wieder da. Ich mach gerade dieses dumme Ding Starboms da. Ich habe gehört, du bist aus Epona, Maya. Ich bin auf einer kleinen Farm direkt. Warte mal kurz. Wir sind gerade auf ihrer Farm und du fragst, ob sie aus Epona kommt. Warte, wo ist dieser Picknickplatz? Da hoch? Ach komm, ich hab die jetzt einfach alle auf mir. Ist doch auch schön. Hier, jetzt reiten wir einfach Maya, Alex und irgend so ein Typ, die sitzt auf mir. Was ist denn das? Wo sind wir denn hier? Ne, ich suche jetzt nach diesem Picknickplatz. Warum mache ich diese Quest eigentlich? Das Ding ist, diese Quest bringt mir nichts. Nur ein bisschen Rufpunkte, die ich nicht mehr brauche. Aber gut. Ja, jetzt hab ich sie schon angenommen. Man kann ja leider keine Quests mehr abbrechen. Ja, und ich find's schade, dass man das nicht mehr kann. Also ich spiel ja noch nicht so lange, erst so. Ja, ich spiel nicht. Ich hab noch nicht lange mit, auf YouTube und so, weil ich, äh, ich spiel, dass das noch muss. Ja, ja. Aber die Videos hab ich ja nicht. Da weiß man ja schon, wie viele Leute das auch schon dazu muss machen. Ja, ja. Also ich bin auch nicht so lange, also ich bin erst seit letztem Jahrstarbeiter. Ähm, aber, ähm, wie nennt man das? Aber ich hab auch damals schon gespielt, nur als Nicht-Star-Rider. Und ich habe auch viele Videos geguckt von Star Stable, weswegen ich überhaupt auf Star Stable gekommen bin. Und, ja, dann war das so. Schön, dass wir jetzt hier ein Picknick machen. Ähm, weil ich, ich möchte kein Picknick machen. Danke, dass ich jetzt wieder direkt hierhin teleportiert werde. Ja, komm. Ihr dürft jetzt mit, nein, ihr dürft nicht mitreiten. Einfach annehmen und dann direkt wieder wegtun. So. Dann geht's jetzt ab zum, äh, Jorvik-Stahl. Sollen wir fahren oder reiten? Ähm, Ruhigum, hab ich ja. Jorvik-Stahl. Jorvik-Stahl. Ich lass den reiten. Okay. Aber nach Süthuf werden wir dann safe fahren. Ja, oder wir nehmen die Fähre aus. Und dann fähren wir nach... Stimmt, stimmt, das geht ja auch. Stimmt. Ja, dann, dann machen wir das so. Dann, dann geben wir nicht so viele Jorvik-Schillinge aus. Genau. Hier müssen wir direkt hinterher. Ich weiß es nicht. Wo müssen wir lang? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, hoch und das so. Okay, dann gehen wir da hin. Ja, ich lasse mich. Ich lasse mich einfach von dir führen. Dabei ist das, glaube ich, besser wie ich. Ich weiß, dass das, glaube ich, besser wie ich. Ich weiß, dass das, glaube ich, besser ist, weil... Also, ja, ich hab hier irgendwie in der Festung. Das ist einfach... Weißt du, Ungefähr... Ich glaube, ich darf nicht. Aber so was ich habe, glaube ich. Du kennst dich aus? Mir heißt es noch ein bisschen. Ein bisschen ist besser wie gar nicht. Ich glaube, hier geht es doch nicht lang. Einfach hier runterspringen! Auf gut Glück! Okay. So, wir sind da. Oh! Ich muss ja abstraut gar nichts bekommen. Ne, ne, ne. Warte, können wir hier lang? Bestimmt können wir hier lang. Ja. Komm, hier ist die. Wir können auch wieder auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg. Ja. Warte, jetzt haben wir uns verloren. Ja, ich bringe mich direkt an den Weg. Also, wir sind nicht oben, weil wir in den Zeichruf fahren. Ah, okay. Dann treffen wir uns dort. Oh, ja, ich bin den Weg gegangen, wo ich auf Steine komme. Da wird es wahrscheinlich nicht lang gehen. Ähm, ich glaube nicht. Ja, ich auch nicht. Oder doch, ich gehe jetzt einfach in den Stein rein. Ja, da wird es auf jeden Fall sein. Das dann. Da können wir übernommen, ja, auch ein Stein, denke ich. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, ich liebe eigentlich Quests. Ja. Weil ich finde, wenn du, wenn du, du kannst nichts anderes wirklich in Star's Devil machen wie Questen. Also, klar, leveln, Pferde leveln, aber darauf hast du ja auch nicht immer Bock. Ja. Aber dann diese Rufquests zu machen, also nee, das gefällt mir aber so gar nicht. Ja. Ja, hier kann ich nur dieses sanfte Grün-Tal-Champi machen. Ja, ich habe noch zwei Rennen. Ich wusste es. Ich wusste, dass Dina wieder da war. Aber ich werde jetzt trotzdem dieses Rennen machen, weil ich Bock habe. Alles klar. Ich komme dann auch gleich wieder Dina-Champi ziehen, weil. Das ist aber auch nicht ein große Urlaub, ob sie nach Weihau kommen oder nicht. Ich bin ja ganz schön verfressen. Ach ja, das ist unser Kater auch. Ja. Mittlerweile aber nicht mehr, weil der ist ein bisschen krank und deswegen braucht er mittlerweile Medikamente. Und die tun wir immer in sein Fressen und seitdem frisst er nichts mehr. Also er frisst schon noch was, aber nicht mehr viel. Wir haben drei Rufkarten. Okay, das eine ist ein kastrierter Kater, aber ich sage mir, ihr alle kannst hier. Ja. Wir haben eine, also die von meinem Bruder, die sind schon etwas ältere da. Und er ist uns jetzt nicht zugelaufen, ganz immer. Ich habe jetzt in einem halben Jahr, ein oder halb Jahr mal versucht. Und er ist echt putzig, wenn es spielt, wenn es ist noch irgendwas zu meiner. Ja, also wir haben zwei, also eine Katze, einen Kater und die Katze, die könnte den ganzen Tag rumliegen, spielen und ein bisschen was fressen. Und das macht die auch den ganzen Tag. Und der Kater, der hält es nicht eine Sekunde aus ohne Fressen. Der, der miaut den ganzen Tag rum und bettelt nach weiterem Essen. Ja. Und da fragt man sich auch manchmal so, das ist ja noch schlimmer als man selber. Ja, ja wirklich. So. Das ist halt wirklich so. Also ich kann ja auch schnell irgendwie in den Kühlschrank gehen und hinter irgendwas Leckeres kommen. Ja. Es sei denn, der Kühlschrank ist leer, weil du alles aufgegessen hast. Und dann findest du nichts mehr. Ja. Oder man hat eins eingekauft und dann müssen wir dann noch nichts Leckeres oder nichts, was mehr an dem halt entspricht. Ja. Dann merkst du auch immer so, ich hab's nur eingekauft. Warum kauft ihr nicht Leckeres ein? Ja. Das ist bei mir auch oft so. Weil ich bin sehr wählerisch, was Essen angeht. Also... Wie geht es eigentlich? Ja, bei mir geht es eigentlich auch, aber es ist immer so. Ich hab an dem Moment... In dem Moment hab ich dann Lust auf das und in dem anderen Moment hab ich Lust auf das. Und wenn ich auf etwas nicht Lust habe, dann ess ich es eigentlich nicht. Ja, das ist auch noch nicht. Ja, dann können wir uns, glaub ich, fürs Jumpy fertig machen. Okay, dann erst mal tschüss. Tschüss. Bis jetzt schon ganz viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Nicht ganz normal, weil ich so, wenn man es zwei spricht, das macht dann auch noch viel Spaß eigentlich. Ja. Ja. Okay, dann wahrscheinlich bis nachher. Jo. Ich mach mich schon was für Jumpy fertig. Tschüss. Hey Steffi. Wir machen uns jetzt fürs Jumpy fertig. Warte, was ist denn überhaupt als nächstes? Jo. Vorwegstall. Genau. Welches Jumpy? Äh, welches Jumpy? Welches Fett nehmen wir denn mal? Irgend eins, was ausgelavellt ist. Wie wär's denn mal mit Popo? Hier, Popo. Oder sollen wir Lucky haben? Na, ne, wir nehmen jetzt Popo. Jetzt muss Popo her. Und jetzt muss ich noch mal mit Popo. Ja, ich denke mal, dass ich jetzt da hinweite, oder? Ja. Das lohnt sich eher. Obwohl. Wozu hat man denn, Joawik-Schillinge? Obwohl, ne. Ne, 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 ne. Da bin ich viel zu früh da. Wie lange läuft der Stream denn schon? Och Gott, seit vier Stunden. Hier kommt's, dass ich noch nicht müde bin. Ich habe's, dass ich noch nicht müde bin. Ist auch schön, wie hier alles irgendwie frei ist und dann kommt das hier. Okay, wir haben noch ungefähr. 10 Minuten, naja ein bisschen mehr wie 10 Minuten, 12 ungefähr, wahrscheinlich ein bisschen mehr, äh ein bisschen weniger. So, wahrscheinlich muss ich dann irgendwie tägliche Quests machen, weil Highscores werden nichts. Zumindest denke ich das nicht. Wahrscheinlich bei jedem einzelnen Rennen wird das so sein, dass da irgendjemand wieder gecheatet hat und irgendwie nur eine Sekunde gebraucht hat oder zwei Sekunden. Popo bin ich irgendwie schon voll lange nicht mehr gerade drin. Eigentlich schön, dass ich Popo mal wieder reite. Hm, ich hab die Musik vergessen anzumachen. So, da haben wir wieder ein bisschen Unterstützung, falls ich mal leise bin. So, das ist dann. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh! Falsche Richtung? Äh... Ja... Ich muss mir aber auch echt noch so einen Welschi kaufen. Ich muss mir aber auch noch so einen Welschi kaufen. Ein ganz normales Joggi-Stahl-Championat, in dem ich wahrscheinlich mal wieder nicht gut bin. Ich kenn mich doch. 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 Ich mach grad gar nicht viele Fotos. Ich kenn mich doch. 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 auf welchen Platz ich gekommen bin. Hallo! Oh! ... ... ... ... ... ... ... ... Ja ... ... ... Ja, danke! Ja, ich hab's nicht mal geschafft, mich zu helfen. Ich wechsel mal grad, wie der fährt. Ja. Ich kann es nicht auf Popo Out-Out halten. Ich kann es nicht auf Popo Out-Out halten. Ja. Bisschen Abwechslung. Ja. Bisschen Abwechslung braucht man auch. Ja. Ich meine, wenn die Möglichkeit dazu besteht, dann kann man auch diesen Weg mal haben. Ja. Also guck mal, mein Pferd ist mit Level gestiegen, aber dann kann das auch wieder so ein paar Sachen in den Stall stehen. Ja, natürlich. Ja. So. Welches Pferd nehm ich denn jetzt? Nehm ich wieder eins mit Level 5. Luschi könnte ich ja mal nehmen. Frag bitte nicht, warum ich ein Pferd Luschi genannt hab. So. Hallöchen Luschi. Okay. Ich weiß, wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Oder zumindest seitdem du Level 15 bist nicht mehr. Toll, dass ich die Decke jetzt nicht sehen kann. So. Dann gehen wir wieder zum Jorvik-Stahl, ne? Okay. Ich komm schon ab. Ja. Ja. Dann einfach mal da hinfahren. Ja. Dann einfach mal da hinfahren. Achso. Ja. Koppelinsel. Gut. Dann ab zur Koppelinsel würde ich mal sagen. Ja. Ja. Schon Scheime, wenn man nicht mehr Leveln kann. Warum kann man denn die Rennen nicht doppelt machen? Ja. Ja. Den Araberpinto hab ich auch. Ja. Der ist auch wirklich schön. Ja. Der ist auch wirklich schön. Aber das klinge ich jetzt an. Aurora. Das ist auch ein schöner Name. Ich hab den Jorvik genannt. Ja. Das ist auch ein schöner Name. Der wurde direkt vorgeschlagen. Ich habe noch einen zweiten Namen. Aber ich dachte mir auch, komm. Ich bin nicht dran. Oh. Ja. Nju. Luschi sieht auch ganz fancy aus mit dem Outfit. Ja. Lizis Springwettbewerb. Ja. Wer hätte gedacht, dass Dina wieder am Start war? Ja. Ich auch nicht. Aber wer hätte das denn gedacht? Ist ja nicht so, als hätte die Safe alle Rennen gemacht heute. Ja. Ja, aber ich meine ganz ehrlich, wenn man ja schon diesen Bug hat, dann braucht man ja nicht lange, um alle Rennen durchzumachen. Ja. 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 Wenn man dann vielleicht in einem Ort grad mal, äh, ja jetzt nicht unbedingt alle, aber, ja, ein paar macht. Oder in jedem Ort eins, dann ist das ja nichts. Ja, also. Ja. Ja. Ja, klar. In Moorland wär ich zwar auch ein bisschen angepisst, weil da so viele Rennen sind, aber trotzdem, das geht ja. Ja. Ja, oder allgemein Silverglade Landgut. Ja. Ja. Ja, dann ist es, äh, also dann, dann, ja, dann versteht man, dann hat man auch wirklich, dann hat, dann hat man selbst, macht das dann einem keinen Spaß mehr und auch den anderen nicht. Ja. 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 Äh, also, das würd ich, glaub ich, ich würd das jeden Tag machen, also, also jetzt nicht jeden jeden Tag, sondern jeden Tag, wo keine Schule ist. Ja. Kann man verstehen. Ja. 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 Ja, dann ist es halt Pech für dich. Ja. Ja. Also, dann wär das auch noch mal so was, wo dann Leute, die schon irgendwie Level 20 oder 18 oder was weiß ich, weil man keine Quests mehr hat, ähm, wo die dann auch noch mal was machen könnten. Dann hätten die auch noch mal was zu tun. Ja. Ja, ja, ne neue Höchstleistung. Müll! Ich, ich muss den Müll einsammeln. Bin ich. Ja. Der Müll muss Müll. Ja. Ja. Nein. Ja. Ich, ich glaub ich hab, ich hab zwei Zweihundeter und ich hab bald schon wieder zweihundert. Ich brauch nur noch sieben, dann hab ich 600 insgesamt. Ähm, ja. Ja. Das ist doch nur ein bisschen was. Ja, das ist doch nur ein bisschen was. Aber, das Ding ist, so wär, so wär das auch im Glück. Ja. Aber, im Straßdäppel gibt's ja auch nirgendwo einen Mülleimer, also da kann man's wirklich nicht mal den Menschen übel nehmen, die das machen. Ja. So. Dann geht's weiter. So. Und dann geht's weiter. Zum Jovic-Stahl? Ja. Doch, so. Guti. Ja, und wenn wir da mit fertig sind, die Chumpies machen wir ja dann noch und dann können wir ja noch tägliche Aufgaben machen. Ja. 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 Dann machen wir die gleich alle noch, würde ich sagen. Ja. Warum kommen denn hier grad die ganze Zeit links? Ja. 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 Ähm, aber jetzt wirklich ehrlich gesagt, wenn es diesen Cheat gäbe, also wenn ich diesen Cheat machen könnte, dann würde ich wirklich, dann würde ich wahrscheinlich alle Rennen durchmachen. Ja. 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 Wie hier, wie uns hier einfach grad die Update-Ideen reinballern. Ja. Ja. Wir hatten jetzt schon zwei Stück. Ja, das wär wirklich mal was. Ja, oder dass sie mal so einen Server machen, wo man sich alles ercheaten kann, aber das dann auch den anderen Servern natürlich nicht mehr hat. Ja, eben. Weil das wär ja dann wirklich... Das wär irgendwie cool. Einfach so einen Server, da kann man sich alles drauf cheaten und zwar von Starstable aus und dann hat man das auf anderen Servern noch. Ja, erstmal eine Milliarde Starcoins cheaten. Ja. Ja. Das wär ja nicht weniger. Nee. Also, doch, das wären mega wenige Reiste. Äh, also nee. Also, ich würd sagen, man darf sich dann die Pferde auch noch kaufen, auf diesem einen Server halt. Ähm, aber... Aber man hat diese dann nicht auf dem anderen Server. Sind wir alle fertig? Ja. 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 Dann fahren wir nach Südhof. Würde ich sagen. Ja. 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 So hatte ich es gedacht. Ja. Ja. Ach, diese Welchies sind so süß. Ich möchte mir auch unbedingt eins holen. Naja, was soll's. Die Augen sind extrem groß. Ja. Also ich finde manche Welchies könnte man auch mit einem Fisch vergleichen. Ja. Oder mit diesen Kuscheltieren, mit diesen mega riesigen Augen. Genau. Davor hatte ich als Kind immer Angst. Ich war immer so ein Arztur, hat ein Kleingesag. Ich habe mich immer viel besser aufgeregt. Da war ein Arztur, ein Tier, ich war auch eins. Ja, ich hatte welche. Ich hatte viele davon. Aber ich hatte immer nur diese kleinen. Weil diese großen, da sind mir die Augen tatsächlich etwas zu groß. Und zwar immer noch. Ich glaube, ich habe zwei solche Gäste an. Also ich bin einfach mal so ganz, ganz groß. Die ganz, ganz größten. Ja. Ich hatte immer die kleinen. Ah, die Fähre fällt weg! Oh, oh, oh. Oh, die Fähre kam gerade erst an. Schock meines Lebens. Gut, da müssen wir uns ein bisschen rein beeilen, ne? So, Moment. Zack. Und. Wee! Wir sind irgendwie gerade alle auf schwarzen Pferden unterwegs. Ja, natürlich schon. Ja, natürlich schon. Ich bekle den Fähre. Und warum kann man gleich den Hintern? Weil der kommt dann hin. Ja. Nein. Dein Pferd ist zu fett. Ja, das habe ich auch. Ja. Aber auch dieses mit den alten Pferden da. Ich würde tatsächlich sogar sagen, ich würde mir eher eines dieser alten Pferde holen, wie das ich dann, äh, mir ein neues hole. Weil mittlerweile sind die neuen nicht mehr so schön. Ja. Die übertreiben es damit so ein bisschen. Ja. Die übertreiben damit, wie viele sie rausbringen. Ich meine, jeden Monat ein neues Pferd. Sag mal, spielen die? Ja. Ich meine, das ist doch nicht gesund. Warte, wir müssen ja nach Südhof. Ja, ich wollte das sagen. Ja. Wirklich irgendwie, ne? Ja, nur ein bisschen. Ja, wir gehen mal Schritt. Die Fähre da ist noch nicht mal weg. Aber ganz langsam. Ja, aber... Ich meine, ja, sie sind schöner. Klar, aber mittlerweile... Also, ich finde, sie sind überteuert. Ja, also mittlerweile... Ich finde, da ist mittlerweile gar nicht mehr Qualität drin. Ich finde, da ist nicht mehr Liebe drin. Ja, ich auch. Weil zum Beispiel bei den Araber Pintos, da sieht man, da ist irgendwie mehr drin wie jetzt in den Neuen. Also, bei den Arabern war es auch noch so. Da ist auch noch was drin. Die Araber sind aber auch irgendwie generell immer gut. Meiner Meinung nach. Ja. Ja, die Alten sind aber nicht mehr so teuer. Die Alten waren wirklich viel teurer, wenn man sich mal den Friesen der Generation 2 ansieht. Ich meine, in 990 Star Queens, wer holt sich das denn, bitte? Ja. Aber mittlerweile, finde ich, gehen sie wirklich. Jetzt passt sie dahinter! Der Fett hat durchs Fährenfahren abgenommen. Ja, ne? Ja. Ja. Ich würde es so dicht aufnehmen können. Oh ja, ich wünsche mir das auch. Ja. 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 Ja, das wäre perfekt. Ich würde nur noch Fähre fahren, den ganzen Tag. Und dann bekommt man auch noch so richtige Kurven und so. Also, wenn Abnehmen so einfach gehen würde. Ich würde, ich würde wirklich, ich würde Danke sagen. Und zwar 10 Mal. New. Ja, erst mal losrennen. Aber ich bin das gewöhnt. Ich drücke immer schon W, wenn die Fähre fast da ist. Ich dann immer so W, 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 W. Aber ich mache das auch, wenn ich ins Sprung nicht verkacken will. Ich dann nur so. Und dann muss ich das auch ganz systemisch verkacken will. So ganz schlecht. Ja. Müll muss mit, damit ich hier 600 Müll bekomme. Also, ganz ehrlich. Ne? Irgendwie sehen die Pferde von den Gangarten her, also im Trab, alle ein bisschen gleich aus. Aber ich finde, die Araber Pintos der Generation, ja, es gibt keine Generation 3. Ich finde, die haben sich schon ganz gut gemacht für ein Generation 2 Pferd. Ich finde, es fällt schon auf, wenn man sich jetzt mal so einen Welsie anschaut und so. Aber wenn man sich einen Trakena anschaut oder einen Assetique Pony, dann fällt das nicht auf. Trakena ist nämlich für mich irgendwie auch so ein Generation 2 Pferd. Ja. Also, wenn man jetzt einen Araber neben den Araber Pintos stellt, dann kann man natürlich sagen, dass das auf gar keinen Fall Generation 3 ist. Aber das ist ja auch kein Vergleich. Ja. Das ist genauso, wie wenn du sagst, tagsüber ist es schöner wie nachtsüber. Weil, wenn du nachtsüber noch nie draußen warst, dann kannst du das auch nicht sagen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde es nachts und tagsüber, finde ich es irgendwie gleich schön. Oder vielleicht sogar in der Nacht sogar ein bisschen schöner. Weil dann ist alles so schön dunkel und du bist einfach komplett alleine. Ja. Und es ist nochmal sehr schön ruhig. Ja. Naja, gut, okay. Würden wir meinen Kater nehmen, dann wäre es nicht sehr schön ruhig. Ja. Und die Papageien, wenn die einmal irgendwie, wenn die das hören, dass irgendjemand zu denen in die Nähe kommt, die sind sofort laut. Aber dann darfst du nun mal nicht in deren Nähe. Die wollen uns doch auch noch schützen. Was, wenn ich ein Verbrecher wäre? Ich möchte zwar nur auf die Toilette, aber egal. Ja. Wie ein Hund sind die. Und Hunde möchten das ja auch noch. Wieb. Wieb. Aber, ähm, wenn wir jetzt nochmal zu den Welch Ponys zurückkommen. Diese Special Animation haben sie wirklich schön gemacht. Ja, das finde ich auch. Aber nur die Special Animation. Der Rest ist irgendwie genauso wie bei den Appelousas. So gefühlt. Ja. Also klar, sie sind ein bisschen besser, aber es hat sich so kaum was verändert bei den Gangarten. Ja. Ich würde einfach machen, ob ich da wäre eigentlich niemals gegen das. Weil ich würde so schwierig, was ich machen würde, wenn du nicht mehr als Verlose oder viel. Ja, aber nicht jeden Monat. Ja. Und wenn du nicht im Ernst ziehst. Ich habe da auch dieses Vorsatz in den Plastien und jetzt kommt dieses eine und andere angekommen, weil der Ende ist ein paar Wochen. Oh. Perfekt. Dann werden wir noch mal wieder machen. Super. Ja. Das... Ich reite das Ding hier jetzt auf. Ich mache zwar sowieso keine Highscores mehr wegen Dina, aber trotzdem. Wenn ich Dina höre, muss ich mich die ganze Zeit irgendwie an Sepp oder Cardi Gaming erinnern. Ja. Bin ich eigentlich die Einzige, die die Videos damals von Sepp immer geguckt hat und auch jetzt immer noch gerne guckt? Nein, das habe ich auch noch momentan. Also ich, ich nicht. Also von ihm auch eher weniger. Ja, von ihm auch eher weniger. Also ich fand, ihre fand ich immer besser. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, ich guck ihn eigentlich aber trotzdem nicht. Na ja, da hat ja jeder seine eigene Meinung. Also ich meine, ich finde klar, die Neuen sind schon schöner und eher an die Realität, aber trotzdem sind die Alten irgendwie, na ja, nicht besser, aber sie sind, ja, darauf kannst du wenigstens dann sparen. Ja. Ich reite eigentlich, ja. Klar, also natürlich. Wäre ja, wäre jeder Mensch gleich, dann wäre es ja auch doof. Ich meine, wenn wir jetzt alle drei gleich aussehen würden, dann, ganz ehrlich gesagt, ich fände, dann wäre es nicht mehr schön. Ne. Ne. Ich mag irgendwie deine roten Haare voll. Wir könnten eigentlich so Partnerlook machen, so, weil ich habe die gleichen Haare in blau. Und dann könnten wir eigentlich so, ne, also du hast so dein blaues Outfit, ich habe dein rotes Outfit und ich habe blaue Haare und du hast rote Haare. Ja. Ich habe tatsächlich auch rote Haare. Boah, voll schön. Also auch von der Zuhörer aus, nicht geträgt. Ja. Ich finde, ich finde immer, ich finde Mädchen oder auch Jungen bestimmt, also ich habe jetzt noch nie einen Jungen mit roten Haaren gesehen, aber Mädchen, die rote Haare haben, ich, ich finde die so schön. Danke. Kein Problem. Mein Bruder ist tatsächlich auch gut, weil ich. Ja, also. Ich habe die einen, dass man hier mit roten Haaren hat sich nicht. Äh, lol. Also, ich habe meine Zuhörer nicht, aber ich war auch nicht. Ja. Das verwandt. Ja, also ich meine, ich mag weiße Haare eigentlich. Ich finde die eigentlich schön, von daher. Achso, ja, gut. Dann hast du die beim Einsiedler schon? Nein. Okay, dann ab zum Einsiedler. Aber ich finde, Night, den finde ich ja immer mega schön. Also die verwandelte Form. Also ich weiß nicht, ob du, äh, hast du die Kast schon komplett fertig? Nein, das habe ich auch schon mal geguckt, um die Glampe zu machen. Ja. Ja, aber ich finde diese verwandelte Version, ich muss wirklich, ich habe mich in die verliebt. Oh, okay. Tschüss. Guten Appetit. Ja, also ich würde sagen, ähm, wir machen dann gleich noch ein paar tägliche Aufgaben. Und du kannst dann noch ein paar Rennen machen. Weil wir werden wahrscheinlich wieder, ähm, ein Dunwell dann starten. Ja. Weil wenn du noch nicht nach Redwood Point kannst, ist das ja ein bisschen dumm, da zu starten. Dann mache ich mal gerade aber die blauen Ausrufezeichen mal wieder an. Das wäre vielleicht ganz schlau. Irgendwie schon, ja? Ja. Ja, in Redwood Point gibt es sowieso eigentlich keine, ähm, keine Quests. Zumindest keine täglichen. Ich wollte gerade fragen, ob du schon nach Manheim kannst, aber das ist ja irgendwie unlogisch. Weil wie willst du dann da hinkommen? Geht ja nur über Furgrove und Redwood Point. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee, nee. Nee. Ja. Ich sollte mir vielleicht auch mal wieder so ein paar Generation 2 Modelle holen. Weil ich habe, glaube ich, drei. Und, ja, dann ist es ja klar, dass ich eher Generation 3 reite. Ja. Also ich meine... Sag du? Okay, dann sag... Nein, sag du erst. Ja, also generell, ich mag die Generation 2 bei uns so übelst gerne. Und irgendwie kann ich nur auf, wenn ich einfach Generation 3 werde. Ja, ich auch. Ja, ich fütter mal die Pferde, ne? Ja, ein paar Karotten. Also ich meine, ich mag die Generation 3 Pferde auch, aber es ist wirklich... Mittlerweile bringen sie einfach zu viele davon raus. Ja. Und das ist eigentlich mein Problem damit. Ja. Man kommt ja gar nicht mehr mit dem Kaufen, sag ich mal. Ja, vor allen Dingen, wenn man sich irgendwie keines Starcons kaufen darf. Und dann kommt man ja gar nicht mehr hinterher. Oder eben, weil, was ich ja auch so dumm finde, ist, man kriegt ja immer nur 1 Pferde. Sie wissen, das macht doch ein Pferd schon, wenn die denn 2.000 in Frankreich kosten, ne? Ja, ist so. Ich habe, ich habe, ich habe letztens ausgerechnet, ähm, also gestern, ne, am Donnerstag habe ich ausgerechnet, wie viele ich, äh, am Ende, also an Weihnachten haben werde. Und da waren 10.000, nein, 14.500 kam raus. Und ich habe dann nochmal gerechnet, wie es gehen würde, wenn sie jeden Monat ein neues Pferd rausbringen würden. Und das wären wieder 10.000 Starcoins weg. Also ich hätte nur 4.500. Aber da ich dann nochmal ein paar, ähm, mir dazu kaufen, kaufen werde, äh, habe ich dann 10.000, äh, 14.000. Aber ich habe am Ende nur 4.500 gespart. Und wie will ich dann 10.000, äh, 10.000 Pferde kaufen? Ja. Da kann man sich ja nur was kaufen. Ja. Ich denke mal, nach New Hill Coast kannst du auch noch nicht. Also ich meine, das ist nicht das Problem. Äh, nein, lieber nicht. Ich habe immer noch diese Rolle mitgebracht. Und man sagt, da musst du einfach nur ins Shopping-Center. Dann musst du ja hier, äh, in Galahang auf dem Hasen hier besitzen. Dann stehst du in Galahang wieder auf, bringst den Transport, dann wieder raus, lässt dich abholen. Dann musst du den Mürbel schafft. Und dann kannst du eigentlich noch mal nach dem Tuch, wenn den Transport erfolgen. Dann bist du jetzt hier mal die Brücke. Und dann musst du eigentlich schon direkt an den Kuh machen. Das ist irgendwie ein Fehler von SSO, man hat das Gefühl, ne? Ja. Also dafür dürfen sie einen aber auch nicht sperren, weil das ist eigentlich ja kein Cheat. Man hat sich ja nicht reingebracht. Ja. Das war genau das gleiche wie bei meiner Freundin. Weil meine Freundin, die hat, äh, die, die ist dann erst, die ist dann über die vergessenen Felder dahin geritten. Also zum Jorvik-Stahl. Ja. Und das ist dann auch ein Fehler von SSO. Dafür darf SSO-Leute nicht dann. Nein, finde ich auch. Und ich meine, jetzt eigentlich ist es halt nicht schön, wenn man es jetzt in den Kuh treibacht ist. Ja, dann kann ich vielleicht gleich auch gerne ein Office kaufen. Ja. 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 Ja, glaube ich auch. Und Araber Pintos gibt es nicht nur im Mond-Sicheldorf. Ja. So. Dann gehen wir weiter. Ja, wo gehen wir jetzt eigentlich hin? Eigentlich könnten wir jetzt in Südhof mit der Level-Route starten. Dann müssten wir als nächstes nach Yalahheim. Das könnten wir eigentlich machen. Ja, dann machen wir die Level-Route jetzt einfach andersrum. Ja. Als nächstes haben wir Pony-Champi, ne? Ja. Ach, nice. Ähm. Ja, also ich habe jedes Pony von mir ausgelevelt. Ähm. Ja. Pust, pust. Ja. Ich denke aber, ich gehe auf einem Konnemara, weil die Gotland-Ponys, die sitzen mir irgendwie nicht so. Also ich meine, sie sind mega süß, aber ich kann damit keine Jumpies reiten. Glaubt mir. Ich komme damit nicht klar. Ich kann die nicht reiten. Ja. Ich... Ja, also ich habe... Ich habe jedes... Ja. Ja. Weil es neuer ist. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde die Gotland-Ponys irgendwie schöner. Ja. Äh, ich habe eigentlich jedes Generation 3 Pferd, jetzt außer die Welchies. Das war eigentlich auch so mit der Grund, warum ich mir ein Epi gekauft habe, weil ich einfach nicht... dieses eine Pferd nicht haben wollte, ähm, wenn das das Einzige wäre, was mir noch für Generation 3 fehlt. Ja, und jetzt habe ich wieder den Salat, ne? Oh mein Gott, ich nehme mir immer einen Apfel mit, wenn ich mal zwischendurch Hunger habe. Ja. Ja, lecker Bananen. Ja. Ja, Bananen sind wirklich... Aber man darf leider nicht zu viele davon essen. Ähm, ich esse auf gar keinen Fall 5 am Tag. Äh, äh, äh. Also wenn sie dann da sind, dann esse ich wirklich 5 am Tag. Ja, ich glaube nicht. Also... Aber die Idee wird so lange nicht kommen, oder? Nein. Nein, natürlich nicht. Wie würde ich denn auf so eine Idee kommen? So, wir müssen uns jetzt die Gotland-Ponys ansehen, weil sie gerade so schön hier stehen. Okay. Damit wir richtig einen Reiz darauf kriegen, eins zu kaufen. Genau. Das hier habe ich. Und, äh, ich finde das, um ehrlich zu sein, nicht so schön. Ich habe... Ja, das ist süßer. Und es ist eigentlich ja gleich nur ohne diese weißen Dinger da. Das Ding ist, das habe ich mir damals als Partnerpferd gekauft und ich hatte einen Streit mit der Person. Ich mag es nicht mehr. Ja. Deswegen mag ich das Pferd auch automatisch weniger. Aber ich habe es auch vorher nicht gemocht. Dann habe ich das hier noch. Weil... Das ist auch süß. Ja, das finde ich auch süß. Aber ich reite es all... Also, ich reite es auch nicht mehr. Das hier möchte ich mir noch kaufen. Ich meine auch. Weil ich finde diesen Mund darauf so schön. Das hier habe ich. Ja. Das finde ich so süß. Also, ne? Ja. Und das hier... Ja, ich finde das ganz okay. Also, ich meine... Es ist glücklich schön. Es ist immer so schön. Ja, definitiv. Also, ich finde von der einen Seite... Also, von der Seite, wo wir gerade stehen, sieht es schön aus. Aber von der anderen Seite, finde ich, ist der Kopf zu weiß. Ja. Es gibt ja auch dieses Problem, wo ich es in der App... Ja, das finde ich so süß. Aber ich habe mir leider schon eins gekauft gehabt, als ich... Ähm... Als das in der App kam. Und ich hatte keinen Bock mehr, das dann noch in der App großzuziehen. Und dann hatte ich gar nichts mehr. Und dann habe ich das in der App einfach liegen gelassen. Und hatte keine Lust mehr, das zu holen. Ja, also, ich glaube, wir können einfach uns jetzt nach Fort Pinter fahren. Achso, wir müssen ja noch Pony holen, ne? Ja, verdammt. Weil ich wollte eigentlich gerade sagen... Ja, dann lass uns einfach nach Fort Pinter fahren. Und dann können wir ja eigentlich schon auf das Jumpy gehen. Äh... Wird nichts. Ja, glaube ich auch. Und das ist nett, als zu holen, auch viel länger. Ja. Aber vielleicht sollte ich doch dieses eine Gotland-Pony holen, weil das ist weiter, glaube ich, wie mein... Ne, das Konnamara ist am weitesten. Also, bis auf dieses eine Fährt da. Oh, die Fähre kommt genau richtig. Das ist doch wieder schön. Ja. Ich habe keine Ahnung, aber ich finde diese Frisur irgendwie mit dieser Fischmütze hier megaschön. Ich habe mich verliebt in diese Frisur und die Fischmütze. Warum eigentlich Fischmütze? Das ist doch keine Fischmütze. Ich habe eine Fischmütze. Aber das hier ist keine Fischmütze. Moment. Das hier ist eine Fischmütze. Aber das hier nicht. Das hier ist eine Fischmütze. Das hier ist eine Fischmütze. Warte, darf ich auch mit? Ich möchte auch mitbringen. Bitte, Fähre, fahr jetzt nicht ab. Bitte. Äh. Ja. Fähre, fähre. Ja. So, dann mache ich das jetzt so. Aber irgendwie kann, egal welche Generation, der Frise kann immer im Zaun stehen. Ich verstehe das nicht. Wie konnte Star Stable nur so dumm sein und das einfügen? Man weiß es halt. Ja. Aber das ist auch wieder sowas, was mich an den Friesen nervt. Die Friesen der Generation 3 haben so viele Bugs. Einmal dieses mit dem Schweif, dass der hoch geht beim Galopp. Wenn man die Galaten wechselt. Und dass er einfach überall drin stehen kann. Kann jedes Fert, ne? Ja, natürlich. Also hast du das noch nicht gesehen? Nein. Nein. Ja, also eigentlich könnten wir uns abholen lassen, Fährt wechseln und dann, du läufst gerade nach Fort Pinter und ich fahr mit der Fähre, ne? Genau. Ja, dann machen wir das doch so. Dann läufst du einfach gerade zur Fähre, weil ich glaube, das wird bei mir ein bisschen dauern. So, mal schauen, welches Pony am weitesten ist. So, mal kurz das Ding da runternehmen. Ja, das ist jetzt die Frage. Was nimmst du, ne? Hier hätten wir noch Chestnut. Ja, dann kann man sich nicht entscheiden. Ja, ich weiß gerade nicht, ob ich das Level 9 Pony nehmen soll oder ob ich lieber das Jorvik'sche Startpony nehmen soll mit Level 6. Weil das Jorvik'sche Startpony kann ja diesen Sprung da. Aber das Level 9 ist irgendwie auch ein bisschen schöner. Also das Konnemara. Keine Ahnung, aber ich mag die Konnemaras. Das Einzige, was mich an den Konnemaras stört, was mich aber auch an den Araber Pintus stört, ist, dass die Beine beim Stopp, die gehen auf einmal nach vorne wie verrückt. Also die haben auf einmal einen Knick in sich. Also das nervt. Ja, ich glaube, das war ganz gut, dass ich das Konnemara genommen habe. Weil das gibt's nicht so. Ja, mach das. Ja, ich werde auch nicht wirklich was reißen. Aber die Hälfte kommt, glaube ich, auch mit Konnemara, ne? Weil Konnemara ist irgendwie entweder das beliebteste Pony oder das beste in Jumpies. Man weiß es nicht. Ja. Mir ist gerade was aufgefallen. Wenn wir alle täglichen Quests machen wollen, müssen wir auch angeln. Ja. Ah ja, perfekt. Ist das direkt die nach Fort Pintar? Ne, das ist die nach Jalaheim. Ja, da kann ich ja gehen. Toll. Ich glaube, von den Konnemaras müsste bei mir auch noch mal ein Sein ziehen. Ich glaube, von den Konnemara ist, dass wir auch noch mal ein Sein ziehen. Ich glaube, von den Konnemara ist, dass wir auch noch mal ein Sein ziehen. Ja, wir gewinnen jetzt mit Level 4 und Level 9. Genau. Dann fress ich einen Besen. Ich auch. Also wenn wir, wenn wir in die Top 5 kommen, dann fress ich einen Besen. Ja. Weil das würde ja dann auch wieder bedeuten, wir sind mit Level 4er und 9er besser wie mit 15ern. Das Ding ist, es gibt anscheinend auch am Anfang dieses Championats einfach eine Abkürzung. Und ich habe die heute erst bemerkt, dass es die gibt, weil ich wusste nichts von dieser Abkürzung. Ähm, ja, ich weiß nicht, dass auch nicht von den Abkürzungen. Ich habe da keinen blassen Schimmer. Nur weil ich heute ein Video geguckt habe von einem Jumpy-Marathon und da ist die auf einmal über diese Dinger da gesprungen. Und da dachte ich mir doch so, was? Das geht? Aber ich bin nicht eins, du hundert und vier. Das ist doch schon mal ein Pass. Ja. Ich komme jetzt auch. Ja. Sind viele da? Vielleicht werden wir ja jetzt sogar bald der erste Platz. Dort anderen Gruppen. Ja. Aber ich glaube, man macht das einfach aus Höflichkeit, weil ich mache das irgendwie auch immer. Aber ich frage immer erst, kann ich dich etwas fragen? Das ist irgendwie, ja. Ja, wir wissen nur, dass es bloß aus welchem Gruppen gibt. Und wo willst du das dann nicht? Ja. Gut, schön. Das Ding ist, das steht einfach auch in Fort Pinter. Ja. Ja, gut. Es sei denn, man hat den Ruf freundlich noch nicht. Sie sagt, welche stehen die noch nicht. Ja, dann wahrscheinlich hat sie den Ruf nicht. Also. Zumindest könnte ich mir jetzt nichts anderes erklären. Ja, ich glaube, Level 15er werden da viele sein. Also von Pferden her. So, hier ist einer aus den Energy Pirates. Natürlich 15. Warum bin ich hier alleine? Achso, okay. Die müssen doch alle laden. Ah, Hallöchen. Hallöchen, Pupöchen. Hallo. Oh ja, das Fjordi ist wirklich schön. Aber das Ding ist, ich finde das nur schön, wenn man es auch wirklich reitet. Wenn das da steht, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde das nicht so schön. Aber wenn das irgendjemand reitet, dann denke ich mir, oh mein Gott, ist dieses Pferd schön. Also ich weiß nicht, wieso. Ja, das Weltponny. Man kann hier auch mit einem Sony reiten. Das wusste ich jetzt echt nicht. Äh, ja. Ich meine Sony. Ja. Jetzt sehen wir Popo an Popo. Genau. Ja, das ist schön. Ja. Wir haben beide die gleichen Blumen drin. Ja. Kann ich mir gleich nochmal ein Klingel anziehen und die ganz andere Sachen, die mehr so machen? Ja, das wäre vielleicht ganz schlau. Ja, genau schlau. Ich habe das gleiche Halfter. Ich finde es toll, wie hier die Hälfte einfach Welsh-Ponys und Jovic-Starter-Ponys sind. Ja. Gut, Land sind hier gar nicht so viele. Ja, aber Konnemaras sind hier irgendwie gerade gar keine, ne? Nur ich. Chillig. Die Konnemaras sind aber doch auch schön. Ja, das wird klappen. Äh, ja. Ja, dann würde ich sogar mit nem Jovicchen Urpferd hier mitmachen. Auch wenn ich wahrscheinlich damit weniger reißen werde, wie jetzt irgendwie mit so nem dünnen Pferd. Aber deswegen mag ich die Starter-Ponyes auch nicht, weil die können nichts reißen, weil die so pummelig sind. Und dann, 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 ja, dann kannst du nicht so gut lenken. Ja, wenn man einfach mal so richtig random so ne Freundin trifft. Ja. Ja. Normal. Bin ich die Einzige, die diese Leute hasst, die sich in dich reinstellen? Nein. Nee, bist du nicht. Bin klar mit dir. Ich bin klar mit dir. Wo, 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 wo? Rechts haben wir. Rechts? Ah, ja, da! Oh mein Gott! Ich bin nicht die Einzige! Rechts, wo man das auch noch eins hat. Das habe ich schon mal. Hey, ich muss gucken! Oh Gott, es hängt so krass! Ich sehs nicht! Hier vorne bei dieser Starttafel. Starttafel, Starttafel, Starttafel. Kann es sein, dass die mich auf Ignor... Ah, da! Ja, da! Ja, 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 ja! Ja, da! Genau, als ich es gesagt habe. Ja, man kann hier ja nicht wirklich woanders stehen, ne? Willst du meine sein? Warum stehen so viele bei Lana? Das Ding ist, als Lana zu uns kam, auf einmal kommen alle zu uns. Was passiert denn hier bitte? Viel Glück und Chat zu... Ja, jetzt muss man Chat noch nicht zu machen. Sind noch 2,30 Minuten. Viel Glück an alle. Ja, ich mach jetzt einfach viel Glück an alle, weil... Ja, sonst sieht das so aus, als hätte ich das total vergessen. Woher hat sie den Pulli... Den... Den findest du im Global Shop? Banana. Okay. Ich hol mir einen Apfel. Ich werd sowieso nicht zum Jam reißen. Von daher... Mach doch! Ja. Warum ist der Apfel 3 Meter groß? Ja. 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 Also definitiv... Also ich bin auch jedes Mal von dem Tag wirklich aufgeschrieben. Also eigentlich. Ja, ich auch nicht. Und sie hat jetzt schon zum zweiten Mal geschrieben, viel Glück und Chat zu. Ja. 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 Aber das ist halt auch schon wieder so ein Name. Ja. Der ist so cool. Aber er macht... Also er macht schon Sinn auf Deutsch. Aber trotzdem... Irgendwie würde man das nicht erwarten, dass er sich so gut anhört. Ja. Oder auch Laughing Warriors. Das macht irgendwie auch null Sinn. Aber es... Hört sich gut an. Und bei dir ist es aber genauso. Perfekt. Ja. Oh, wie du reagiert. Genau das will ich jetzt. Ja. Ja. Was ist denn los? Alter. Ja. Die Mann ist echt schaffig. Also wegen des Geschäfts zu machen. Ich hab das letzte Mal verpasst. Ohne. Das haben wir sie zu. Ja. Das ist jetzt scheiße. Mhm. Ich dachte grad, hä, warum hab ich auf einmal so viele Gruppenmitglieder? Was ist denn los? Keine Ahnung. Hä? Nee. Dann könnte ich doch wieder aufs Haus. Ja, glaub ich dir. Oh, jetzt muss ich den Apfel wegstellen. Äh, die Abkürzung ging irgendwie so. Ja, verkackt. Cool. Oh, es rennt. Es leckt. Es rennt. Es leckt. Genau. Ja. Ja. Ja, perfekt. Ja, damit kannst du auf jeden Fall mitmachen. Ja. Das ist ja nicht das komplette Gegenteil eines Ponys. Nein, nein. Nee, nee. Oh. Also das ist doch... Ja. Ja. Ja, das ist doch... Ganz ehrlich, das ist doch genau das gleiche wie ein Pony. Ja. Oh ja, ich find's toll, wie ich jetzt 10. Platz war und genau bei diesem Einsprung gedingst hab. Ja. Oh lol, da ist ne YouTuberin. Deswegen ist hier alles so voll. Hä? Da ist ne YouTuberin, oder? Ja. Eine YouTuberin, die heute Server-Dings macht. Das weiß ich, weil ich die auch kenne. Ja, schon. Und natürlich hat sie gewonnen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Die ist ja nur Level 23. Nur ist gut. Hm? Gut, dann geht's wieder, ähm, ans Pferd wechseln. Willkommen im Stream, Mandy Orange Clover. Äh, ich nehme mit OBS auf. OBS Studio. Meine Güte. So, dann geht's wieder ans Pferd wechseln. Also, eigentlich wär's schlau, ne? Also, jetzt kriegst du nach Berlin, oder? Keine Ahnung. Hab den Überblick verloren. Ja gut, dann machen wir das. Hm. Du kannst schon mal vorgehen. Ja. Ja gut, dann machen wir das. Hm. Okay. Komm, ich nehm jetzt mal den Araber Pinto. Weil ich hab grad keine Lust auf Lusitano. Aber ich nehm den anderen Araber Pinto. Warum? Ich hab keine Ahnung. Ich hab grad gesagt, was ich wollte. Ich hab keine Ahnung. Ähm. Ich steu mir auch schlau. Willkommen zu, Steffi. Ja, es ist wirklich schlau alles zu leveln. Dann kommen wir jetzt mit dem gleichen Pferd. Also, ab geht's zur Starschiene-Range. Ist einfach die Starschiene-Range. Hab ich hier noch ein Tier einzusammeln, oder hab ich schon alle eingesammelt? Ich kann ja mal schauen. Obwohl, vielleicht sollte ich das nicht tun. Mein Pferd ist ausgelövelt. Ich tue's trotzdem. Ja. Ja. Ich find drei Araber Pintos schön. Zwei davon hab ich. Einen noch nicht. Ja. Aber eigentlich muss ich sagen, bei den Araber Pintos find ich so, die Farben sind eigentlich alle irgendwie schön. Ja. Wir waren grade bei mir synchron. Ja. 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 Gibt ja nur 300 XP. Ja. 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 5 Stunden lauf ich mit dieser Wolle im Inventar rum? Ja. 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 Ruhm. Ja. sehen. Ich habe nämlich irgendwie gerade voll Bock auf Streamen. So was mache ich jetzt jeden Samstag. Das macht voll Bock. Cool. Ich habe tatsächlich nicht jeden Samstag Zeit, aber wenn ich nur Zeit habe, kann ich ja vielleicht auch noch mal wieder mal wegkommen. Klar. Ja, ich habe jeden Samstag Zeit. Bei uns ist Samstags Werktag. Deswegen machen wir da nicht so viel. Dafür ist Sonntags Familientag. Ja, das ist aber ganz wichtig. Also wir machen so was zwar nicht, aber dafür machen wir halt mit anderen Sachen zusammen. Ja, klar. Das ist auch Arbeit und so, ja. Sonntags ist immer so, da ist Papa zuhause und da darf eigentlich jeder machen, wo er möchte. Eigentlich so gut. Weil Papa ist halt eigentlich von morgens bis abends auf der Arbeit. Und das vom Monat ist das ganz der Papa. Und deshalb ist es so, Sonntags sind wir so, ja, wir gucken mal so raus, oder? Ja. Ja. Bist du fertig mit den Tieren? Nee. Loll. Ich versuch dir mal zu helfen. Achso, nee, mit den Tieren ich weiß nicht. Ich muss mal was zu haben. Ja. Ich hab das gleiche Problem. Das ist auch in der Schule manchmal so. Ja. Ja. Das Ding ist, damals hatte ich eine Lehrerin und in der nächsten Klasse ist dann einfach eine Schülerin, mit dem gleichen Nachnamen in die Klasse gekommen. Ja. Da dachte ich mir auch erstmal nur so, sind die verwandt? Ja. Und in der Klasse war aber auch eine, die hatte den gleichen Nachnamen wie ich. Und dann nur so, sind wir verwandt? Ja. Du meinst nicht so ganz. Ja. Aber wir haben beide braune Haare. Ja. Dann müssen wir hier richtig Lachen. Ja. Ich finde es toll, wie der Chat nach vier Stunden einfach komplett gelöscht wurde. Okay. Im Chat stehen jetzt vier Nachrichten. Ich habe auch irgendwie, also für mich, das habe ich auch noch ziemlich viel reingeschrieben. Kommt ja immer alles für sechs an. Ja. War auch so, als ich so in der Herkunft bin. Da warst du am Ende eigentlich schon irgendwo anders. Und auf meinem Bildschirm warst du irgendwie, also auf dem Handy, warst du jetzt zum Beispiel schon in der Herkunft. Und dann wolltest du da hinten bleiben. Und dann am Ende warst du da gar nichts mehr. Ja. Das ist dann so, ja, super. Ja, das Türen geht immer irgendwie 20 Sekunden, ich glaube, vor. Genau. Macht er hin. Kann ich auch nicht. Denk ich mir auch, Oma. Der Apfel möchte echt nicht, dass ich je mit dem fertig werde. Ja, ich auch. Perfekt. Ich immer, wenn ich bei den Rennen aus Versehen C drücke. Was? 160 Agilität? Das Ding ist, diese Zahl, die ist dann so komisch, weil du das nicht gewöhnt bist. Dass da sowas, ja, ich weiß gerade nicht mehr, ob es drüber steht oder ob es dann kleiner ist, aber das bist du einfach nicht gewöhnt. Genau. Also ich glaube, das war der längste nicht 24 Stunden Stream ever. Oder wird es sein. Aber das komische ist, ich habe immer noch Bock auf Star Stable. Ja. Bei mir ist es manchmal so einfach, dass ich einfach lange bei der Tag, wie der Blöck irgendwie jetzt Star Stable rum. Ja, ich auch. Bei mir ist es dann tatsächlich so, das bleibt dann die ganze Zeit so, bis dann irgendwie irgendwas mich unterbricht. Also ich mache da dann nicht schlapp. Ich mache das weiter. Ach so, das Einzige, was mich bei den alten Pferden stört, ist, dass das meistens gespiegelt ist. Also klar, bei manchen Pferden sieht das schön aus, aber nee, das ist irgendwie unkreativ. Und auch nicht viel Arbeit. Das haben sie ja zum Glück geändert, glaube ich. Und die meisten Pferden haben. Sein Tag kann das immer so sein. Ja. Das weiß ich jetzt auch nicht. Könnte ich jetzt auch nicht sagen, welchen weiß ich jetzt falsch. So, weil ich mich gerade nicht so ganz bezeichnen würde. Also ich wäre ein Gefängnis für den Verhalten nicht. Ja. Aber warum wollen sie eigentlich die Pferde auf dem Pferdemarkt jetzt wegtun? Verstehe ich auch nicht. Aber weil sie, das hat nicht wirklich die Pferden. Ne. Die Pferden kann das machen. Ja. Und ganz ehrlich, ich musste auch wirklich noch sparen bis zum 6. April, weil ich wollte mir davon auch noch eins holen. Weil ich finde diesen App-Bowser, den finde ich irgendwie mega schön. Ja. Und die kosten ja, glaube ich, nur 280 Starcoins. Das geht. Ja, das geht wirklich noch klar. Dann selbst ein größer Komponitor, oder? Jo. Es sei denn, du holst sie als der alten Modelle. Ja. Aber dann ist es wie was anderes. Ja. Nein, neun Komponis. Guten Tag. Könntest du dir fast, also wenn wir jetzt so, wenn wir jetzt so ein Recht holen, dann könntest du dir fast zwei alte Modelle holen. Das haben wir ja noch nicht mehr machen. Jo. Aber ich finde, dass Starstable nicht zu viel rausbringen sollte, aber auch erstmal, bevor sie wieder neue Rassen rausbringen, wie jetzt zum Beispiel Percheron, Jovic, das Urpferd, dass sie erst mal die alten überarbeiten sollten. Weil wie lange stehen die Scheier denn jetzt da schon unbearbeitet, bitte? Ich muss mich noch sehr gut fragen. Keine Ahnung, aber bei den Scheiers habe ich irgendwie am meisten Reiz, dass das endlich kommt. Oder die Mustern. Oder die Mustern. Und zwar, als neue Rassen zu seinem Schlaf, weil das vielleicht nur so. Hm. Ja, haben sie noch. Oh ja, aber nicht zum Reiten, sondern so als Haustier. Ja. Das war irgendwie lustig. Das kann man dann zwischendurch in die Tasche tragen, aber das muss man heute einfach in der Venue mehr tun. Ja, ab in die Tasche damit. Ja, stell dir mal vor, man könnte das dann einfach in die Tasche tun. Ja, aber wir haben so viel Starstable-Logik da schon noch mit drin, das läuft auch ohne Strick mit. Ich verstehe aber auch nicht, wieso die eigentlich einem hinterherlaufen, wenn man mit denen redet. Warum sind die denn aus dem Stall abgehauen, um dann von irgendjemandem wieder da reingebracht zu werden? No. No. Und jetzt auf der Fall. Also das wird safe, der längste Stream auf meinem Kanal. Weil der ist seit 5 Stunden aktiv und bevor der Livestream live war, hab ich auch noch, äh, da war ich schon live, aber der Stream war noch nicht online, da hab ich auch schon eine Stunde irgendwie aufgenommen. Also sind wir schon 6 Stunden dran. Ja, ganz wenig. Ja, ganz wenig. Aber ich finde trotzdem, Star Stagel sollte sich mal mehr um die Story Quest kümmern, weil die ist, die endet irgendwie immer an den spannendsten Stellen. Ja. Und, klar... Ja, ja. Ja, ja. Also ich bin wirklich froh, dass nächste Woche dann auch mal wieder was dazu kommt. Aber, ähm, ich meine, ja klar, Pferde sind Star Stables Haupteinnahmequelle, aber trotzdem. Es wird irgendwann auch zu viel. Irgendwann, man kann's auch übertreiben. Nein. Und, also ganz ehrlich. Es kam mit ersten Art Stables Haupteinahmequelle aus und hier kommt vielleicht vielleicht die Frage zum Beispiel aus. Ja. Wir haben einen Monat her, seitdem. Ja. 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 Aber es gibt ja auch Pferde, die sind, die gammeln immer noch auf Generation 1 rum. Ja. Zum Beispiel dieses Chois de Francais, keine Ahnung wie das ausgesprochen wird, das ist immer noch Generation 1. Da kam nie 2, nie 3 raus. Aber ich glaube heruntergesetzt ist es schon. Aber ich glaube nur auf 590 Starcoins. Warte, welches Jumpy haben wir eigentlich gleich? Welches Jumpy haben wir eigentlich? Ach, Silverglade. Und das kann man erst mal so drauf. Wenn ich einen Hetzwerkfeder bekomme, dann lasse ich das. Ja. Also ich wahrscheinlich auch. Und dann kann man ja, dass man mit einem kommt, vielleicht, hat das ja noch. Ja. Dann kriegt alles halt nicht. Dann haben wir nicht, oder? Ja. Wenn es bei mir klappt, werde ich das trotzdem reiten, weil es ist nun mal ein Jumpy-Stream. Und ein Jumpy-Stream heißt, dass man jedes Jumpy macht. Logischerweise. Ja. Und das würde ja sonst keinen Sinn machen. Ja, eben. Ich hätte nicht jedenfalls noch nicht schlug. Das war schon. Ja. Aber wir haben ja noch viele vor uns, wenn wir hier bis 22 Uhr durchmachen. Ja, vielleicht mal eine kurze Plo-Pause. Ich wollte, glaube ich, sogar Plo-Kause sagen. Äh, eine kurze Klo-Pause. Die muss man ja immer mal machen. Ja, aber bis jetzt fühle ich hier seit 5 Stunden, seit 6 Stunden mittlerweile durch. Ich war nur mal kurz essen. Ja, das ist ja chillig, wenn man nicht auf die Toilette muss. Ich habe keine Lust mehr, ob das in Acht wird. Gut, dann gehen wir nach Dandel. Ja. Ja. Dann macht das auch. Genau. Ja. Ja. ja ja du fühlst jetzt uns doch dann wird ja stoppen dann mache ich jetzt jeden Samstag alle Rennen und alle täglichen Quests durch perfekt aber ich habe auch mal so ein Update Ideen Video von jemandem gesehen das war zwar eine englischsprachige YouTuberin aber ich fand diese Idee voll gut und zwar dass man irgendwie so Jorvik Schillinge zu Starcoins eintauschen könnte also dass man zum Beispiel wenn man jetzt 10.000 Jorvik Schillinge hat dann 100 bekommt weil dadurch würde würde es das ja auch keine Verluste machen und ich muss sagen ja das gibt es ja schon aber ja da muss man dann alle Einstellungen wieder zurück machen wenn man darauf keinen Bock mehr hat und das ist auch wieder blöd ist schon aber ich war zu blöd um das so hinzubekommen also dass ich konnte dann nicht mehr steuern und so ja der Chat meines Livestreams gerade ist einfach der beste Chat ever hi äh Sienna Piracraft hat für 300 Sekunden blockiert mit was nimmst du auf hi wieder da ja achso und ich habe diesen diesen jemanden nicht blockiert weil er irgendwie was falsch geschrieben hat sondern weil er einen Link gepostet hat und ja aber ich hatte auch mal sowas da hat auf einmal jemanden Link in die Kommentare von einem Video gepostet und da waren einfach so ähm Anime Charaktere die nackt waren und so und da denke ich mir auch nur so hallo mein Kanal ist ein so gesehen ein Kinderkanal warum warum postest du sowas weil mein Kanal ist für beides ähm ich habe meine Videos nie irgendwie spezialisiert für Kinder und Erwachsene oder nur für Erwachsene weil ich finde das ist doof weil dann können kann niemand mehr was in die Kommentare schreiben aber die Leute ohne Account können trotzdem noch gucken nur meine Streams die sind nur für Erwachsene die sind nur für Erwachsene ja wir spielen so zusammen ja perfekt und wir haben sehr ähnliche Geschmäcker ja natürlich genau und eigentlich wie du bist natürlich sehr sympathisch ja du bist mir auch sympathisch sonst würde ich wahrscheinlich nicht mit dir jetzt spielen ja 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 wieso auch ja 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 wenn ich auch wenn ich auch wenn ich auch was ja auch ein bisschen gewalt ist so spiel ich es oh wahrscheinlich will jemand dann bekommen so und die Frage ob ich wieder spielen will es scheint ja ein kleines Kind oder so zu sein ähm wenn ich spiele und wenn ich mich als übelst näher auch denke gleichzeitig muss offline ja 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 ich bring kurz den Apfel hier weg und ich spreche ja Bis gleich. So, wieder da. Ich finde es toll, wie meine Katze einfach in meinem Bett liegt und schläft. Was ich mich manchmal so frage, warum machen eigentlich Clubs mit zwei Namen, die voll sind, warum machen sie dann eigentlich so einen Partner-Club, wo sie dann irgendwie so Students oder so dahinter packen, wenn sie auch einfach das Gegenteil schreiben könnten? Ja, weil ich finde dann, also jetzt zum Beispiel bei meinem Club Dangerous Woofs, könnte man dann auch einfach, falls mein Club voll wäre, auch einfach als Zweitclub Nice Woofs machen. Das würde man doch auch erkennen. Okay. Okay, hab ich. Ja, also Spiel ist wieder da, bloß Steven halt ist nicht voll mit Kuchen und Donuts und so, mein Bruder hat irgendwie geputzelt und er feilt jetzt so ein bisschen. Die wollen ja unbedingt, Alter, das tut da, guck. Aber ein bisschen Kuchen kann ja nicht schaden, ne? Ja. Dann willst du aus Kuchen essen gehen und kommen da irgendwie. Alles klar oder so. Alles klar. Ich mach schon mal ein paar Technische aufgaben. Dann lass da mal rein. Aber... Nein. Okay. Ja. Tschüss. 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 So, dann mach ich wieder die Musik an. Äh, wir machen trotzdem ein paar tägliche Aufgaben, würde ich sagen. Weil... Ja. Das macht Sinn, wenn wir täglich Aufgaben machen. Hallo. So. Dann holen wir uns mal die Musik. Ich hoffe, man hört die auch. Also die Musik. Okay. Oh nein, ich hasse diese Crest. Aber gut, okay. Warst du eben nur so wenig? Nein. Definitiv nein. Dann hab ich keinen Bock darauf. Dann gehen wir mal gerade auf ein anderes... Ähm. Ähm. Woanders hin. Und zwar mal gerade nach Silverglade. Denn... Ja. Das wär gerade ganz schlau. Äh. Ich mach aber dann auch gleich mal kurz ne Klopause. Weil... Ähm. Ja. Ich muss auf die Toilette. Gut. Dann habt eine... schöne Pause. Ja. Ähm. Ich wünsch euch noch... Spaß. Viel Spaß. Und... Ja. Ähm. Ich werde dann jetzt kurz... Gehen. Und komme aber gleich wieder. Deswegen... Ja. Bis... Gleich. Nachrichten. wohl... hit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, ja, sechs Stunden durchgehalten. Weitere sechs Stunden gehen jetzt los. Wir machen jetzt hier die täglichen Quests alle noch. Ja, wir machen auf jeden Fall diese täglichen Quests hier noch, denn hier startet sowieso das Jumpy und deswegen muss ich jetzt nicht nochmal wegfahren, würde ich sagen. Weswegen wir das dann die täglichen Quests hier auch noch alle machen. Wir holen nur gerade, ja, hier die Quests noch. Ich seh das zwar eigentlich nicht ein, aber okay, machen wir's einfach. Oh, warte. Ich hab den Text vergessen. So. Ich weiß gar nicht, welches Ding gerade aufnimmt. Weil ich hab ja drei verschiedene Möglichkeiten immer. Oh. Sorry, das war ein Wecker. Okay, noch 20 Minuten, bis es ist startet. Ach, da ist noch eine Ente. Warum ist denn eine Ente vor dem Jumpy-Platz? Alles klar. Muss ich nicht verstehen. Jetzt hab ich endlich keine Wolle mehr drin, aber jetzt hab ich, äh, solche Muffins und Weinflaschen. Fünf, okay. Fünf kriegen wir hin. So, jetzt gehen wir gerade schnell zum Brunnen. Ich wollte zum Brunnen. Ich hab damals immer gedacht, dass, äh, Champion-Art auf Englisch Champion-Aid wäre. Oh, wir haben noch eins. Ja, ich dachte schon, vier Enden, das sieht doch komisch aus. Mir fehlen übrigens noch zwei von diesen Mülldingern. Ja, das ist wahrscheinlich nicht da drin. Ich dachte gerade, da wird es blinken. Das sind zwei Häschen. Ja, deswegen. Und ich hab da oben nicht hingeguckt. Kann ich nichts für. Äh, jo. Eigentlich würde ich sagen, wir können auch gerade noch zum Silbergrät Landgut reiten und die Dinger dahinter. Schadet ja niemandem. Außer mir, falls ich ein Netzi bekomme. Und wir haben echt noch viel Zeit. Wenn ich noch mal zum Silbergrä اeffective den Unterschiede bin. Und wir können auch glückende Häschen und einfach mal zum Silbergräuven. ich werde kurz was anderes anmachen also ich meine das soll jetzt nicht heißen dass das nicht das ist kein Ding ist aber trotzdem so ähm so wir schauen mal wie sich das hier anhört so Okay. Um. 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 Oh, warte. Ich bin am Jumpy vorbeigerannt. Loll. Ich würde gerade am liebsten aufschieben. Um. 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 Wir lassen das so. Warte, ich schreib mal gerade an den Internet. Warte, ich schreib mal. 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 Also der Chatverlauf, der Chatverlauf war gerade perfekt, ey. Ja, hoffentlich bekommst du kein Netzi. Warum stehen die jetzt hier bei mir? Was ist mit euch los? Warum steht ihr bei mir? Aber es sind irgendwie ziemlich wenig noch da. Ja, ich schreib mal. Ja, sag mal, warum steht sie denn hier die ganze Zeit vor mir? Was ist denn mit ihr? Ich fühl mich belästigt. Sie starrt die ganze Zeit auf mich. Jetzt kommt eine Runde mit mir. Jetzt musst du nicht immer bewegen. Tut mir nicht leid. Ja. Perfekt. Ja, ich kann ein paar Schritte tun. Ja. Ja, ich hab ne Idee. Jeder, der in den Stream kommt, sieht erstmal als angepinnte Nachricht eine zurückgezogene Nachricht. Schade, das geht nicht. Gut, dann mach ich jetzt einen Punkt, dann pinne ich den an. Und wenn ich, wenn ich, ja, dann pinne ich den jetzt an. So, jetzt kommen, Leute werden mit einem Punkt begrüßen. Ach, das ist doch sehr schön. Ja, eine tolle Begrüßung. Definitiv. Also, eine noch bessere Begrüßung würde mir selber nicht einfallen. Ja, mir auch nicht. Einfach Punkt. Vor allen Dingen, wenn das sogar die schreibt, die den Stream macht. Was denken sich denn die Leute, die hier reinkommen? Das ist einfach ein, das ist einfach ein Joke. Also, ja. Warum steigen mich jetzt alle an? Bitte, redet mit mir. Was wollt ihr von mir? Hilf mir doch bitte. Ich kann eigentlich nicht kommen. Ich steige mich nicht in die andere da rein. Dann kann sie nicht ganz kennen. Ja. Perfekt. Ja, als du kommst, wie du kommst, gehen sie einfach weg. Die leuten mich nicht. Ich schwöre. Ja. Ich hätte auch auf meinem Friesen kommen sollen. Naja, jetzt ist es zu spät. Ja, du hast das mit mir gezeigt. Ja gut, das stimmt. Ja gut, das stimmt. Okay, mach es. Ja. Ich hoffe, ich komm jetzt nicht zu spät. Und dann kommst du noch zu spät. Ja, einfach, 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 einfach. Moment. Und? Zack, 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 Zaaaaaaaaack.... Zack, 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 Zack. Ähm, ähm, ja die Frage könnte ich mir selbst stellen. Ja, das stimmt. So, ein bisschen anziehen. Also noch habe ich keinen, der sie. Das ist gut. Ich komme jetzt auf. Also bei mir wurdest du auch nicht ausgelockt. Weil ich bin doch da. So, okay. Jetzt muss ich schnell in den Transporter rein, da hinfahren und dann, ja. Äh. Ja, gut, das schaffe ich. Das schaffe ich. Oh lol, ich habe nur zwei Minuten gebraucht um mein Pferd umzuziehen. Ich knack zu mir hier die ganze Zeit was. Ja, jetzt muss nur ich keinen Netzi bekommen. Wenn ich jetzt Netzi bekomme, wäre es schon doof. Toll, dass das Silverglade Championat in vier Minuten beginnt. Okay, ich habe auch keinen Netzi. Das ist gut. Das ist schön. Schrott, 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 Schrott. So. Ich hätte gerne eine andere Haarfarbe irgendwie, aber irgendwie mag ich meine Haarfarbe auch. Ich weiß es nicht so ganz. Ich kann mich nie entscheiden. Ja. Kenne ich aber auch. Dann ist es gut, dass ich nicht die Einzige bin. Ja. Hat der Kuchen geschmeckt? Ja. Und jetzt hat der Apfelkuchen. Ach ja, den hatten wir auch schon oft. Nur mit Pudding. Ja. Wenn ich den Schiff hatte, dass ich verwandelt mit Pudding zu machen, das ist so flüssig wie Wasser. Ja. Ja, perfekt. Was heißt VF eigentlich? Ich sehe das bei jedem Champi... Mindestens einmal, aber ich weiß eigentlich gar nicht, was es heißt. Also ich bin da draußen, ich bin da viel in der Lieber, aber das andere würde mir auch nicht seinfallen. Ja, viele Verlierer. Ja. Ja. Aber irgendwie sind hier voll wenig Araber Pintos. Aber hier sind viele Friesen. Ja. Aber auch viele... Ja, kann sein. Aber weißt du, was ich... Aber ich finde es schön, dass hier zur Hälfte zweite Generation ist und zur Hälfte dritte Generation. Das finde ich schön. Ja. Dritte Generation ist zwar wahrscheinlich ein bisschen mehr, aber trotzdem. Die denken sich auch alle nur so, die mich eben gesehen haben, hä, war die nicht eben noch auf dem Araber Pintok? Aber die Fliesen sind schon von Anfang an mit dabei. Die waren schon Generation 1. Warum steigen die mich denn jetzt alle wieder an? Ja, hallo. Ja, komm, lass einfach die ganze Zeit rückwärts gehen. Das macht doch jeder immer. Ja, ich auch. Ja, gut, das ist ja... Ja. Ja. Das Ding ist, wir sind eigentlich die einzigen, die das machen, aber egal. Es ist halt cool. Also, wenn sie leben, muss ich die schönes nennen. Ja. Fahre nichts anderes zu sagen. Ja. Aber muss ich hier einfach ein kurzes Foto machen. So. Weil es einfach schön aussieht. Ja. So, jetzt wäre es cool, wenn du einfach Rückwärtsgang wieder machst und wir sind synchron. Schade, wir sind synchron, aber mit den falschen Füßen. Das sieht so komisch aus. Aber das haben sie, glaube ich, bei Generation 3 immer noch nicht gefixt, von daher. Na! Warum können wir nicht einmal in die gleiche Gruppe kommen? Das ist ja eigentlich zu schön. Ja. Wenn das steht, mach dich bereit, höre ich auf mit dem Rückwärtsgang, sonst gehe ich am Ende noch rückwärts beim Jumpstart. Ja, also jetzt kann ich auf jeden Fall was reißen. Ach, wieder diese Speed-Bagger, die direkt mit dem Speed starten, ey. Das ist so nervig. Und dieses Mal habe ich nicht die Hufeisen vergessen. Man kann mir vertrauen. Toll, ich habe erst mal gefailt. Schön rein da. Aber ich bin, ich bin durch den Fail einen Platz hochgekommen. So, hier. Schon mal Gruppe verlassen. Schon mal vorbereiten. Ja, Konzentration ist jetzt über die ganze Zeit verheben. Ja, so viel zum Thema Konzentration ist voll da. Genau. Geht euch natürlich nicht. Ja. Aber wenn man überhaupt nicht sich konzentriert und die ganze Zeit noch mit irgendjemandem redet und so, dann fällt man nicht. Es sei denn, man redet gerade übers Failen. Dann fällt man. Genau. Und wenn man eigentlich auch fällt. Ja, same. Warum? I don't know. Also, ich wünschte, ich könnte irgendwas reißen, aber ich kann es halt nicht. Ich kann dieses Jumpy einfach nicht. Ich kann kein einziges Jumpy. Äh... Oh! Ja, ich habe erst mal gefailt. Ja, ich bin aber auch in Gruppe 1. Also, ich bin eigentlich ganz froh, wenn ich es überhaupt in die Top 10 schaffe. Ja, Gruppe 1. Da kommt man ab Level 20 rein. Und da sind dann natürlich auch ein paar 21er und 22er und so. Scheiße. Scheiße, jetzt habe ich hier so mit dem Grön, Alter. Was ist das? Keine Ahnung. Aber jetzt kommt man nicht überholt. Doch, jetzt schon. Ja, perfekt. Ey, aber ich habe ganz gut gerissen hier noch. Ich bin... Ich bin auf Platz 7 gekommen. Ich bin auf Platz 7 gekommen. Und das ist eigentlich ganz gut dafür, dass ich gefühlt 10.000 Mal gefehlt habe. Ja, das würde ich auch zu einer Woche los. Ja, ich bleib jetzt auf dem Friesen. Meine Güte. Ja, ich bin 1. Geil. HGW. Ich bin 1. Ich bin 1. Ich werde nicht mehr. Oui. HGW. Ja, also, ich bin 7. Ja. Für Gruppe 1 gut. Für Gruppe 2 wäre das nicht gut. Geil. So. Ich habe in Silverglade die täglichen Aufgaben schon gemacht. Eigentlich musst du gar nicht Pferd wechseln. Wir machen hier die Rennen sowieso nicht mehr. Genau. Wir bleiben jetzt im Partnerpferd. Ja. Genau. Hast du eigentlich vor dir noch eines dieser alten Modelle zu kaufen, die bald weggehen? Ähm, das weiß ich nicht. Das heißt, dass ich jetzt schon 1. 2. 2. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 6. 6. 7. 7. 9. 9. 11. 12. 12. 12. 13. Also, ich sag bei keinem Pferd, nee, das gefällt mir nicht eigentlich. Ja, das könnte mir auch so. Also, fängst du ja auch nicht um die ganze Leistung von dem Pferd, wenn man die gefeißen mit Pinta auch nicht, ne? Ja, ich auch nicht. Also, ich find, man muss es halt, man muss sich halt dran gewöhnen. Ja. Hast du mir dann die Woll abgegeben? Ja, ich hab hier jetzt alles schon gemacht. Also, ich muss noch diese Backwaren da nach vor Pinta bringen. Ja. Eigentlich, ja, wir sind nicht gleich schnell, ne? Ja, aber ich bin Level 20 und du bist Level 16. Das hat ja auch nochmal nen Unterschied. Ja, ich aber auch, alles gut. Ja, ich mach dann mal ein bisschen langsamer. würde ich sagen. Ja, wir traben jetzt einfach dorthin. Ne, das dauert zu lange. Ich renn dir einfach hinterher. Du kennst den Weg. Hier hol ich mir nochmal ein bisschen Müll mit, damit ich meine 200 Müll endlich mal hab. LoL. Erstmal failen. Geilo. Perfekt. Joa, wenn ich das verkaufen würde, hätt ich 400. Joa, wirklich schön länger. Ja. Werde ich aber nicht tun. Ja, egal. Ich hätt, ich hätt insgesamt 1200 würde ich alle die verkaufen. Mach ich aber nicht. Okay. Okay, ich meine, ich vergesse eigentlich jeden Tag diese Müllflaschen da einzutauschen gegen Jorvik Schlinge, aber egal. Ja. Ich mach's meistens nicht. Warum sind da Konfettiflocken? Ja. Also ich glaube, das Ponychampionat ist grad nicht dran. Ja, das glaub ich auch nicht. Ja, das glaub ich auch. Oh mein Gott, die Disco ist offen. Oh ja, das passiert mir auch so oft und ich denk mir dann immer nur so ernsthaft jetzt. Ich geh mal grad in die Disco, ich möchte sehen wie mein Pferd tanzt. Schön, dass ich das nicht mit in diese Gegend bringen kann. Warum denn nicht? Warum kann man nicht mit dem Ding? Das wäre jetzt hier irgendwie möglich gewesen, ne? Lol, die tanzen eigentlich voll geil. Also ein bisschen eleganter wär eigentlich für'n Friesen schon... Ja, aber muss ja nicht, ne? Was passiert, wenn man das jetzt mittendrin jetzt einfach mal umzieht? Ja, aber dann passiert nichts. Es fängt, denken sie sich nur so, warum musst du mich jetzt umziehen? Ja. Perfekt. Perfekt. So, ich geh einfach mal in meinen Club. So, und jetzt hör ich auf zu tanzen. Perfekt. Jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Das ist der Sinn des Ganzen. So, so, so. Ja, perfekt. So macht man das. Aber das Pferd tanzt weiter. Ich dachte, man könnte sich jetzt noch bewegen. Warte, lass mal zum Briefkasten gehen und schauen, ob's dann klappt. Einfach mal kurz selbst Brief schreiben. Loll. Loll. Ja, wenn ich weiß, dass ich ihn mir verholfe, auch gar nicht. Jo. So. Neu. To. Sienna. Panda. Kraft. Disco. Loll. Ja, das ist der beste Brief, den ich jemals geschrieben hab. Die Nachricht unter der Betreffung wurde als unangemeldet. Warum? Dann nenn ich den Titel okay. Warum geht das? Warum kann man Disco nicht schreiben? Warum nicht als Betreff? Das macht null Sinn. Und jetzt müssen wir auch noch versuchen, gleichzeitig, also synchron zu tanzen. Was kann man so tun? Ja. Wir drücken einfach gleichzeitig. Okay. Du zählst. Eins. Drei. 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 Man tanzt nicht mal gleich. Man tanzt nicht mal gleich. So, jetzt auf den Brief drücken. Ich kann mich immer noch nicht bewegen. Warte. Tanzen. Auf den Brief drücken. Auf den eigenen Brief drücken. Den Briefkasten schließen. Wiederschließen. Oh. Schade. Das hätte klappen können. Ja, verdammt. Jetzt hab ich das Ding aber schon gelesen. Ja, gut. Dann lassen wir das jetzt. Ich hab keinen Bock mehr. Ich wollte... Ich wollte... Ich wollte... Ich wollte... bei der Straße tanzen. Ich kann nicht so tanzen. I know. Aber dann tanzt das Pferd nicht mit. Das ist einfach so. Aber wir können's mal versuchen. Vielleicht wurde das mittlerweile gefixt. Aber wir müssen ja nicht bis komplett nach Moorland. Ja. Ja. Apropos Picknick. Wir könnten auch mal ein Picknick gleich machen. Oder ein bisschen was grillen. Weil ich hab genug davon. Ja. Und benutzen tue ich die Dinger sowieso nicht. Also mal ehrlich. Wer benutzt die schon? Oh mein Gott. Ein Mülleimer. Das ist so legendär in Star Stable. Ja. So. Tanzpack. Yay. Tanzt du mit mir? Nö. Warte. Wenn ich mal gerade nochmal zurückgehe. Und jetzt auf mein Pferd aufsteige. Kann ich denn hier tanzen? Schade. Mal kurz absteigen. Tanzen. Kann ich jetzt aufsteigen? Ne. Schade. Passiert. Warte. Ich geh mal weg vom Lagerfeuer. Vielleicht kann ich dann aufsitzen. So. Tanzen. Aufsteigen. Ja. Geht nicht. Schade. Ja. Okay. Lass trotzdem mit Tanzpack jetzt rumrennen. Ja. Dann können wir uns einfach mal irgendwo mitten hinsetzen. Ey. Wir können nur so einfach bei dieser Disco anders hin. Schnell wo man eigentlich nicht tanzen kann. Ja. Lass das machen. Die denken sich ja auch nur so. Hä? Wieso tanzen? Wieso können die da tanzen? Und selbst kommt dann jeder so zu uns. Ja. Ja. Das. 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 Äh. Was machen die denn jetzt da? Ja. Was machen die da? Warum machen die das? Hallo? Haben. Sind die Hobbylos? Komm lass hier tanzen. Lass einfach hier tanzen. Warum kann man da nicht hin? Warum kann man da nicht hinter? Wie fies. Na gut. Okay. Dann. Also. So geht's auch. Wie. 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 den Tanz, den du da gerade machst, den finde ich ja richtig toll. Ja, aber meiner ist auch mega geil. Schade aber, dass die Pferde hierbei nicht mittanzen. Hier kommt einfach niemand. Niemand fällt darauf rein. Was? Ernsthaft? Oh ja, meins auch! Achso, weil wir bei der Disco stehen. Ja, weil da gerade Party ist, tanzen die mit. Glaub ich. Komm, lass einfach mal vor so eine Bank stellen und da dann tanzen. So, jetzt sitzen wir. Warte, kann ich das? Geht das? Warum geht das? Erstmal hinsetzen und dann tanzen. Was machst du da? Ja. Und jetzt einfach hier unten einfach in die Couch setzen. Perfekt. Mach ich jeden Tag. Aber es ist auch, es ist schon wieder dieser Bug mit dem Sitzen. Warum haben sie den nicht letztes Update gefixt? Ja, ne? Wie lange ist der denn jetzt bitte schon drin? Seit zwei Wochen bestimmt schon. Ja, ne, das war schon abschließend. Aber sie fühlt sich eh ein bisschen anders. Ja. Weil ich hatte auch mal Clubtreffen und wir saßen dann da im Clubhaus und einfach... Und die, die vor mir saß die ganze Zeit so wupp, 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 wupp durch den ganzen Tisch durch. Und ich denk mir nur so, alles klar, was passiert da bitte? Das sieht auch schon nett aus. Und darf ich da so ein bisschen? Ja. Ich bin richtig lieb. Also man kann mit diesem Tanzblock wirklich ne Menge Spaß haben. Also mir gefällt das. Das müsste ich jetzt auch ausprobieren. Geil! Ja, und jetzt hör ich auf. Warte, was passiert? So, ich trink jetzt mal kurz was und jetzt... Je Ich mach hier voll die komischen Posen! Ja, aber manchmal hat's auch irgendwie was. Was man hier alles so mitmachen kann. So, lass mal kurz. Warte, 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 warte. Wo steht bravo? Bravo, bravo, bravo. Ja, mein Charakter ist umgefallen. Genau. Ja. 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 Und dann die Pferde, unsere Pferde einfach so tanzen. Warum ist das eigentlich Flehen? Jetzt mal ernsthaft. Fliehen. Da mach ich auch immer so. Was machen wir hier? Ich weiß nicht, ob man das gesehen hat, aber ich bin so sauer und auf einmal nehm ich mir so'n Drink. Ja, perfekt. Der schwebt einfach erst mal. Nein, die Bedienung von der Eifel ist da nur für Teppe, ist da für Zweig. Ja, schön. Ich kann zaubern! 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 Ich kann die ganze Zeit das Gleiche! Das war voll Fun in der Disco, das zu machen! Ja! Ja! Ich zauber! Ich hoffe, dass du das Getränk schweben! Ja, da kommt noch jemand. Ich werde jetzt die Zippie mit extra Kleidern. Das ist dann super. Ja komm, lass mal grad ins Shoppingcenter. Und lass dann einfach so richtig hippiemäßig anziehen. Ja. Also wir werden jetzt natürlich dann so, ähm... Jetzt nicht irgendwie was kaufen, weil... Ich hab keine Starpins und auch keine Jorik-Shipping. Ich hab nur so im Schrank haben, aber irgendwie lustig aussieht, ne? Yo! Einfach irgendwie bunt anziehen! Ja, irgendwie ne. Ja. Was ist eigentlich als nächstes Jumpy? Das muss ich noch vorher gucken. Oh, New Hill, Chris. Ja, da kannst du nicht mit, ne? Ja. Also... Ich könnte das jetzt suchen, Alter. Ja, das könntest du! Also, Javi hab ich da noch nicht probiert. Also, ich kann's aber auch probieren. Ja. Ey, einfach mal... Lass einfach mal... Lass gleich auch mal auf diese Bühne da gehen. Und dann einfach tanzen. Ja. Wie ich einfach schneller bin, wie du. Ich... 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 Perfekt. Ich mach das schon mehrmals, wie nur einmal in echt. Leider. Das tut auf jeden Fall nie weh. Nein. Ich... 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 Du... Du... Moment. Moment. Komm. Ich stell mich neben dich. So. Ja. So, perfekt. Und wir tanzen auch noch das Gleiche! Ich hab irgendwie nichts hippiemäßiges. Kann das... Hippiemäßiges. Kann das sein? Nein. Ich nehm einfach das hier, weil grün mag ich gerne. Und ich mag aber auch rot gerne. Ja, toll. Ich hab... Ich hatte... Ich hatte... Ich hatte... Ich hatte das Ding... Haha. Keiner anpackt. Nee. Ach. Ja, jetzt müssen wir eigentlich zu diesem Kleid so ne richtig verrückte Hose anziehen. Und das Problem ist nur... Ah, hier! Die Hose! Die zieh ich dazu an! Ne, die passt irgendwie, ne? Wie darf ich nicht anziehen dazu? Ich hab noch das hier. Ja komm, das nehm ich. Das passt doch perfekt. Das passt alles zusammen hier. Ja... Das... Das passt... Also die... Die Kombination... Also wir... Wir machen hier die schönste Kombination der Welt. Ja komm, ich nehm mir jetzt noch rote Schuhe dazu. Oder ne, ich nehm jetzt so richtig blaue. Die hier. So, und jetzt noch... Und jetzt noch so ne richtig Scheiß... Scheißhut, der nicht dazu passt. Ja, der Geburtstagshut. Der passt doch mega krass dazu. So, und jetzt... Ja, Handschuhe müssen wir eigentlich nicht wirklich drauf achten, oder? Ich mach's trotzdem! So, Accessories. Ja, definitiv. Fripp on! Ja! Und jetzt müssen wir für's Pferd irgendwas raussuchen. Da wird schon was sche... Wir müssen einfach... Wir machen einfach Augen zu und drücken auf irgendwas. Ja! Genau! Wieso kann ich diesen Gegenstand nicht ausrüsten? Guck mal, diese Stimme! Darf ich den Stimme einfach an, dann sind sie da runter, oder? Ja! Ne, ich nehm diesen... Diesen Sattel. Der Sattel ist besser. Was? Wieso kann ich den anziehen? Hä, was? 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 Wie? Wo? Was? Habe ich irgendwie nen Back oder so? Ich... Ich muss gleich mal schauen, ob das jetzt wirklich geklappt hat. Weil wenn dann... Dann ist das ja mal so geil von Star Stable. So, ich hol mir einfach das hier. Da wird schon irgendeine Scheiße rauskommen, wenn man einfach irgendwas drückt. Ich hol mir noch ein Haustier mit dazu. Ja, einfach dieser magischer Strohzieb... Zieh... Zieh... Ziem Bock, genau. Ja, ich glaub, ich hab tatsächlich kein anderes Haustier. Oder die Spinne, die Pinke. I don't know. Ja, ich nimm das jetzt einfach so. Ich bin fertig. Wir haben beide blaue Schuhe. Ja. Also, wir sehen doch richtig geil aus. Mhm. Warte. Ich hol mir noch meine Sachen mit, die ich anhatte. Weil... Ja. Ja. Das hab ich auch gemacht. Das ist so viel. Ja, aber sonst, wenn wir die ganze Zeit jetzt damit rumlaufen, das kann... Damit kann ich nicht leben. Ja, das hältst du dann wieder nicht auf. Nee. Ja, nee. Ja, nee. So, ich schwimm mal grade... Wo sind meine Schuhe? Wo sind meine Schuhe? Wo sind meine Schuhe? Wo sind meine Schuhe? Ah, hier sind meine Schuhe. Habe ich aufgegessen. Warum hast du meine Schuhe aufgegessen? Warum hast du meine Schuhe aufgegessen? Sie sahen gut aus. Was? Wieso sahen die denn gut aus? Haben sie denn wenigstens geschmeckt? Nein. Eigentlich nicht. Oh mein Gott. So, Monocle. Das Monocle muss mit. Das Monocle darf man nicht vergessen. Das Ding ist, ich hab grade dieses Zaunzeug vom Winterupdate mit dem Horn einfach ausgerüstet. Geht das? Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich geklappt hat, ob man wirklich bei den alten Friesenmodellen diese Hörner anziehen kann. Aber das wäre auf jeden Fall geil, wenn man das könnte. Und am Ende wuschelt es so jeder außer ich. So, ich bin auch fertig. Ab geht's nach Hause. In mega schönen Outfits. Genau. Also, noch schöneres Outfit habe ich noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Das Ding ist, das Outfit von mir ist schon so richtig dumm und dann die Handschuhe. Die passen einfach gar nicht dazu. Auf einmal kommt da noch so ein Orange mit dabei. Ja. Ach du meine Güte, was habe ich denn bitte mit meinem Pferd gemacht? Mein Pferd sieht ja mal richtig süß. Das Ding ist, ich habe einfach kein Zaumzeug an. Lol. Du bist bei mir ausgesprach. Ja, du bei mir auch. Warte, lass mal auf Igno und dann wieder runter. Was ist hier? Mach einmal hoch. Ja. So, bin ich dieclose. Hab immerost. Ja. Ja. Höh. Versuch! So, hinzufügen. Löschen. Ja. Holz. Das Ding ist gerade drin. Jetzt hätte ich dein Zimmer aufgesprach. Ja, da man LDK hat sich nicht mehr befiessen. Ich seh dich nicht. Ich seh dich. Bist du zufälligerweise dieser Vogel? Ja, ich hab den Vogel. Warum? Ich seh dein Haustier, aber ich seh dich nicht. Nein, ich hab dein Haustier auch gesehen. Äh, warte, ich entferne dich kurz nochmal. Vielleicht geht's dann. Ne. Lass mich mal wieder ein. Ja. So. Ne, klappt irgendwie nicht. Nies. Ja, warte. Vielleicht klappt's, wenn ich irgendwie gerade mal in die Disco gehe oder so. Oder ich geh mal in den Shop. In den Shop. Einfach hier das Pferd kurz anklicken. Seh ich dich wieder? Wo bist du? Ein Kunterbrunnen. Achso, da bist du. Ich seh wieder nur dein Haustier. Ich seh immer noch nur dein Haustier. Was ist denn das? Warte, wenn ich mal in den Transporter gehe. Vielleicht ja dann. Ne. Sad. Wom geht denn das jetzt nicht mehr? Das Spiel möchtest du mich davor bewahren, wie du aussiehst. Das auch. Also, ich kann ja mein Haustier beschreiten, wo man so wurscht. Ja, also eben, mein Outfit sieht ja auch toll aus, ne? Also. Ja. Also, ich habe die Kunterbrunnen, die in der Garage anklicken. Und Regen. Achso, ja, ja. Weihnachtstück. Das ist auch ganz lieber da. Das ist ein Fell. Einigermaßen mit Schmerzchen. Die Grenze von Big Pony. Dann habe ich hier, hier, drinnen abschleißen zu haben. Also von Ponyta für das. Ähm. Dann noch mal anziehen mit Unterschleiß. Oder auch von hier. Ja, ja. Und ja. Ach du meine Güte. Das Ding ist, ich habe nicht mal was vom Rog- Rogenbogen Festival. Genau. Das Rogenbogen Festival. Wer kennt's denn nicht? Warte. Hatte ich dich gerade gesehen? Der süße Vogel. Oh, ich kann dich anklicken. Super. Ich habe einfach mal gerade alles versucht. Jetzt tue ich dich noch mal von der Igne runter. Ja. Ich sehe dich. Och, verdammt. Oh Gott. Okay, gut. Ja. Perfekt. Dann geht's ja wieder. Ja, also wir sehen perfekt aus. Beide. Ja. Ich finde es auch toll, wie ich einfach keine Trennse mehr anhabe. Aber irgendwie hat der Partyhut was. Tja. Das ist nochmal mit der Ahnung. Ich habe hier die Partystruktur. Ja, ich habe den aber auch. Ja, toll. Ich habe eine Satteltasche mitgenommen, habe aber vergessen, ein Haustier mitzunehmen. Ja, perfekt. So macht man das. Also ich, ich laufe jetzt nicht mit diesem Strohziegenbock da rum. Das kannst du immer komplett vergessen. Ja, komm, lass jetzt ein bisschen Leute trollen. Einfach so fragen, wie findest du ein Outfit? Ja, ne? Okay, ich komm mit. Okay. Also es ist so toll, dass ich sage, ich komm mit, aber am Ende bin ich schneller wie du. Ich bin nicht. Der Tanzbock. Das Ding ist, ich habe gerade Werte, obwohl ich gar keine Trense anhabe. Aber ich habe trotzdem alle Werte. Das ist auch perfekt. Ja, letztendlich hat man ja wahrscheinlich auch die Werte, aber wenn die Trense nicht hängt, sie ist ja dran. Ja, ja. Das ist so komisch. Das ist ja unschlaut. Ja. Lol. Warum ist das so? Ja, das hätte SSO auch mal fixen können. Ja, das ist einfach, guck mal, wenn es alles ist, alles ist, ja, dann können die Verhandlungen alles reden, die wir uns auch als fügbar machen. Das wäre dann auch die Termine, die kann man anschließen und wenn es auch eins, was gut ist für SSO. Ja. Würden Sie sich mal mehr Mühe geben, die Trensen auch auf die alten Pferde zu machen, dann wäre doch jeder glücklich. Ja. Und dann würde es auch nicht so viel geben. Und dann kaufen wir das auch eher mehr für das Pferde zu, zum Beispiel mal diese Trense und diese Sette, weil es immer noch echt toll ist, damit ich hier, glaube ich, stille. Ja. Und dann machen wir auch eigentlich nochmal Plus. Genau. Ja. Weil ich drück hatte ich ganz einige Leute, die sagen, die kommen schon bekannt, ich bin neun Pferde, so was nehme ich nicht, außer wenn ich es anfinge. Ähm, aber sowas nur noch. Alter. Ja. Mutter. Wöge ich gerade wunderschön, Alter. Lass einfach hier komplett in der, lass einfach hier in der Disco fragen, wie findet ihr mein Outfit? So, lass jetzt einfach fragen, äh, ja. Oh ja, wie süß. Und ich trinke hier einfach so Milchschel. Super. Danke. Ey, ihr Outfit sieht aber voll geil aus. Sehr schön. Wir sind beide sehr schön. Kantoll. Wahrscheinlich wollte ich Kant. Äh, Kantoll oder sowas schreiben. Ja, ja, safe. Also, ich fühl mich wunderschön. Ja, ja, ich fühl mich auch, ne? Ich tanz jetzt mal ein bisschen. Super duper. Ja. Wir sind doch richtig schön. Lass jetzt einfach mal so richtig dumm im Global fragen. Einfach so richtig stumm im Global. Wie findet ihr mein Outfit? Ich bin nicht schürt. Ich bin nicht schürt. Ich bin nicht schürt. Also, ich schreibe erst mal so, wie findet ihr mein Outfit? Und dann so, ja, Stefanie. Wahrscheinlich, weil du beim Einsiedler den Ruf nicht auch freundlich hast. Das ist auch wieder so perfekt. Also, ich finde uns... Wir sehen so... Wir sehen so geil aus. Ihr alle seid so schön. Danke. Sie ist aber auch nicht schlecht. Ich mag ihre Hose. Ich möchte ihre Hose haben. Darf ich eure Hose haben? Schwarze Reithose mit Kniesocken. Ach so, das ist die. Ja, ne, die hole ich mir nicht. Yay! Ah, danke. Ich weine gleich. Ja! Ich auch! Ich auch! Ich weine gleich. Also, ich weine gleich. Ich esse auch wenn ich eure Hose habe. Und weil du siehst du schön aus. Wir können nicht die lassen. Ja! Ich lebe. Nur wir können schön aussehen, ne? Ja, gut, ja. Wir haben das beste Mal in der Tür. Ja. Das Ding ist bei mir ist der komplette Global einfach voll mit der und der Wink, der und der Art, die ist eifrig und so weiter. Ja. Weil wir so schön sind. Weil wir so schön sind. Ja. Ja, hast recht. Aber ich bin froh, dass sie da auch mitmachen. Ja, da hast recht. Ja. Genau. Schreiben muss gekommen sein. Ja. 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 Soll ich einfach mal schreiben, komm lass jetzt mit unseren, unseren schönen, unserer Schönheit zum nächsten Ort gehen. Dann lass uns bei jedem Teil ansehen. Ja. Einfach Frischkäse. Frischkäse. Salami. Ja. Ja. Ja! Stell dir mal vor, wir würden das ernst meinen! Ach ja! Das wär's doch, ne? Das Ding ist, da kommen da auf einmal so bei GNTM so zwei Star Stable Models! Genau! Wir müssten einfach mal so ein GNTM in Star Stable machen. Wenn nicht mal mehr Leute ab dem Stream zuschauen. Dann einfach so, jeder zieht sich so entweder schön oder grauenvoll an nach dem Thema dann. Und dann, ja... Wer wäre denn überhaupt in der Jury? Immer abwechselnd, immer abwechselnd. Ja! Herzlich willkommen zu unserer Tagesschau! Ja! 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 Hi! Wir wissen schon, dass wir gewinnen! Hi! Wir wissen schon, dass wir gewinnen! Aber trotzdem viel Glück auf den dritten Platz! Ja! Heute reden wir über Koala! Wir sind gerade so voll im GNTM und sie einfach so Tagesschau! Süß! Ja! Ja! Aber die machen alles so dreckig! Ja! Aber die machen uns so dreckig! Ja! 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 Das bitte darf nicht sein! Na ja! 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 Ich habe das, glaube ich, zehnmal oder so durchgeguckt. Das war dieses eine mit dem Raptor da, wo man dann so eine Modenshow hatte. Ich weiß nicht, warum ich das so abgefeiert habe, aber ich habe es geliebt. Aber ich vermisse das Event auch voll, weil das gibt es ja gar nicht mehr. Ja, und dafür bringen sie Pferde raus. Ja, ist so. Ja, klar. Warte, lass den Bug jetzt machen. Ja, lass, lass, lass jetzt, lass, wir müssen los zum Jump'n. Wir müssen gerade auch los. Ja, eigentlich voll schade. Okay, bis dann. Bis denne. So, also die muss es dann beschweißen sich nicht, aber so. Soll ich den Bug einfach versuchen, oder ob das dann lauft? Jo. Ich gehe schon nach New Hill, Chris. Oder, ne, ich gehe noch nicht, weil das wäre ja Ding. Da kann ich jetzt abholen. Ne, ich kann mich mal abholen, oder nicht? Hallo. Ich weiß nicht, wenn ich den hier links wegmachen muss. Aber das ist dann, dass du mir nicht abholen kannst. Ja. Eigentlich wäre es voll geil, einfach so mitten im Jumpy einmal so tanzen. Ich gehe schon mal nach New Hill, Chris. Ja. Ja. Ja, perfekt. Ja, also Shopping-Centrum fahren. Ja, ich verlasse die Gruppe auch mal gerade. Ja, toll, der Ziegenbock läuft jetzt neben mir her. Was ist denn das? Ja, den Ziegenbock, den behalte ich jetzt mit. Ja, aber nach New Hill, Chris kommen auch wahrscheinlich nicht so viele, weil da kommen ja nicht so viele hin. Ja, perfekt. Der Schweif meines Friesen steckt wieder mal im Zaun. Könnten Sie New Hill, Chris mal überarbeiten? Dieses Ding hier schwebt einfach über dem Zaun drüber. Ja, perfekt. So, und jetzt muss ich eigentlich da hinbekommen. Eigentlich. Und uneigentlich? Nicht. Perfekt. Ich finde es toll, wie gerade viel zuschauen, aber niemand was in den Chat schreibt. Wie gerade ich das in die Chat schreibt. Wie gerade. Ja, woanders in die Tat schreibt.